Hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Wir haben heute, ich sag das jetzt mal am Anfang, den 15.10. Ich bin quasi frisch von der Polaris hier. Ariane ist grad gelandet. Da gab es schon bei uns im Discord, im RP-Chat, der übrigens so wunderbar ist, den kann ich noch jedem empfehlen, gab es schon so einen Spruch von wegen Pan ist grad wieder da und Ariane ist grad gelandet. Und ja, so ist es auch gerade. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gemeinsam. Es ist ein Tag nach der Polaris. Es war wundervoll. Ich habe einige Ariane-Mangels gesehen, habe mich jedes Mal total bedankt und habe mich gefreut, wenn Leute wirklich den Mangel machen. Oh, Dankeschön. Ich habe auch so Lust, eigentlich wieder das dritte Skript zu schreiben. Vielleicht fange ich ja im November an. Ich weiß es nicht. Es ist auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob das mit dem Verlag. Ich müsste wahrscheinlich den Verlag wechseln, weil es bei Fischer Media jetzt nicht mehr und ich würde immer Fischer Medien finden. Das ist so traurig. Da gibt es diese... Ja, die hatten sich ausprobiert, aber es hat so generell jetzt nicht... Also hatten viel mit Influencer gemacht. Deswegen sind wir aber in Talks gerade und wir hoffen was einfach. Wenn alle Stricke reißen, habe ich noch einen Plan C. Und ja, da müsste ich mich aber reinfuchsen, wie wir das machen. Also ich möchte schon, dass ein dritter Band auch kommt. Und dann lieb es auch ein vierter und ein fünfter. Es macht mir ja sehr viel Spaß. Ich möchte weiter mit Rey zusammenarbeiten, weil die Zusammenarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Rey hat so toll funktioniert, weil ich immer... Ich habe ja sogar selber... Wir haben irgendwie aus Animes zum Beispiel Gifts genommen und hier so in etwa soll Ariane reagieren. Oder was haben wir noch gemacht? Ich habe irgendwelche Zeichnungen gemacht, so richtig crappy in Paint und so. Und sie hat es halt dann so perfekt umgesetzt. Und der Nico zum Beispiel hat mir auch... Und Nico muss ich da deswegen noch schreiben. Hat mir so viel Arbeit abgenommen auch. Also hat die Assistenz gemacht. Also sehr, sehr cool. Und ich muss da eigentlich auf jeden Fall... Ach, ich muss pinkeln, ne? Muss ich schon pinkeln? Ne, geht noch. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was los ist. Manga-Team-Bogen, ja! Ah, der Fischer Verlag war aber toll. Die Leute waren da wirklich toll. Aber die sind bestimmt immer noch toll, ne? Die sind ja jetzt nicht tot. Aber ja, da sind wir. Da sind wir. Und ihr Halloween-Outfit schreibe ich jetzt nämlich mal auf. Wer, wer einer klaut die Idee. Das ist dann Meta-Basis. So, Halloween-Outfit. Und jetzt könnt ihr alle mal googeln. Die Farbe ist übrigens Zufall, aber es passt gerade richtig gut rein. Also Lydia aus Beatles. Juice. Rotes. Kleid. Tada! Und jetzt googelt das mal. Bitte googelt das mal. Es ist so nice, ne? Und da könnt ihr sogar Max zum Beispiel Beetlejuice machen oder so, ne? Oder Ariane fragt. Warte kurz, ich muss überlegen. Juski, möchtest du nicht bei Beetlejuice sein? Da sagt er, nein. Da sagt sie, okay. Ja, aber wie cool wäre das denn, ne? Weil du hast alles auf dem Server. Du hast das rote Brautleid. Du hast den roten Schleier, den wir, glaube ich, weggeworfen haben. Ich hoffe, wir haben den weggeworfen. Müssen wir nochmal gucken. Wie bist du draufgekommen? Ich habe Halloween-Kostüme gegoogelt. Danach habe ich Halloween-Kostüme-Serien, Halloween-Kostüme-Filme. Und dann habe ich es irgendwann gesehen und denke so, boah, ja geil. Das machen wir. So. Gehen wir erstmal nach oben. Upa. Was das jetzt rot ist, ist aber wirklich ein Zufall, ne? Und ich dachte, okay, jetzt, also das ist schon ein bisschen too much alles, ne? Ich wollte es ja eigentlich dezent mit ihr machen, aber okay, das wäre doch ein bisschen lustig. Das muss ich machen. Das muss ich umsetzen. So, das sollte ja gehen. So, okay. Ach du Scheiße. Sonst hau mich einfach an, wenn du, wenn ich und du im Dienst sind, dann schaue ich nochmal. Habe übrigens, bis jetzt keine Terminvorstärke bekommen für ein Gespräch mit Campbell. Habe, hey, habe jetzt einen Termin von Campbell. Das wäre der 17.10.2023. Um 20 Uhr. Der ist aber erstmal auf Abruf, da sie noch nicht 100%ig ist, noch Frau Campbell dort arbeitet. Okay. 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 Der 17.10. Da ruhen wir den Halloween-Stream nach. Hey, Tino. Äh. Danke für die ganzen, für die ganzen Infos. Ich weiter die Tage mit. Oh, Logan. Hausfragen. Sie hinterher zieht sich auch für den Fall. Und das passt ganz gut. Ganz gut, da sie die gleichen Zeugen kennt wie ich. Am 17.10. Oh, ist das Steve, das Ariane mit einbezieht. Nein, ich bin gerade voll happy. Kann ich leider nicht. Und deswegen kann ich leider nicht. Verdammt. Habe auch. Habe auch. Habe auch einige. Habe auch einige. Neuigkeiten. Oh nein. Stimmt, da war ja Ray auch noch. Wir müssen reden. Das ist aber nicht gut. 15.10. Niemand sagt, dass du eine Mietnomade bist. Du bist aktuell unter seinen Schutz. Okay, das hatten wir aber schon 11.10. Warum? Okay, dann sehen wir uns vielleicht am Sonntag. Ich muss mal schauen. Habe seit gestern starke Rückenschmerzen. Werden die nächsten Tage vermutlich ein bisschen mich zurückziehen. Sorry, 254 habe ich bei Everdeen hochgeladen. Ich habe angefangen, die Story zu lesen. Wollte mir dafür aber nochmal Zeit nehmen. Habe gemerkt, wie ich überflogen habe. Ich habe die wirklich auf mich lesen. Überflogen habe. Ich will die halt in den Stream lesen. Und das wird dem nicht gerecht. Ich bin hier super, super dankbar. Oh, wie nett. Alles Gute bei euch. Ja, ich führe gleich ein Gespräch mit Ivan. Am 12.10. Wir haben den 15. Wieso? Worüber hätte ich dir gesagt? Wir müssen uns sprechen. Ich höre zu. Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt was kommt. Aber wenn, hätte ich gedacht, es ist irgendwas ganz Knappes. Ich hoffe, du bist gut angekommen. Genieße die Zeit immer so und pass auf dich auf. Äh. 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 Ja. Von. Genieße. Warte. Äh. Warte. Hier. Ja. Äh. Ich war gut angekommen. Okay. Was wird Ariane? Warte mal. Das ist ja jetzt. Die muss ja jetzt trotzdem voll. Soll die verschüchtert schreiben? Ich überlege gerade ganz kurz. Ich bin an einem Stück wieder. Wieder da. Ähm. Nein, nein. Ariane reißt nicht aus. So. Ein Stück wieder da. Nein, das ist wieder. Dann mal Nachricht. Hauwärten. Ein bisschen. Habe ich mich ein bisschen gefreut. Ist zu viel, glaube ich. Boah, das hatten wir damals bei Skin auch, wo ich jeden Satz immer überlegen musste. Es tut, Tage würden bei dir so passen. Ähm. Ja. Tag danach. Mittwoch. Mittwoch. Ja. Achtzehnte. Danach bin ich leider nochmals für wenige Tage im Camp Haki. Die Woche darauf aber habe ich Zeit. Montag. Montag. Mittwoch. Donnerstag. Und Sonntag. Hallo, Mrs. Barnes. Ich hoffe, es geht Ihnen immer schon wieder rum. Beziehungsweise Vermisstenmeldung habe ich noch kein Feedback von Herrn Gauthier, da ich leider außer Dienst war, als er versucht hat, mich zu erreichen. Leider bin ich jetzt krank und kann daher nicht in den Dienst. Ich habe den Satz informiert und ihn gebeten, den Fall entweder jemanden zu übertragen oder ich kümmere mich darum, wenn ich am Wochenende wieder Dienstfähig bin. Passen Sie auf sich auf. Boah, der ist ja voll lieb, dass er das sogar richtig macht jetzt, ne? Hallo, danke, dass Sie sich so dahinter klammen. Das ist so untypisch für ihn. Achso, soll ich was vorlesen? Entschuldigung, Entschuldigung. So untypisch für ihn. Das ist sehr gut. Sollen wir dich kurz abholen? Ähm, alles gut. Ich muss mich erst einmal umziehen und tage mit dem Taxi nach Hause. Ich fahre also nicht allein. Erstmal aus. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre auch. Ich fahre. Ich fahre auch. Ich fahre auch noch mal quatschen. Ich fahre auch noch mal quatschen. Nee, oh Gott. Ich will mit Ariane mal El Checo. Ich warte auf den Tag, wo sie El Checo sagen kann. Aber hier kann ich das nicht schreiben. Okay. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch morgen noch mal da. So, hier haben wir jetzt alles. Ja. Juhu, sie hat angerufen. Ja. Leute, guck mal, wer wieder da ist. Oh mein Gott. Ich sehe das F-Ding. Ich sehe es wieder. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Weiter. Ich habe mich ohne Scheiß, dass das, wo ich gemäht habe, war. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so hart gefreut. Aber ich habe mich so hart gefreut. So nice einfach. Boah, Leute. Ey, ohne Scheiß, dann geht es auf jeden Fall los, ne? Boah, das ist so nice. Nein. Jetzt kann sie aber schreien. Geil. Ich habe das gerade gesehen. Sie hat mich angerufen. Oh mein Gott. Ich habe das sonst nur ein Quatsch. Dann passt es zu. Okay. Äh, wenn die Musik so laut ist, ich sage... Ich habe mich so gefreut gerade. Oh mein Gott. Ich flippe hier. Ich bin auch hier unten im Flughafen. Ich flippe gerade innerlich so aus einfach. Ja, es kann nur sein, dass sie nicht ganz gut aufgestellt ist im Moment. Sie ist in der Woche hier und hat sich gestern erst bei irgendjemandem gemeldet. Hä? Also sie hat mich auch angerufen. Ich habe es gerade gesehen, aber ich erreiche sie nicht. Ja, es kann sein, dass sie aktuell schläft, weil sie liegt auch bei Amos und mir auf der Couch. Oh. Und, äh, ja. Sie hat sich massiv betrunken. Was? Äh, sie ist, sie meinte, dass, also, was sie halt blicken lassen, war wegen, dass wir nie heiraten sollen. Ähm, dass irgendwas mit Steven ist und, äh, ja. Es ist ganz, ganz merkwürdig, die Situation. Sie sieht auch völlig anders aus. Ich habe sie erst gar nicht erkannt. Ähm, sie meinte auch, sie hat eine Woche lang unter der Brücke gelebt. Bitte, was? Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Äh, naja. Ähm, weißt du, ähm, hey, wenn sie heute wach werden sollte, oder so, sollen wir uns irgendwie um sie kümmern? Also ich werde dabei. Ich kann sie auch bei mir in der Wohnung schlafen lassen, oder so. Ja, es ist ja im Moment generell ein bisschen schwierig, weil ich also, äh, zum einen muss sie erst mal dazu fähig sein, überhaupt Hilfe anzunehmen. Heute macht sie auch eine komplette Pause, glaube ich, weil sie das erste Mal wieder seit längerem, äh, den ergreifenden warmen Platz hat, wo sie pennt. Ja. Und, äh, ja. Kann auch sein, dass sie halt komplett im, äh, in dem Deckenhaufen bleibt, indem wir sie eingewickelt haben, sozusagen. Und das war heute. Oh mein Gott, ja, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann weiß ich Bescheid. Ähm, danke, dass du mich vorher angerufen hast. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir da einfach mal ein Auge drauf haben. Weil sie meinte, ähm, also sie wirkt ein bisschen, als würde sie verfolgt werden. Von einem Typen. Oh nee. Und ich hatte erst die Befürchtung, dass es eventuell Evan wäre. Oh mein Gott, hör auf, du machst, du machst mir gerade richtig Angst. Das wär's ja jetzt noch. Scheiße, okay, oh mein Gott, ich, 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 ich will am liebsten jetzt schon mit ihr sprechen, aber ich warte, bis sie sich, äh, nochmal bei mir meldet. Äh. Äh, da habe ich ihr durch Zufall begegnet, aber ich werde das ganz, ganz vorsichtig machen. Ähm, aber ich denke, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn sie dann noch eine weitere Freundin hat, die ja da ein bisschen zur Seite steht. Ja, natürlich, dafür nehme ich mir all die Zeit der Welt. Scheiße. Ja. Okay, äh, ja, danke, dass du, wie gesagt, mich angerufen hast. Ich werde mich jetzt erst mal bei Alice Taxi nach Hause bringen, also, äh, zu meiner Wohnung bringen lassen und einfach mal erstmal mal in der Dusche gehen. Alles klar. Ja. Ähm. Nimm, 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 nimm. Wenn du ihr begegnest, sei wirklich nicht verwundert. Sie hat halt komplett schwarze Haare im Moment. Äh, sie sieht halt völlig anders aus, als ich habe sie erst gar nicht erkannt. Ähm, und eventuell müssen wir demnächst mal mit ihr shoppen gehen, damit sie wieder ein paar Klamotten hat, weil sie hat ja halt gar nichts abgesehen, das, von den Sachen, die sie trägt. Sehr gerne. Ähm, musst du noch von zu Hause abgeholt werden? Oder fährst du mittlerweile wieder selber? Äh, im Moment bin ich eh in einer jungen Gesellenabschiedsgruppe unterwegs, davon mal ab. Ähm, aber frag da best am besten mal Jo. Ja, ne, den, äh, habe ich gerade schon zurückgeschrieben. Ich, äh, ich, ich will erstmal, also ich will, ich will da keine Umstände machen. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Taxi und wollte allgemein wissen, wie jetzt hier so die Lage ist, ob ich mir irgendwie Sorgen machen muss oder so. Also bisher ist es recht entspannt geblieben, so die letzten Tage, wo ich das noch mitgekriegt habe. Wir haben wohl eine größere Änderung im PD, aber das wirst du dann, glaube ich, spätestens morgen alles sehen, wenn du wieder mal im PD bist. Also, so, 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 sofern wir morgen im PD wissen. Ja, ich muss halt, die Sache ist die, ich muss halt ein paar Sachen langsamer erledigen und ich weiß, äh, ich will mich aber auch nicht unnötig in Gefahr bringen. Jetzt so hin und her gerissen gerade. Ja, auf jeden Fall. Und ich, äh, weißt du, ich habe die meiste Angst, habe ich sowieso abends, allein in meiner Wohnung, deswegen werde ich, glaube ich, noch ein bisschen bei, äh, Enko Gaiame, äh, wohnen bleiben, wenn ich das da, äh, ja. Aber so, Taxi war, ist ja hell, ich meine, was soll mir da passieren, so? Glaub mir, die haben mich ja auch tagsüber erwischt, deswegen. Oh, okay. Also, beim Hellen, also, daran liegt es jetzt nicht. Aber hab einfach ein bisschen, gib einfach Bescheid, wo du bist. Mach. Ähm, und melde dich vielleicht regelmäßig, also, keine Ahnung, alle halbe Stunde oder was und dann, einfach nur so ein kurzes Lebenszeichen, plus, minus, wie auch immer. Und wir einfach wissen, dass es dir gut geht, wenn du dran denkst. Ich versuch's, okay. Dankeschön. Könnte zumindest helfen, dass du wieder ein bisschen Freiheit hast, das, ne? Ja, du bist auf einem Junggesellenabschied? Hm, genau, ähm, Miss Grace Harlow, die, äh, falls sie dir noch was sagt. Nee, tatsächlich nicht. Äh, war eine Psychologin bei uns im PD vor. Ah. Ja, oder so. Es ist meine beste Freundin, unter anderem, und die heiratet nächstes Wochen, äh, nächsten Freitag. Nächsten Freitag. Ja, okay, ach, ja, dann wünsch ich euch viel Spaß, ne? Ja, also bisher ist sie am betrunkenensten von uns allen und das, so sollte es, glaub ich, sein. Ja, super, perfekt. Ja, dann gönnt ihr euch, gönnt du dir auch. Alles klar. Nee, ich pass auf, das, ich krieg, also ich hab zwar auch was getrunken, aber ich trinke nicht zu viel. Okay, ich will, äh, aufpassen können. Ja, okay, verstehe. Auf meine Leute. Verstehe, verstehe. Okay. Alles klar. Ja, dann, bis später. Dann komm erst mal gut heim. Ja, bis später vielleicht, ja? Äh, oder... Auf jeden Fall, wenn... Ja, oder ich melde mich einfach nochmal bei dir. Genau, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer melden. Und wenn es kurz quatschen ist oder was, das ist immer für dich fein. Okay, alles klar. Okay. Bis dann. Dann viel Spaß und, äh, grüß jo. Tschüss. Äh, sagst du bitte Bescheid, wenn du hier ankommst, also bei dir, okay, ich hab da etwas für dich, also wenn du das haben möchtest. Er hat etwas für Ariane, wenn sie das haben möchte. Irgendwas zum Essen, warte mal, irgendwas zum Essen, äh, was... Oh mein Gott, ich hasse es, ihr seid hundertprozentig alle gemäht hat, ne? Ich bin absolut null gemäht hat. Ähm... Ich will essen, was nicht... Ach ja, Smileys, die macht jetzt ganz viel Smileys. Und ja. Sag sie, Hallöchen. Hallöchen, die Ariane bahnt's hier, ich bräuchte eine Abholung am Flughafen. Ähm... Ja, kriegen wir hin. Okay, bis gleich. Bis gleich, tschüss. 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 Ich hoffe, es ist kein Feuerzeug. Ist das mit der Musik so okay? Okay. Okay, dann schreiben wir das Ava. Ich habe ein Kostüm für mich, brauche dazu, aber noch Kram. Ah. Ich würde gerne, warte mal, beim Aphrodonis vielleicht schon mal anrufen, oder Bodinger, beim Aphrodonis. Wir checken mal kurz, Venture, einen Moment. Boah, das ist so cool, das Bild, ne? Da sehe ich Ariane, wenn alles den Bach runter geht wieder. Ähm... Bin ich aber neugierig. Was kriegt die denn? 100%ig irgendwas zu essen. Was anderes ist irgendwie so... Weiß ich nicht. Oder vielleicht, ähm... Eine Waffe. Äh, das hatten wir schon. Wir haben heute Sonntag. 20 Uhr. Die haben gleich auch. Ja, nice. Ich würde schon... Bobby, Davis, Mc... Okay. Ich habe mich gerade. Nein, nein, nicht zu essen. Eine Sache habe ich jetzt im Kopf, eventuell sein könnte, weil Ariane die ja haben wollte, aber... Moment, Leute. Ich mache mal nebenbei kurz was auf. Ich will natürlich auch nicht übertreiben mit den... Ist mal... Oh, der ist ja süß! Okay, warte. Ich habe mir ein bisschen am Kaffee heute. Also heute Morgen, ähm... Was heißt heute Morgen? Das war drei, vier Stunden... Äh, ja, drei, vier Stunden haben wir bei Subway einen Kaffee getrunken und, äh, ein Sandwich mit glutenfreiem Brot gegessen und, äh, der Kaffee war einfach Lava und ich habe mich voll verbrannt. Ich hoffe, dass ich heute nicht zu viel lispel mit der Ariane stimme. Kann man eine Sammlung von diesen Smileys im RP-Channel machen? Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen Backseat-Gaming, ne? Also ich kann euch den Link reinposten, wenn ihr wollt. Das kann ich machen. Ja, ne? Ansonsten hier. Da sind wir wieder. Oh, eine Sache wollte ich nochmal gucken. Das kann ich nämlich jetzt auch machen. Übrigens, Ariane macht ja immer ganz viel Sachen und ist auch süß, aber erwartet nicht, dass die jetzt irgendwelche großen Sachen macht, weil ich denke daran, die ist immer noch theoretisch mit Skinner zusammen. Ähm. Wieso? Hm, noch auf. 726, 726. 626, Amen. 726, 826, Know. 726, 826, 931, 730, 932, Häm. Der Weiß hatte noch angerufen. Boah, ich muss schon wieder pinkeln, ne? Eieiei. Skinner ist jetzt an der Stelle, an der Eddie damals war, als ich mit Skinner anfing. Ist tatsächlich so. Die Sache ist halt die, ne? Ariane wird ja jetzt gar nicht wirklich ausgespannt, glaube ich. Keine Ahnung. Aber es passiert gerade das, was Skinner damals mit Eddie gemacht hat, weil von ihnen aus sah es ja so aus, als wäre Ariane mit Eddie in einer festen Beziehung. Ariane war ja damals noch Dooley-Ariane. Und Ariane hat ausgespannt. Und das ist gerade tatsächlich voll fett, Karma. Das ist einfach krass, dass es genau so auch passiert, ne? Eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob die gerade ausgespannt wird. Ich glaube eher nicht. Fällt sie nicht so ein. Weiß ich nicht. Passt auf wieder das, ja, lief ja scheiße bei euch. Stimmt. Das hat er ja damals zu Ariane gesagt. So, ja, habe ich. Es lief ja auch scheiße bei euch. Ne, ich glaube auch nicht, dass der, äh... Ähm, ich, boah, ich darf dieses Jod... Ich habe Angst, dass das auszusehen im RP dann sagt, ist das nicht so gut. Ja, ja, ist sehr vorsichtig, sag ich ja. Ja, Eddie gibt es noch. Es gibt übrigens auch Yoga mit Rosie. Also, ich bin mal ganz kurz auf die Toilette, ist das okay? Du, äh, sie können, also, du kannst ja dir Zeit lassen, ne? Also, wir sind sofort da. Okay, ja, gut. Dann gehe ich ganz kurz auf die Toilette und dann, äh... Ganz entspannt. Gut. Super, bis gleich. Bis gleich. So, Moment. Was pinkeln? Ah. Oh. Vehicles parked in the green zone will be towed and destroyed. Oh. Do not accept packages, suspicious items, or affection from a stranger. So... Ja, gut. Dankeschön. Dankeschön. Gefahr, dich. Dir de gut. Irgendwann Charakterspielen, der die ganze Zeit nur so redet. Ich muss doch noch so eine Kannstcheid... Keine... Ich muss gerne... Es ist nicht so... Ich muss mich... Fuck nicht. Also... Ich meine... Naja, also ich würde mich selbst über ein Bonfong freuen. Was ist das da vorne? Ach von Dingern, das ist von Shamrock. Okay. 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 Warten Sie auch auf ein Taxi? Äh, nö, ich habe hier Bekannte, die mich gerade abholen. Ach so, ja, dann will ich gar nicht weiter stören. Warum hast du schon ein Taxi gerufen? Ja, ja, deswegen hätte ich nämlich gesagt, hätten Sie sonst mitfahren können, dann hätten wir uns das ja irgendwie teilen können. Okay. Äh, nein, danke dir. Ja, kein Problem. Äh, sind Sie gerade, äh, Sie waren ja gerade da vorne, äh, reisen Sie weg, oder? Äh, einen Moment. Ja. Ja? Eine Taxi. Alles klar, gut. Ähm, ich bin wiedergekommen, ich war jetzt knapp ein Jahr weg. Ein Jahr? Ungefähr, ich glaube, acht oder zehn Monate, irgend sowas, genau. Oh, wow, was versteht Sie, wenn du nach Los Santos? Äh, man kann so sagen, dass meine Aufgabe hier weitergeht. Oh, okay, ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Glück dafür. Danke. Und, äh, Sie? Sind neu da? Ich war ein, nee, nee, ich war, äh, ein paar Tage jetzt weg und, äh, ja, so eine kleine Auszeit und jetzt, äh, warte ich auch darauf ab, kurz zu werden, nur von meinen Taxi wollten. Ah! Wer heißen Sie denn? Äh, Barnes. Barnes? Ja. Können wir uns vielleicht? Glaube ich nicht. Ich bin der Chouanta. Hm, nee, noch nicht gehört. Oh, ich glaube, da werden Sie abgeholt. Äh, nee, das. Ich auch nicht mehr, damit keiner von uns abgeholt. Ja, bei mir hätte es jetzt sein können, weshalb ich... Das war gut. Ich habe vor einem Jahr noch in einer, hier in das letzte SMS, was ich bekommen habe, suchen mich die, anscheinend wegen einer Aussage, aber das ist ein Jahr her. Oh, okay, ja, dann sollten Sie dann die Aussage mal machen. Hm, nö. Ach so, das ist meine Abholung. Wie heißen Sie, wie heißen Sie nochmal? Chouanta. Chouanta. Chouanta, okay. Chouanta, dann, äh, ja, wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Hallo, Hallöchen. Danke. Ach so, wie siehst du denn aus, ey. Ja, wie ein Aschlo sehe ich aus. Ach. Ich will keine Aussage machen. Ariane hat meinen Namen aufgeschrieben, falls das mal irgendwo fällt. Ja, wo bleiben die denn? Ja, wo bleiben die denn? Ach. 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 Wären ja so Event-Taxen gewesen. Was ist denn da los für ein Taxi? Ja, Losandos-T-Shirts. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, ein bisschen ungeduldig. Nee, Darif. Weil Darif habe ich auch getroffen. Nee. Nein. Ich war nur müde. Ich hatte eine Down-Phase bei der Autogrammstunde mittendrin. Zuschauer holen einen da ganz schnell raus, habe ich gemerkt. Aber irgendwann hatte ich so eine Down-Phase. Und dann ging es aber danach bergauf. Das Schlimmste war. Und da haben Leute mich beobachtet, aus dem Publikum der Bühne, wie ich mit einem Security eine stillgelegte Rolltreppe hochgestampft bin mit meinen Klopperschuhen. Das muss wohl sehr amüsant ausgesehen haben, wenn man das gesehen hat. Und darauf wurde ich tatsächlich ein paar Mal angesprochen im Nachhinein. Und ich so, ja toll, wie scheiße sah das denn bitte aus? Und dann, ja, man hat es schon gesehen, du hattest Mühe. Ich so, ja, okay, alles klar. Hä, ich rufe jetzt nochmal an. Ariane ist richtig nervig. Komm, das machen wir sonst nie. Oh. Wer hat das sonst noch angerufen? Kaya Winters, ey. Charlie hat angerufen? Ich erinnere mich an eine Sache nicht mehr. Ich muss auch nochmal Maria anrufen. Hilf? Den müssen wir auch zurückrufen. Der will ja so, also der will nichts von Ariane, aber der will einen Kaffee trinken gehen, weil ich bin gerade sehr knuserig da. Ich will nicht, dass, wenn jemand so, ich weiß nicht, wisst ihr, wie ich das meine? Wenn sie mit Hilf einen Kaffee trinken geht, da ist so, äh. Aber der will, glaube ich, einfach nur reden. Deswegen wird Ariane das aber auf irgendwann anders verschieben. Oh, das ist so. Okay, ist das von mir hin? Hä? Dann doch nicht? Okay. Sag mal, was ist da los bei all das Taxi? Ja, Ariane, da ist... Ist unterwegs. Ich komme jetzt, weißt du? Ich komme jetzt. Nein, seid ihr heute... Seid ihr heute... Sehr gestresst? Eine Fahrt nach dem anderen, Miss Ariane. Oh, nee. Echt? So stimmt? Aber ich bin... Ja, ich bin aber schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg zum Flughafen. Ja, okay, weil... Ich bin hier oben im Palito. Du bist oben im Palito? Ja, sie... Ja. So, ich mache. Du musst schon... Ich bin auf dem Weg. Ich bin schon runter von dem Palito. Also, ich bin sofort... Ja, ich warte. Ihr bist gleich. Du bist gleich. Ich bin gleich. Oh, Gott, ey. Boah. Könnt ihr mich mitnehmen, bitte? Könnt ihr mich zu Fahrschuhe fahren, bitte? Aber bei Freibn im Auto steigen ist es gerade halt nicht gut, ne? Die hat mich auch nicht mitgenommen. Also, Ariane. Ah, die Namen müssen auch nochmal anrufen. Stimmt. Äh. Generell mal. Wir müssen das halt pflegen, ne? Hallöchen. Ja, hallo. Äh, Ariane hier. Ja, hallo. Ja, wie geht's dir? Gut und dir? Ja. Äh, reden wir nicht drüber. Äh, bist du wieder aus... Äh, bist du wieder gesund? Ich bin Richtung gesund, kann man sagen. Ja, kein Rollstuhl, keine Krücken. Ah, okay. Was machst du denn gerade? Ich bin bei Tyson im Taxi. Was? Ich dachte, ich rufe, nütz die Zeit, du ruf dich einfach jetzt mal an. Aber der ist gleich da, der ist gleich da. Nein, ich, äh... Nein, ich wollte dich halt generell nochmal anrufen und einfach jetzt, äh... Verstehe. Also, ich wollte jetzt nicht, dass du vorbeikommst, sondern dass du bitte verstehst. Also, jetzt wirklich nicht. Nein, alles gut, alles gut. Und, äh... Ja. Ja. Bist du denn im Moment irgendwie in Gefahr? Ist da irgendwas? Ich weiß, du wirst mir sowieso fast nichts sagen. Ich bin ja nicht doof, aber... Ist... Äh, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Nein, also, eben... Ähm... Es ging mir wirklich scheiße, aber jetzt im Moment ist wieder alles cool, ne? Ja, hast du denn genügend Leute um dich herum? Ja. Also, gut. Ne, ich meine, falls irgendwie, keine Ahnung, ist alles ein bisschen strange da. Hat aber jetzt nichts mit Evan zu tun, oder? Äh, nee, nee, nee. Ja, okay. Dann, ja, keine Ahnung, was auch immer da passiert ist, äh... Sorg halt dafür, dass es nicht nochmal passiert. Ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Weil, ich glaube, auch irgendwie, ähm... Weißt du, du hast halt nur einen Körper. Und der ist jetzt schon ein bisschen mitgenommen in der letzten Zeit. Also, wäre cool, wenn du ein bisschen besser auf dich aufpasst. Ja, meistens kann ich, also... Eigentlich kann ich nie was dafür, so, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, gut. Okay, das... Ich... pass auf. Ja, das wollte ich nur sagen. Dann, ähm... Ja, bis gleich, äh... Haltet euch an die Verkehrsregeln. Ja, wir sind gleich da. Ja, okay. Bis gleich. Ja, es ist halt... Ey, ohne Scheiß, ne? Ich würde nicht wundern, wenn der bald gerippt ist, weil der ja wirklich... Der wurde jetzt so oft irgendwie angeschossen und sowas, das ist schon sehr krass. Ich würde nicht wundern, wenn der bald wieder gerippt ist, weil der bald wieder gerippt ist, weil der bald wieder gerippt ist, weil der bald wieder gerippt ist. Ich würde ein bisschen mit der Animation nochmal rumprobieren. Aber die müssen jetzt gleich wirklich kommen. So lange dauert das ja jetzt auch nicht. Rumstehen. Äh... Im Stehen schlafen. Mö. Das ist eher so... Oh, ist mir das peinlich. So, weißt du? Sehe ich hier ein Buch. Stehen M. Ne. Umsehen. Stehen warten B. Das ist ja mal wieder typisch Alice Taxi hier. W3. Ja, es passt auch nicht zu ihr. Ähm. Ähm. Hä? Was war das denn jetzt? Was ist denn... Warum ist denn heute alles so komisch hier? Hä? Hä? Ähm. Ähm. Moment. Ähm. 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 Äh. Ähm. Ähm. Wieso habe ich gesagt, dass sie sich umziehen muss? Es sieht voll nice aus, was die anhat. Ich bin sofort um die Ecke. Wo du vorher gewohnt hast? Ja, ich wohne da, wo ich vorher gewohnt habe. Das war ja eine nice Wohnung, die du da hattest. Ja, die habe ich auch noch. Ja, wie viel zahlst du dafür? Das fragst du dich tatsächlich öfter? Ja, habe ich. Ich glaube mittlerweile 143 oder so. Ja, okay. Nein. Sag jetzt nicht, du brauchst ein Taxi, ne? Ach so. Super, gut, gut, super, super, freut mich. Nimmst du Emma mit? Erstmal, provisorisch. Emma, du steht an der Zentrale. Super, danke, tschüss, hab dich lieb. Was war das denn jetzt? Der telefoniert immer so, das ist ganz normal. Das macht er auch mit Kundinnen. Ich? Ja, teilweise. Äh, ja, wie geht's euch denn so, äh? Super, kannst du, ähm, Genki schon? Ja, an der Kreuzung nötig, eine. So, Götzchen, bis gleich, tschüss. Ist heute wenig los, ne? Total wenig los. Das ist... Ich hoffe, ich muss nicht mal lachen, wenn jemand lacht. Oh, scheiße, nee. Es ist total wenig, ist viel los, also. Weil, wie geht der? So vorne oder hinten, Fahrschule? Also, wenn's geht, hin, also nicht hier runter, sondern... Wunderbar, jetzt war er aber auch hier runter. Mein Gott. Ja, hier, also... Ja, wir tränen gerne nochmal. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Das hab ich nicht gesehen. Hallo, also. Ja, sie... Ja. Ja. Sie sind jetzt auch nicht im Dienst. Das ist auch, ja, ne. Ich bin ein Du. Ja? Was? Ich bin keine Sie. Achso. Hier rein? Schon? Äh, nee, noch nicht, noch nicht. Weiter noch? Hm? Ja? Nochmal weiter, nochmal weiter? Und dann... Hey, hab ich mal gewohnt. Genau, hier einmal wenden. Hier hast du mal gewohnt. Ich wurde grad sagen, darf ich aber nicht. Na da. Wo da? Na hier. Und hier rein? Ja, hier rein. Ja, da wohne ich auch noch. Ja, ich seh das. Meine Güte. Ja, das sagst du ein Löschchen. Genau die, äh, die, äh, vor uns. Ah, okay. Ja, kriegen wir hin. Bis gleich. Tschüss. So, wo? Hier? Ja, genau hier. Ich, ähm, danke schön. Ja? Äh, äh, Moment. Ich, äh, Sekunde. Alles gut, natürlich. Ja, wenn ich bin hier so. Äh, ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh, bei dem Lied muss ich jetzt grad daran denken, als Ariane bei Morten hier in Style war und das so schön war mit ihrem Freund, mit ihren Freunden. Ich muss mit Gareth die Tasche auch wieder geben, ne? Ja, hallo. Waren Sie hier? Ein wunderschönes Hörwitz vom Afrodonus hier. Sie haben angerufen. Ja, genau, äh, haben Sie, Sie haben heute geöffnet, laut Venture, oder? Äh, das ist korrekt in 14 Minuten. Oh, okay. Weil, ähm, ja, äh, ich, ähm, wüsste, was ich kaufen würde, aber, äh, das wäre nämlich, ich würde gerne ein Brautleid für Halloween kaufen, aber ich habe gehört, dass man dafür erst immer diese Anprobetermine machen muss. Die sind, glaube ich, außerhalb der Geschäftszeiten, stimmt das? Äh, genau, die sind außerhalb der Geschäftszeiten. Im Normalfall schreiben Sie uns dazu eine kurze Venture-Mail und dann, äh, kommen Sie auf die Liste und, äh, die entsprechende Mitarbeiter meldet sich bei Ihnen. Oh, wow, okay. Ähm, Moment, ich sehe ja gerade Ihre Nummer auf dem Display. Ja. Ich stelle, ich, ich packe Sie einfach mit auf die Liste, das passt schon. Alles verliebt von Ihnen, danke schön, Sie sind wirklich sehr nett. Alles kein Problem. Äh, geben Sie mir eine Sekunde. Mhm. Fünf und fünf, einmal die sechs, dann neunundneunzig und sechs, korrekt? Genau. Alles klar. Dann sage ich dem entsprechenden Mitarbeiter Bescheid und er wird sich zeitnah bei Ihnen melden. Oh, super, alles lieb von Ihnen. Dankeschön. Ich werde heute sowieso mal vorbeikommen. Ich muss mal wieder meinen Schrank aufhübschen. Aber dann, äh, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ach ja. Hat es nicht gedauert. Bin... Okay. Ich werde erst mal MacGybill's Tasche hier reinpacken. Äh, pff. Die Sache ist, in der Tasche sind jetzt aber auch Klamotten von Ariane drin. Warte mal. Ich werde das hier auch erst mal jetzt hier reinpacken. Dann erst mal die, erst mal die Tasche hier reinpacken und gucken, was wir jetzt gleich so anziehen könnten. Gucken wir jetzt mal auf die Eckerbrüche. Habe ich, habe ich MacGybill gesagt? Äh, Diex meine ich. Entschuldigung. Oh Gott, das darf mir absolut nicht passieren im RP, ne? Boah, das darf mir absolut nicht im... Das darf mir da nicht passieren. Hilfe. Oh Gott. Zweimal? Oh scheiße, peinlich. Ja. Warte denn. 15. 16 Grad, 24 Grad. Oh, ist schon ein bisschen kühler, ne? Das ist kein Sommerkleidwetter. Es ist soweit, nein, es ist immer noch nicht soweit. Es ist soweit, Leute. Weißt du, ich habe was aus dem Schrank gegriffen. Ich glaube, ich glaube, ich habe da irgendwas mitgenommen. Irgendwas zum Schlafen. So, Moment. Wir haben noch den roten Strickpullover. Eigentlich würde ich auch nicht so viel Rot anziehen. Und die rote Kette hätte ich sie gerne tragen lassen. Einfach jetzt just for the rules die ganze Zeit. Ich hätte gerne diesen Pulli, den sie hat. Den hätte ich in rot, diesen weißen Pulli. Wisst ihr, was ich meine? Ja, der ist wirklich voll schön, was sie jetzt anhört. Wo halt nur... Nee, kommt aber auch noch nicht. Das ist zu viel. Stimmt, ich wollte noch was mitnehmen. Das muss sie gleich einmal in den Rucksack packen. So eine kleine kurze Hose. Ich muss auch da keine Brusten und Schuhe für. Ja, hallo. Sie wollen einen Termin für Hochzeitskleider. Ist das richtig? Genau. Das wäre tatsächlich für den Halloween-Kostüm. Ich wüsste, glaube ich, auch schon, welches ich nehmen würde. Aber so allgemein würde ich mich generell mal für eine Anprobe interessieren. Okay. Wann passt das Ihnen zeitlich denn so? Ähm, meistens, ähm, also jetzt, ähm, morgen würde es passen und am Mittwoch. Morgen, 22.30 Uhr. 22.30 Uhr. Okay, ja, das würde klappen. Das ist super. Okay, cool. Okay, danke schön. Da freue ich mich, dass es so schnell geht. Ja, kein Problem. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Bis morgen. Bis morgen, tschüss. Äh, warte. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. so, vorlesen also es ist schon mehr als ein Bonbon oh ok, Arianna hat da geschrieben hat es etwas gedauert, bin zu Hause viele Menschen wollten heute ein Taxi anscheinend, hat sie dann geantwortet und das gerade war noch sagst du mir bitte Bescheid, wenn du dich angekommen willst also bei dir, ok, ich hab da etwas für dich also falls du das haben möchtest oh ist das süß geschrieben, es ist so furchtbar weil man ja weiß, dass dieser Charakter so eigentlich ne, so weiß ich nicht das ist so erfrischend einfach, ich liebe das so, ich weiß aber nicht, was ich Arianna anziehen soll weil irgendwie ist das, weiß ich nicht ich will die nicht mehr, ich will die im Moment nicht so übersexy haben keine Ahnung passt irgendwie nicht ah man, das ist schon ein schönes Oberteil aber das ist irgendwie auch, boah ich weiß nicht jetzt muss ich mir wieder Gedanken machen wegen Klamotten ich liebe es so sehr vielleicht hat mir den Rot aber was eingebaut also es war immer einfach, Arianna einfach hier sexy für Skinner anzuziehen aber das ist irgendwie gar nicht so einfach das mag ich tatsächlich sehr das Oberteil an ihr ich will ja was Rotes mit ihr schon an oh ja, jetzt sehe ich da Leute, das ist ja das ist ja überhaupt gar nicht übertrieben das ziehen wir heute an ja, das ziehen wir nicht an, dass sie passt ich finde es sieht schöner aus sonst passt jetzt irgendwie alles noch nicht so die Farbe der Hose passt nicht ich fange ganz entspannt das App hier an, Leute ganz entspannt oh ne, der Rock ist doof, der war irgendwie fehlkauf oh, die wollte ja jetzt eh nochmal nach Dingens da gehen ne, Afrodonis, die haben wir jetzt auf wir werden aber irgendwas Rötliches holen ach stimmt, die Sachen haben wir ja auch noch gut, der ist rot drauf oh ja, der ist cool ne, die soll schon irgendwie eine Hose anhaben ne ganz normale ich weiß, was wir machen im Tschecho, warte, ich weiß, was wir machen wenigstens lassen wir das hier wieder dann ziehen wir daraus aber auch nochmal was an und zwar das hier und das hier äh, und als Oberteil nehmen wir dann das erst mal für jetzt gleich sieht schon sehr schön aus so, ähm, die Tasche, ja Tasche müssen wir jetzt erst mal hier lassen ach, das ist alles blöd, ey die kommen halt so nicht rein, ne was soll man, was soll man machen dann können wir jetzt auch noch essen aus dem Kühlschrank so ja, ich liebe das Oberteil auch schon sehr nice genug zu essen und zu trinken haben wir auch das ist unfassbar, meine Güte im Briefkasten können wir noch gucken wir können einmal hier durchrufen damit ich jetzt eh nicht abnehmen ok, das ist ganz wild das ist jetzt wirklich wild hä, wieso, aber regulär klingt es doch einfach nur durch ok ähm, also wäre die Abführung doch besser gewesen ja, ja, schon aber alles gut bin ja zu Hause gehen wir nun zum Achtung Donis und was wir da Papa auch vom Hacking abholen muss einfach einfach wirklich noch ein ja, warte mal bitte mal ja, schon Leute nichts passiert und ich verstehe nicht wie so Höschen fliegen gerade es passiert wirklich rein gar nichts so, Ray hat gesagt es ist ruhiger es ist auch tatsächlich etwas ruhiger hier ähm Hallo, Lamy wie sieht es denn jetzt so aus mit den Fahrten ist es immer noch so schlimm ne, besser warum ach so, ja jetzt müsste ich nochmal zum Achtung Donis das Problem ist ich will im Moment nicht alleine fahren deswegen müsste ich euch heute ein bisschen ja, alles gut ok, ich warte da ich warte da wo ihr mich abgesetzt habt alles klar, bis gleich ciao ist das freizügig ich kann das gar nicht mehr ich kann das gar nicht mehr ausmachen ich glaube es ist nicht freizügig es ist halt bauchfrei also es ist alles bedeckt Höschen für Ari ja guck mal mit den schönen Nägeln und so wie was für ein harmonisches Bild das einfach ergibt ne tolle Frau oh ey, meine Güte ey, flippe ich aus sind es eher etwas freizügig aber nur, weil es nicht mein Stil ist ist aber sehr hübsch ich wollte ja nicht mehr so ach man ey das ist echt kacke wir gucken gleich mal was wir da gleich kriegen der clean war ja den roten Pulli das wäre ganz cool schon mal so ähnlich streamen oh Gott, habe ich einen sitzen ja, Prost boah, könnt ihr mir auch rote Nägel bei Ari vorstellen ja, das liegt irgendwie auf der Hand was den des Wortes aber mache ich hier nicht weil ich rote Nägel habe und ich das dann wieder komisch finde so Ariane hat schon irgendwie fast meine Haarfarbe jetzt mittlerweile und das ist mir einfach zu nah dran deswegen jetzt die habe ich halt extra weiß gemacht so ich würde kein weißen Nagellack tragen und deswegen passt das so aber ja, natürlich ne aber sie hat guck mal, die hat immer rot dabei die hat ja immer rote Lippen ne Ari, bitte erwürg mich mit deinen Zoffern was ist jetzt los ich freue mich, dass Ari auch mal helfen kriegt Ich öffne mich mit deinen Zoffern weil wir sind nicht aber wir sind auch wir sind Hey, warte, ich schickt der Himmel. Oh, wirklich? Also eigentlich schickt mich der Flughafen, ne? Hä, warst du... Ich war gerade auch am Flughafen. Wo warst du? Äh, ich komme gerade unten aus der U-Bahn. Oh, ja, ich war vor zehn Minuten oder so, war ich auch unten in der U-Bahn. Super. Ja, äh, hast du Lust mit zum Affordust... Ich hab ne Halloween-Idee für ein Kostüm. Und ich hab Montag... Oh, ja. Genau, Montag hab ich so ne Anprobe beim Affordust. Ich brauch ein Hochzeitskleid dafür. Das ist aber nicht das, was du denkst, sondern was ganz anderes. Hast du Lust mitzukommen morgen? 22.30 Uhr? Morgen, morgen, morgen. Was ist morgen? Montag, ne? Montag, ja. Na klar, ich komm mit. Okay, hast du ein Auto beim Flughafen oder sollen wir dich eben abholen? Ähm, anscheinend holt mich Eddie ab oder so. Eddie holt dich ab? Ja, der ist im Dienst. Oh, okay, gut, äh, ja. Ja, weil ich wollte zum Affrodonis. Ja, aber vielleicht sehen wir uns ja gleich. Okay, warte, ich versteh's nicht ganz. Du hast morgen einen Termin, aber du gehst heute schon hin? Ja, weil ich wollte heute normal shoppen und morgen wäre das für, ähm, ein Brautkleid. So, willst du mal was venturen? Kennst du Beetlejuice? Das mit den Socken da oder so? Mit den Socken? Äh. Ach, ich hab keine Ahnung. Ähm. Nein, Eddie, ich hab kein Gepäck. Davon stopp. Aber das ist nicht mein Gepäck, Eddie. Ich bin ohne Gereis. Wieso soll ich das jetzt mitnehmen? Das ist nicht mein. Ne, nein. Eva, ich weiß jetzt nicht, was verrückter ist. Ist da die Situation oder die Situation hier jetzt gerade? Achten wir nicht darauf, dass ich 80 war, aber da war ein Stopp schnitt. Doch Tyson hat heute echt... 90. Eva. Was ist denn mit Tyson? Der hat heute Nachflash durchgelegt. Oh, das ist doch normal bei ihm, ne? Echt? Okay. Sag ihm einfach, er soll nicht so schnippisch sein, ne? Sag ihm das mal. Okay, Tyson, du sollst nicht so schnippisch... Was ist denn hier los? Ja, sag ich doch. Du sollst nicht so schnippisch... äh, schnippisch sein. So schnippisch werden? Wie sagt wer? Eva? Ja. Achso. Ja, die ist auch im Urlaub. Hat der jetzt aufgehört? Eva, willst du mitkommen gleich zum Afrodonist? Stimmt, die ist im Urlaub. Alles klar, lass mich kurz ankommen und dann komm ich mit, ne? Okay, wo sollen wir dich denn abholen? Zuhause gleich oder so. Zuhause. Ich komme, da ist Montag wieder. Okay, ne, die ist gerade am... die ist gerade da. Ne, zu mir, die hat gesagt, die kommt am Montag wieder. Oh. Na, mir hat gesagt, du hast zu ihm gesagt, du kommst zum Montag wieder. Ist egal, wir parken schon mal bei dir. Ja, ich bin jetzt schon da. Okay, wir kommen mit. Okay, perfekt, das ist klar, tschüss. Warte, wohnt die bei ihr halt noch? Ich denke mal, oder? Hm. Eddie ist bei Alice Taxi? Ja, das... die haben mich überredet und so. Bist du dir hundertprozentig sicher, fährt er denn gut? Weiß ich nicht, ich hab das noch nicht kontrolliert. Oh, oh, okay. Ich glaube, er fährt... Ich weiß es gar nicht. Scheiße, Tyson, wie fährt Eddie denn? Ist der überhaupt schon mal gefahren? Ja, ist er. Alleine? Ist der schon ausgebildet? Also, der holt gerade, ey, woher ab? Ausgebildet ist er, ja. Oh. Oh. Eva wohnt doch hier, oder? Ja, ich... Ich hab keine Ahnung. Ach, das Ding ist schön. Ach, jedenfalls schon. Die Sonne ist so schön heute. Hm. Leuchtet so strahlend hell. Hat er so ein bisschen so... Eine schöne, warme, positive Stimmung war einfach. Mhm. Eva, wo wohnst du? Wo wohnt Harald? Ja gut, da sind wir ja gerade. Super, gut, bis gleich. Tschüss. Ich bin schon wieder viel zu kindisch. Wir haben eine Idee. Um wird schon, und so, ne? Das Leben ist doch wundervoll, was sagt ihr? Ich weiß nicht, ich überleg wirklich in Urlaub zu gehen. Im Urlaub? Mhm. Feierabend zu machen. Ja, stimmt. Ich wollte auch demnächst das Unternehmen schließen. Das, äh, glaube ich nicht. Äh, aber die Urlaub... Wirklich? Nee, glaube ich dir nicht. Du bist ja letztendlich. Ja, aber weil du auch nicht weißt, was alles passiert ist. Aber ich kann es dir eben auch nicht sagen. Ja, okay. Glaub mir, in diesem Moment hättest du auch dein Unternehmen geschlossen. Ach, Lami. Es wird immer alles gut. Du hattest immer irgendwelche Probleme. Ihr habt immer irgendwelche Sachen. Ihr habt ja das Taxi, ihr habt immer... Irgendwas war immer. Es wurde immer gelöst. Das stimmt schon. Warum ist Eddie jetzt hier? Weil wahrscheinlich Ava vorne sitzt, fände ich mich nicht irre. Ich gehe mal jetzt demonstrativ hin. Sehr gerne. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Oh, hi. Hallo, Eddie. Gut, ich steig mal aus. Dankeschön. Ja, ich habe eine Frage. Ich muss jetzt los. Bis denn. Ich habe letztendlich sehr viel gemeckert mit ihm. Oh. Hallöchen. Hallo. Lami. Achso, ja, wie ich vermisse. Achso. Ich wollte mal sagen, lass dir das einfach nochmal durch den Kopf gehen. Aber Urlaub tut manchmal ganz gut. Da... Ich glaube auch. Das klappt mir nämlich auch relativ gut. Wohin denn? Ich glaube auch. War es Urlaub? Ja. Bangladesch. Wirklich Bangladesch? Ja, ich wollte mir das mal angucken. Okay, gut. Wir waren eigentlich in Kentucky. Mach das mal und berichte davon. Eva, wie fährt Eddie eigentlich? Er fährt eigentlich ganz gut. Okay, ja. Also ich würde jetzt sagen, nicht auffällig oder so. Das macht er bestimmt nur alleine. Was denn? Komisch fahren oder so. Na, das kann sein. Solange er nicht mit Gästen komisch fährt, ist doch egal. Genau. Kommt ihr mit rein oder... Ja, kommt doch mit. Wir haben Stress, ne? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich musste gerade voll lange auf das Taxi warten. Ja. Die fahrten dann noch in Palito. Also die haben wirklich Stress. Wir waren dreimal in Palito. Dann sollt ihr mal aussteigen oder so. Ja. Dann... Ja gut, dann bis gleich. Ja, ich wollte gerade sagen, bis gleich. Jo, jo. Oh, meine Güte. Ich hab so gute Laune, Eva. Ich muss... Wirklich? Also, du musst ganz kurz das Kostüm wünschern, ja? Ach so, ach so, ach so, ach so. Genau. Ja, und so wolltest du gehen? Genau. Also, ne, nicht als Beetlejuice, sondern als Lydia, äh, gib am besten Reddress ein. Lydia Reddress Beetlejuice. Aber jetzt gerade will ich einfach nur so shoppen. Den Termin hab ich vom Haus. Oh! Das ist voll cool, oder? Brauchst du ein Flapperkleid? Ne, die hat ja so eine Art Hochzeitskleid an, oder? Oder? Warte, ich... Du kennst das rote Flapperkleid, das ich alles trage, oder? Ja, das kenn ich. Warte, das machst du nicht, aber warte mal. Es sieht halt nicht so buschig aus, aber so vom Schnitt her ist es eins zu eins. Ja, die hat noch einen Schleier auf jeden Fall dabei. Also, sie muss so oder so... Ich brauch den roten Schleier, aber ich hab eigentlich auch einen roten Schleier. Jetzt hab ich gerade schon wieder nicht geguckt, Mann. Aber ich hab den verstanden. Du hast einen roten Schleier? Ja, ich hatte einen roten und einen weißen Schleier, aber ich weiß einfach nicht mehr, wo die sind. Ich hab keine Ahnung, ob die noch bei Larry in der Wohnung sind. Ich weiß es nicht. Aber ich brauch auf jeden Fall einen roten Schleier dafür. Aber ich würd... Ich würd jetzt nochmal gucken, vielleicht haben die ja da nochmal rote Kleider, weil irgendwie bin ich mit allen Sachen noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber wenn die rote Brauchkleider haben, dann würd's halt ganz gut passen. Aber haben die die auch vor Ort? Nee, da haben wir auch noch... Okay, wir schauen einfach mal. Achso, achso, ja, ich versteh schon. Meine Güte. Ja. Ähm... Wie, äh... Ich glaub, ich... Ach, außenrum ist langweilig, aber irgendwann mal. Ich hab hohe Schuhe an, da... Ich weiß nicht, ich brech mir die Knochen gleich. Oh, ja, gut. Oh, hier ist immer noch eine Bank. Meine Güte, ich dachte, wir können jetzt schon hier durch. Wie geht es dir denn? Mir geht's super. Ich hab... Also, äh... Ja. Ja? Ja. Okay, es ist ein ständiges Auf und Ab und teilweise auch sehr viele Fragezeichen und... Aber das kennt man ja. Oh, du Arme. Kannst du mir das eine Lied vielleicht nochmal... Äh... Also, bei Gelegenheit, dass du von dem... Von dem Barbie-Film da... Hallöchen. Was ist... Was ist damit? Das von dem Barbie-Film... Ich würd das gerne nochmal hören von dir. Ähm... Irgendwann. Wenn du Zeit hast, eine ruhige Minute. Also, so... So... So die... Version mit Matthew oder so? Ja. Kannst du die nicht auch alleine singen? Ich mein, ich würd die auch mit Matthew hören, aber der hat bestimmt auch wenig Zeit. Ist schon schwierig, dich zu bekommen. Ähm... Ich hab leider nur so einen Entwurf und ich glaub, da hab ich alles gesungen oder so. Ja. Dann, äh, ohne Matthew. Aber es war nur ein Entwurf, also es war, glaub ich, gar nicht so gut. Ähm... Aber gut, ja, ich... Ja, schau mal. Okay, jetzt gehen wir jetzt mal shoppen. So ist es, ne? Gönn dir. So. Ich hab dir doch das Lied gezeigt, ne? Oh. Was meinst du? Ähm... Naja. Das mit dem... Mit dem Date und so, ne? Ja, ja. Irgendwie fährt Eddie voll auf den ab. Warte mal. Bitte was? Wie? Auf... Auf den Typen oder das Lied? Ich weiß es nicht. Hä? Ist aber ein bisschen, ähm... Ich geh mal kurz zur anderen Seite. Äh, das... Irritiert mich grad ein bisschen, okay? Ich wusste... Naja, Eddie fragt die ganze Zeit nach ihm und so weiter. Und ich glaub, er ist ein bisschen eifersüchtig. Hä? Warte. Will Eddie vielleicht was von dir? Von mir? Nein, ich glaub, er von ihm. Ich mein, vielleicht ist er eifersüchtig, weil, äh... Du das lieb... Eddie hat nie auf mich den Eindruck gemacht, dass er, äh... Ach so, das... Jo, keine Ahnung, ne? Aber... Er hat gemeint, er ist sein größter Fan und er freut sich die ganze Zeit und er will ihn unbedingt treffen und so weiter. Das hört sich an, als wir da in ihrem was antun wollen. Weißt du nicht? Ja, weiß ich nicht, das ist Eddie. Er hat ein Autogramm von ihm, äh, bekommen und er hat sich so gefreut. Warte, warte, ich kann's dir vorlesen. Okay, ich muss einmal hier kurz da vorne mal rum. Er hat geschrieben, du bist... Ja, warte, erzähl nochmal. Du bist die Beste, danke. Ich weine gerade so sehr. Alles in Großbuchstaben. Hä? Okay, das... Das ist wirklich weird. Ah. Ich glaub, ich stell die beiden einfach mal vor und ich schau, was passiert. Ich würde tatsächlich gerne dabei sein, aber, ähm, das hört sich auch wie etwas an, wo ich besser nicht dabei sein sollte. Ich weiß es nicht. Wieso, du kannst doch gerne dabei sein. Ja, ähm... Im Moment sind ein paar Sachen ein bisschen schwierig bei mir. Äh, haben die denn hier rote schöne Sachen irgendwo? Okay, rot, 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 rot. Oh, nix zu rüber? Hallo. Hallo. Hallöchen. Kann ich euch irgendwie helfen oder wollt ihr euch nur umsehen? Äh, mal hier. Ja, hi. Hi. Äh, ja, tatsächlich. Ich, ähm, wollte, äh, irgendwas Schönes zum Anziehen, was ich noch nicht hatte. Ich hab irgendwas in Rot. Ich hab so wenig rote Sachen jetzt mal aufgefallen. Aber irgendwas, was auch zu dem passt, was ich sonst immer trage. Aber irgendwie ist hier grad nicht so viel da, oder? Hab ich es nicht geguckt? Ähm... Ah, schau jetzt noch. Ha, okay. Oh, stimmt. Ihr habt ja die ganzen Passagen, ne? Also, ähm... Oh, warte. Braunrot, Beere. Ich glaub, ich probier mal diesen Pulli hier an. Geht's dir gut? Ja, alles ist gut soweit. Okay. Äh, Cutout-Zeit nie. Oh, warte mal. Weiße Hose? Was haben wir denn da? Da ist so ein Rote. Ja, nochmal. Ach, ähm... Ja? Falls du zu dem Termin kommen wolltest, ähm, der steht jetzt tatsächlich am 28. um 20 Uhr. Der Gerätstermin. Okay, warte. Schreib ich mir gleich sofort auf? Ja. Warte. Also, ansonsten kann ich dir auch von allem mal ein paar graue Sachen... Äh, grau, Quatsch. Äh, rote Sachen raussuchen, wenn du möchtest. Weißt du, das Blöde ist ja... Ich hab viele Sachen schon. Ich guck grad wirklich nur speziell so rot. Ich hab jetzt zwei gegrüben. Warte, was war der 28.10? Ja, genau. 20 Uhr. 20 Uhr. Ist, äh, öffentlich? Ich denke, ja. Sagen wir jetzt alles schon. Okay, okay. Ich, äh, werde definitiv versuchen, da zu sein. Würde mich freuen. Ich, ich, ich richte das ein. Okay. Ähm. Was ist denn dieses Anliegen der schräge Schwierigkeiten? Das ist alles nichts, das muss noch Alltagskleidung sein. Ähm, die neuen Corsagen, die so ein bisschen... Na, die sind auch so sexy scheiße. Ich geb ich, ich geb mir ganz kurz Sachen anprobieren, ja? Ja, klar, mach das. Habt ihr noch auf der anderen Seite was? Oder so? Warte, ich guck hier noch. Äh, da haben wir tatsächlich mehr so Aktionswaren. Oh, alles nur noch 30% reduziert. Oh, da guck ich mal. Da sind aber vor allem sehr ausgefallene Farben, sag ich mal. Oh, ausgefallen ist super. Da ist Elva direkt dabei. Ja, so ist es. Habt ihr einen, ähm, rote Jacken? Oder rote Sakkos oder sowas? Hm, ich könnte dir mal was zeigen. Ich bin sofort wieder da. Okay. Ist da was für dich dabei? Ich schau grad, aber, hm. Na gut, für Sommerkleider ist jetzt zu spät. Hab ich auch gedacht. Ich meine, aber wenn man ein bisschen friert, äh, so weiß man sich ein bisschen schaudert, dann geht's eigentlich noch für ein Sommerkleid, finde ich. Meinst du? Dass wir hätten diese Farbe hier an der Kurve. Ah, okay. Nee, das wär's nicht so. Das ist für mich tatsächlich zu, dass, man merkt dann, dass ich mir extra was Rotes geholt hab. Das, das wird nicht passen. Aber steht dir wirklich wunderbar. Danke. Warte, man merkt, dass du dir extra was Rotes geholt hast, wenn du dir was Rotes holst? Äh, ich hab grad so ein Kleiderschrankprojekt und, äh, merke tatsächlich, okay, welche Farben fehlen mir hier grad noch. Und ich hab tatsächlich wirklich sehr wenig Rot. Als nächstes mach ich dann Neongrün, aber jetzt ist gerade erst mal Rot. Gut, ich geh mal ganz kurz in die Kabine. Neongrün? Okay, gut. Ja, ja. Als nächstes Neongrün. Ariane kriegt zum Geburtstag was in Neongrün. Ach ja, das war ja das, was nicht so Rot. Das war schon Rot, aber irgendwie auch nicht Rot so. Ich weiß nicht. Kann ich rausgehen? Nee, das seh ich nicht. Seh ich nicht. Eine rote Kette wär's jetzt halt. Irgend so ein kleiner Akzent. Ich würde schon, ich find's irgendwie niedlich, wenn der jetzt immer irgendwie so eine ganz kleine Kleinigkeit trägt einfach. Vorne auf den Cue. Ja, mehr Orange ist es wegen meinem, ähm, äh, Filter hier. Oh, hat's. Gut, bedanke ich mich, ja? Schön alt, wünscht ich noch. Irgendwie ist, äh, die Auswahl gar nicht mehr so groß. Ich glaub, die haben euch alles weggekauft. Ja, das stimmt. Wir sind ja auch grad beim Absortimentswechsel. Absortimentswechsel. Was genau heißt das denn? Ähm, heißt so viel wie sommerliche Sachen mehr oder weniger raus und so Herbst-Winter-Sachen rein. Gut. Ja? Ich werd schon mal ersparen. Äh, ich geh mal kurz noch mal nach vorne bei der Unterwäsche. Ja. Hallo? Also, Sami hier, was kann ich für dich tun? So, ah, die Ohrringe bei Ariane kommen jetzt auch wieder neu. Ich komm mal. Guck, ob das Schmuckgeschäft vielleicht auf hat. Die hat sie ja, die ganzen Sachen. Ja, ich seh's, Leute. Was? Den hab ich immer im Schrank. Oh mein Gott, da sind die ganzen Tücher, oder? Ja, ja. Es sind auch wieder ganz viele drin. Muss mal gucken. Ach du Scheiße, wenn's dann in... Oh mein Gott. Ich lebe für die Tücher. Meine Güte. So sehr, dass ich schon gar nicht mehr sprechen kann. Ich hab heute auch Wortfindungsstörungen, das ist ganz schlimm. Ja. Es ist komisch. Manchmal denkt man schneller, als die Zunge sich bewegen kann. Und dann kommen komische Worte raus. Oh, das fühl ich. So Kombinationen. Gibt's irgendwas, was du nicht haben möchtest, was du, äh, noch nicht hier gekriegt hast? Nö, also ich bin mittlerweile echt nüchsam geworden, weißt du? Damals, als ich meinen Schrank verkauft hab, hab ich mir geschworen. Also, ich hab nicht meinen Schrank verkauft, ich hab den Inhalt verkauft. Den ganzen Inhalt? Nahezu, ich hab 8000 Dollar dafür bekommen. Sophie, wie Max mir noch schuldet, krass. Es war, ja, also, da mussten zwei LKWs kommen. Wer hat das denn gekauft? Der Thriftjob. Oh, okay, das find ich immer cool, dass du das gemacht hast. Und du vermisst... Eva! Ich hab die... Oh. Hallöchen. Hallo. Ach, du bist auch hier? Was geht? Ja, komm doch rüber. Gleich. Okay, gut. Ich komm mal kurz auf den Schmuckladen jetzt auf, halt. Ich muss shoppen, Eva. Ich muss einfach... Boah, ich boykottier den Laden. Also, Kronjuwelen boykottier ich. Kronjuwelen, okay, dann guck ich, ob hier vorne... X Games hat seit Monaten nicht mehr offen. Hallöchen. Ach, das stimmt, ja. Hallo? Oh, was hast du gefunden? Oh, ich hab mein Halloween-Kostüm dabei. Und jetzt probier ich noch die Accessoires dazu an. Ah, ist okay. Ich will wissen, was es ist. Ich hab meins auch schon, aber ich kann's noch nicht. Was ist es? Kann's noch nicht? Ich geh das mal anprobieren. Pass gleich. Ich bin gespannt. Eva, wie sieht es bei dir aus mit den Halloween-Kostümen? Ähm. Ja, also ich hab meins, ja, ne? Also hast du jetzt alles beisammen schon? Das Brauteil? Naja, ja, und einen Schirm. Wobei, den Schirm hab ich Harald geschenkt. Ich müsste einen neuen kaufen. Oh, ich wollte mir auch noch einen Schirm holen. Hast du denn ein, äh, einen Schleier? Ich hatte nämlich noch ein Wälderchen auf. Ein Schleier ist eine gute Idee. Oh mein Gott, so weit hab ich gar nicht gedacht. Den kannst du doch morgen holen. Oh mein Gott, ja, dann schau ich morgen. 22.30 Uhr was, ne? 22.30 Uhr, schreib's dir auf. Muss ich mir aufschreiben, sonst merk ich mir das nicht. Ja, und ich brauch irgendwas Rotes. Ich frühe mir ein bisschen den Arsch ab. Ich wollte eigentlich so einen Uni haben. So, lass dich nicht irritieren, aber so hilft mir das. Ja. Oh, warte. Hast du das? Ja, weißt du, dann schau ich einfach in unseren Verlauf und dann seh ich, ah, 22.30 Uhr. Okay, gut. So kann man's auch machen. Ist vielleicht sogar besser als die Notizfunktion, wo man dann selber nochmal drauf muss. Ja, vor allem mit den Daten da und dann mit den Angepinnten. Das ist ganz schlimm. Ich check das nicht. Wie cool ist das denn? Das ist ja voll nice. Und dann kommt da noch ein roter Ballon dazu, den hab ich auch schon. Oh, Mann ey. Und dann sind wir noch Pennywise. Wow. Okay, das ist sehr cool. Die Schuhe passen nicht so gut, oder? Doch, eine Schuhe. Kennst du schon? Die sind ganz süß, ja. Okay. Ich wollte halt so durchgängig haben, so. Ich kann nicht auf den Ohren hacken, den ganzen Arm. Das ist furchtbar. Du bist sehr kreativ. Naja, die sind ja mehr oder weniger durchgängig, ne? Oder? Ja, als würdest du auf Schäßen laufen oder so. Und ich werde mir nicht die Beine berechnen, ich weiß, ich muss Leute hinterher hin und schreien und so. Okay. Als nächstes müssen wir nach Prolabs. Oh. Oh, da bin ich dabei. Up to date. Die machen Halloween-Kollektion. Die haben so einen Post gemacht. So hat die gesagt, so, wir suchen Halloween-Kostüme und Prolabs hat er drunter gepostet. Bleib gespannt. Oh, ich wollte noch eine Sache anprobieren. Eine kleine, eine kleine Sache. Mach's mal. Eine kleine, kleine. Schon passen. Okay, jetzt ruf mal. Oh, er fragt mich die ganze Zeit was. Das heißt, ich kann zurückschreiben. Ich nerve nicht, weil er fragt mich ja was. Das hört sich doch gut an. Oh, wieso freut mich über jeden Fall? Ich hasse mich. Okay, lass uns gehen. Ich bin enttäuscht. Ähm, ja, okay. Okay. Ach, wir brauchen ein Taxi. Ja, stimmt, stimmt. Oder ist Emma mit einem Taxi da? Mal gucken. Sie ist jetzt nochmal in die Umkleide. Nicht, dass sie jetzt denkt, wie wir warten und dann sind wir einfach weg oder so. Ach so. Ähm. Aber sie zieht sich ja nur wieder aus, oder? Ich glaube, ja. Und dann muss ich noch bezahlen. Ich rufe trotzdem schon mal Lami, ja? Ja. Muss ich kurz auf eine SMS antworten? Es ist voll der schöne Tag heute. Voll das tolle Wetter. Oh ja, der Sonnenuntergang ist wunderschön. Wir bräuchten unsere Chauffeure wieder. Okay, okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich guck kurz mal auf mein Konto, ja? Mhm. Boah. Ich hab gedacht, du singst jetzt weiter. Äh. Äh. Ich bin komplett aus dem Takt gekommen. Ich will dich singen hören. Ich hab nämlich jetzt ganz, wie weißt du, als ich in Kentucky war, hab ich unterwegs in meinem Flug, hab ich ganz viele Billie Eilish-Lieder gehört und jetzt bin ich voll drauf und hab ich mir das die ganze Zeit mit deiner Stimme vorgestellt und dachte, oh, ist das so schön, wenn ich jetzt selber singen hören könnte. Und dann muss ich... Ach meine Güte. Dann muss ich an einen Bühnenauftritt denken und muss ich denken, da hast du dieses Lied gesungen und ich kannte das bis dahin nicht. Ich fand das wohl schön und dann hatte ich das irgendwann in diesen Filmen gesehen und fand das noch schöner und jetzt will ich das nochmal von dir hören. Du kanntest das bis dahin nicht? Nee. Oh. Ja, das ist das erste Mal tatsächlich bei dir gehört. Oh, meine Güte. Dann war es ja eine Premiere. Ja, und zwar eine sehr gute Premiere. Wurscht ja eigentlich Haralds Auto immer noch da vorne. Was? Das Grau ist doch das von Harald, oder? Ist es das? Oh, das merke ich mir mal. Also, zumindest gab es immer so eine Situation, da hat vielleicht mal jemand gesagt, sie dürfen mit dem Auto nicht mehr weiterfahren. Habe ich so nebenbei mal mitbekommen. Dann lasse ich mir schön den Schlüssel geben, meine Güte. Ja. Weißt du eigentlich, wann da vorne dieses Restaurant aufmacht? Was für ein Restaurant? Also, da vorne, auf der anderen Seite, da. Oh, meine Güte. Also, ich bin blind, ne? Ich bin aber auch echt selten hier. Ja, Hallöchen. Ähm. Super. Wusste er das nicht? Also. Ah, nee. Lamy wusste doch, dass wir zu zweit sind. Ja, eigentlich schon. Ich hatte gerade kurzen, kurzen Herz, oder? Warte mal. Wieso, wieso? Ist das jemand von der Staxi herkommt? Ja, das sind Eric und Mike. Also, der da hinten sitzt? Ja, das ist Mike. Oh Gott. Okay. Das sind Mitarbeiter. Ja, gut. Alles klar. Oder hast du gedacht, das wäre jetzt ein Fahrgast? Ja. 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 Wer hat dich gedacht, ähm. Ja, sonst können wir ja immer fragen, ob sie vielleicht, ich weiß nicht, ob sie... Oh. Hattest du jetzt hier? Oh, Mensch, danke schön. Kein Thema. Dankeschön. Bitte. Hallöchen. Hey, wollt ihr was wissen? Was denn? Im Fall der Fälle wäre ich steif wie ein Brett. Gut. Was denn? Chloe hat gekündigt. Historia. Oh, wieso? Sie keine Zeit? Chloe McCree. Keine Ahnung, die hat nur geschrieben, dass sie kündigte. Alice Taxi, äh, 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 ich hab meinen Namen vergessen. Hallo. Super. Alles klar, bis gleich. Wollten wir nicht zu Up-to-Date? Ach so, nein, wir wollten zu Prolips. Genau, Prolips hat offen. Ach ja, so, weißt du, also... Ja, stimmt. Ja, die hat wohl einfach gekündigt per Mail, ne? Aber ist sie denn gefahren? Nein. Nein, sie hat die Ausbildung gemacht, dann war sie im Urlaub und dann, keine Ahnung. Ich habe sehr viele Fragen gerade. Ja, ich habe in meinem Kopf aber auch sehr viele Antworten. Ist das so? Äh? Naja, vielleicht hat sie es... Oh, ja, kennst du ja was Fragen. Welche Fragen? Nee, ich habe Antworten für... Warum? Also, ach egal. Ja. Ich habe vielleicht auch gerade den Kopf nicht für Antworten, ich weiß es nicht. Ähm. Ähm. Gut, ich bin gerade ein bisschen, äh, erschrocken über mich selbst. Wegen? Wegen an der Situation, die gerade passiert ist und wenn sie, äh, in ernster Art und Weise mal passieren sollte, bin ich steif wie ein Brett und kann mich nicht bewegen. Aber ich muss nicht mit meinen Psychologen reden. Was ist denn passiert? Viel. Vieles passiert. So wie bei dir viel passiert, ist es bei mir auch viel passiert. Das ist nicht gut. Nein, das ist ganz im Fall nicht gut. Aber, äh, manche... Gute Person. Ja. Hallo? Ja stimmt, warum eigentlich? Ja gut, vielleicht ist Emma oder so da drin. War etwas einsam abends. Achso, kannst du dir FD geben, bitte? Achso, das hört sich gut. Scheiße, Emma war wirklich mit dem Taxi da. Ja, und wenig war etwas einsam abends. Was hast du gesagt? Achso, ja, wir kommen gleich wieder her. Alles klar, danke dir. So. Perfekt. Vielen Dank, bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Du kannst jetzt leise zoomen, das Lied. Ach man, ich würde es wirklich gerne nochmal... Also... Ja, wie gesagt, wenn du irgendwann... Sag mir Bescheid. Ich würde es gerne nochmal... Okay, warte. Ja. Lasst uns das in der Taxi-Zentrale machen. Ich will mich dabei gemütlich hinsetzen irgendwo. Achso, okay, gut. Okay, ja, dann geht's. Nice to date. Oh, hier gab es doch ganz viele Hemden, oder war das up to date? Ja, müsste eh nicht gewesen sein. Ich gehe mal kurz... Meine Bitte, sieht gut aus. Sollte mir auch mal wieder meine Haare anders machen. Oh. Guck mal kurz bei der Dame da vorne. Mhm. Bei der Simpulie. Ich schaue. Ja. Ich gebe einfach mal die Tasche rüber, würde ich sagen. Ja, oder so. Gönn dir, Ray. Leg sie dann einfach in die Kasse. Schön, dass du hier bist. Ich habe auch gleich was für dich. Okay. Entschuldigung, ich würde es nicht zu laut werden. Oh, kommt gut. Okay. Oh, das ist ja echt immer... 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 Oh, scheiße. Ah. Hallo, Ariane. Hallöchen. Andi, Sekunde, ich muss kurz telefonieren. Ja. Maria, ich habe auszusehen geklaut. Ich bringe gleich die rote Korsage wieder. Ich bringe sie gleich wieder, okay? Entschuldigung. Okay, alles gut. Kein Problem. Ich bin echt... Ich habe gerade auszusehen, was beim Afoto ist geklaut. Oh, scheiße. Ja. Ja. Hallöchen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ich bin die Grace. Ja, ja doch. Ja. Ich habe vor dem Junggesellenabschied. Ich heirate am Freitag. Und ich muss Sachen verkaufen. Ach, jetzt habe ich auch das Gesicht vor Augen. Jetzt habe ich das Gesicht vor Augen. Jetzt macht es auch mehr Sinn. Bei Namen ist es immer so schwierig bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Junggesellen. Du verkaufst was. Ja, ich habe noch ein Blaubeermuffin. Ich habe Halloween Nuggles. Ich habe Massageöl und Rosen. Ich würde den Muffin tatsächlich nie... Ach, dann bist du der letzte Muffin. Ich hoffe, es ist okay. So, wie viel macht das denn? Was du möchtest. Ist für die Hochzeit. Okay, dann bitteschön. Ich danke dir. Ich habe ich gerade leider nicht. Alles gut. Hallo, Faisch. Ja, hallo, Johanna. Wann ist die Hochzeit denn? Am Freitag. Am Freitag. Da wünsche ich schon mal... Ja, eine schöne Hochzeit wünsche ich einfach mal. Ja. Okay. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, das wird schon. Wenn man da vorne steht, ist... Also, ich keine Ahnung. Ich habe noch nie geheiratet. Aber stellst du mir einfach vorne. Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. War schon. War okay. War okay. Ja, einfach den Moment genießen. Ja, das wird schon. Das wird schon. Okay. Ich will mal ganz kurz hier weiter... Ja, mach mal. Mach mal. Ich danke dir fürs Abkaufen. Kein Problem. Gebt ihr so ist, sonst suche ich mich hier dumm und dämlich. Ja, ich glaube auch. Das ist diese eine Jacke hier nicht. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Hier. Sieht gut aus. Dankeschön. Schwarzerlech. 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 Roterlech. Oh, nee. Schick. Ja. Ist aber auch schick. Dardinia wollte ich in Rot. Magenta. Ah, den haben sie nicht mehr. Oh, oh, oh. Roter Cheap. Nee. Noch nicht. So. Weiter Alarm. Weiter Alarm. Hallo. Okay, das sind jetzt viele Leute. Ich wollte eigentlich noch mit Ava. Boah, ich freue mich gleich auf. Äh, Moment. Ich bin wirklich ein Muffin in der Hand. Wie süß ist das denn? Okay, Moment. So, ich hoffe mal. Ah, nee, den nicht. Okay, dann. Geh mir den hier mal mit. Eva, ich muss gleich noch mal zum Afrodonis. Ich habe aus Versehen eine Passage geklaut. Ich habe gerade schon anguckt. Ich bin schockiert. Mega peinliche Sache einfach, ne? Ich hasse es immer, wenn mir das passiert. Dann gehe ich mal zum Dings. Wirst du mich nicht das erste Mal passieren? Mir ist es auch schon mal passiert. Echt? Absurd gemacht. Ja. Wirklich? Ja. Bin ich gefragt. So. Kommt ab Strickjacke. Oh, weißt du, ich habe mittlerweile so einen speziellen Style. Okay, das klingt, als hätte ich einen Style, ne? Du hast einen Style wie keine andere. Du hast einen Style. Es ist schwierig, einkaufen zu gehen. Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Du, äh, vor allem hier jetzt, ne? Ja, so. Ich glaube, up to date ist vor dem Laden. Aber das ist doch eigentlich so im Grunde genommen hier ähnlich, oder? Jetzt mal die Jacke hier an. Oh, die habe ich auch. Das ist eine Unterkofferjacke. Hey, das ist ja voll süß. Soll ich die holen? Wie viel macht das? Das ist irgendwie mit meinen Haaren doof, oder? Ich bin irgendwie, hey, das ist ja wie Rotkäppchen. Ja, stimmt. Ja, die hole ich mir auf jeden Fall. Habe ich einen Murmelkopf da drin? Nö. Und du brauchst noch eine große Sonnenbrille und dann passt das. Oh. Ich glaube, ich warte noch mal. Und die Hände in die Taschen. Hände in die Tasche. Also du meinst, äh... So, und dann läufst du die ganze Zeit so rum. Das ist, wenn ich nicht erkannt werden möchte. Ah, ach so, warte, da habe ich sie mal gesehen. Das hattest du doch mal an, als die da bei Barbara in der Ecke waren, oder? Oh ja, die habe ich manchmal an. Wenn ich, wenn mir nicht so nach sozialen Kontakten ist, ne? Fühle ich. Und dann noch fett mit der Sonnenbrille und dann... Ja gut, da kennt man mich vielleicht, aber man... Irgendwas ist komisch mit ihr. Wir sprechen sie mal lieber nicht an. Weißt du, ich würde dich trotzdem ansprechen. Ich würde dann sagen, hallo, bist du ein Rotkippchen? Oh. Weißt du, darauf wüsste ich keine Antwort, ne? Was gibt es auch in anderen Farben? Was meinst du? Ja, die Jacke, die du gerade anhattest, die ich auch habe. Ich gehe die mal schnell anprobieren. Ja, mach das mal. Das steht dir, meine Güte. Oh mein Gott, ich habe gerade... Ja. Was? Nee, ich habe gerade nicht nachgedacht. Ich habe mich hier einfach... Ich habe das einfach über mein Oberteil gezogen. Naja, du kannst es ja auch dran halten, weißt du? Ja, ja. Ja, nee, das sind... Das müssten die hier sein. Das gibt es leider nicht in Rot. Das gibt es in Rot, aber das ist halt nicht hier leider gerade. Jetzt sehe ich aus, als ob ich mit Harald zusammenwohne. Das ist ein bisschen der Tracksuit-Style, oder? Ja, da sind nicht auf. Ja, da sind das nicht gravitiert. Und dann bis zum nächsten Mal. ... Hallo, schöne Frau. Hallöchen. Oh, schönes Oberteil. Aber ich weiß nicht, ob du das schon hast. Warte. Ich hatte nämlich was rausgesucht. Und hatte an dich gedacht. Da. Oh, die kenne ich. Ich habe das tatsächlich nicht. Aber warum machst du das? Weil ich das gesehen hatte. Und an dich dachte. Und deswegen gekauft hatte. Und ich nicht damit gerechnet habe, dass ich dich heute sehe. Hä, wie süß das denn? Dankeschön. Gerne. Danke, will ich. Dann muss ich dich nochmal umarmen, ne? Ja, du Süßi. Ja, ist super, dass du uns hier treffen. Ja, ist so. Ja, ich sortiere gerade meinen Schrank nach Farben. Ich habe mir gerade so einen schönen roten Pulli geholt. Oh, sehr gut. Ja, und jetzt schaue ich hier halt noch so ein bisschen, was es so gibt. Weil ich habe so viele schwarze Klamotten einfach. Ja, ich fühle das. Ich habe auch sehr, sehr viele schwarze Klamotten. Ey, die Hucki, du Anna, ist das voll... Die ist wirklich sehr nice. Die gibt es auch. Die gibt es hier, wo die anderen Damen davor stehen. Ja, aber bei mir sieht es ja so doof aus. Ich glaube, ich hole mir gleich auch mal eine Dinge in so eine, so eine, äh... Wie heißen die nochmal? So eine Tasche. So eine Umhängetasche? Hm, genau. Hm. Vielleicht haben sie ja die, die ich habe, auch da. Weiß das schon. Hallo, Frau Barnes. Hallo. Na gut, ich muss dann mal auch wieder weiter. Aber... Wie gesagt, schon bezahlt, ist für dich. Dankeschön, wirklich vielen, vielen Dank. Danke. Sehr, sehr gerne. Oh Gott, wie peinlich. Dann habt noch viel Spaß hier, Chey. Ja, danke schön. Ihr auch. So gut. Danke, Ray, danke. Was ist los, Eva? Ich bin gerade in die Umkleide gelaufen und da hat gerade ein Kerl seine Hose ausgezogen. Hast du was gesagt? Ich habe gesagt, oh Gott, Entschuldigung, und ich bin wieder raus. Oh. Äh, das ist ein bisschen... Rechts von dir steht er, rechts von dir steht er. Au, au. Aber der, der sagt ja jetzt nichts, also... Oder? Er hat gar nichts gesagt, vielleicht ist er sauer. Der hier, also... Entschuldigung. Ist der rechts von mir? Ja, der Typ. Der Hose. Mach dir da mal keine Gedanken. Ich trage mich nicht mehr in die Umkleide. Das war es für mich heute. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Ich erguck noch mal... Das Schlimme ist, es passiert mir ständig. Du musst das... Mach das so wie ich. Guck unter den Kabinen. Hab ich ja, hab ich ja. Aber der hat irgendwie keine Ahnung, weiß nicht. Entweder stand er so weit hinten oder seine Schuhe sehen aus wie der Boden. Ich weiß es nicht. Oder der macht wie ich, um sich ganz im Spiegel zu sehen, stelle ich mich nämlich auch manchmal immer auf diese Sitzgelegenheit da. Was, echt? Ja. Der hat das auch gemacht. Oh Gott. Wie viele gehen bei dir versehentlich rein? Gott sei Dank noch keine, die ich... Wirklich? Ja, würde ich auch nicht wollen. So, ich geh mal kurz nochmal da vorne gucken. Moment. Ja. Ja. Wobei, ist alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut und bei Ihnen? Ja, hervorragend. Hat man ja lange nichts mehr von Ihnen gehört. Nachdem ich das letzte Mal mit dem Herrn Leaks zusammen nach... Sie nach Hause gebracht habe und alles. Ja, den muss ich auch mal seine Tasche langsam wiedergeben. Nee, ich war in Kentucky jetzt so ein paar Tage. Gar nicht mal so lange. Ja. Und jetzt wieder unterwegs und erstmal ein bisschen den Schrank nochmal aufhübschen. Ein bisschen Therapie-Shopping. Ja. Ja, wenn Sie Hilfe brauchen oder so bei der Beratung, wenn Sie etwas suchen oder irgendwas noch brauchen an Schnitt oder Farbe der Kleidung, einfach Bescheidung, okay? Aber ist sie hier? Ja, tue ich. Nice. Als Zweitjob arbeite ich bei ProLabs. Nebenbei vom PD. Ich brauche tatsächlich was. Es gibt doch diese Strickpullis, nicht die mit dem Ausschnitt, aber die, die so bauchfrei sind. Die haben wie so einen Mini-Rollkragen. Die gibt es tatsächlich da vorne. Den hätte ich gern in Rot. Ja, dann kommen Sie mal kurz mit. Dann, ich muss auf ein Etikett nämlich gucken, welcher das genau ist. Im welchen Regal liegt der denn? Äh, das ist tatsächlich im zweiten Regal. Geh doch mal ran. Ah, die lockere Strickpullover. Crop. Genau, genau. Achso. Genau, gar kein Problem. Ähm, in Rot haben Sie gesagt, ne? Ich kann mal kurz gucken, was wir denn da haben. Äh, ja. Nein. Also, den hätten wir tatsächlich. Äh, äh, äh. Ich lese dir mal vor, was wir so haben. Blass, rosa, schwarz, beige, hellbraun, braun, cremeweiß, weiß, hellrosa, lachsrosa, fuchsia, fuchsig, senfgelb, gelb, zitronengelb, oliviengrün, kaki, türkis, ozean, blau, hellblau, blau, dunkelblau, rosa, magenta, lila. Moment, jetzt ist da kein Rot dabei, aber alle Farben, die es gibt. Als Baum. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Vielleicht lassen Sie den einfach jemand anziehen, brechen ihn in die Nase, dann ist der Rot. Ja, das stimmt. Moment, also, sie nicht sagen, ja, ich sollte da nicht zustimmen. Ja, okay. Nee, dann hätte ich so einen Teil, also ich habe gerade einen Teil von Frau Carter geschenkt bekommen, äh, ne, nicht, dass sie denkt nicht klau. Ähm, das habe ich bei und ich habe eine... Spätestens dann piept es. Ja, okay, weil ich habe nämlich auch noch eine Passage dabei von Aphrodonis, die habe ich auszusehen geklaut, die muss ich gleich noch wegbringen, aber dann würde ich jetzt mal das überteil kaufen, was ich gerade geholt habe. Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, natürlich, auf jeden Fall sieht man sich dann im Dienst. Ja, super, danke schön. Passen Sie sich auf, Frau Barnes. Gruselige Vorstellung. Wieso? Hallo, Frau Becker. Ja, weiß nicht. Das ist doch nicht gruselig. Immer noch Becker. Ja, Becker, Entschuldigung. Ähm, ja, doch, irgendwie, denn so ein bisschen schlau und so. Alles klar. Ja, das weiß ich, so gut, dann bis gleich. Pablo, ich komme gleich nochmal wieder, ja? Hallo. Hey. Ich hätte nur einen Teil und zwar diesen Pulli hier. Alles klar. Sekunde. Ja. So, dann ist bei dir... 392. 392? Ja. Perfekt noch. Dann kann ich dir das direkt geben. 94 Dollar. 94 Dollar. Äh, diese Taschen, äh, die habt ihr die auch noch hier? Das ist die Pulli-Labs-Taschen. Ja. Äh, was soll ich mit dem Dollar geben? Davon würde ich mir eine in Rot noch mitnehmen, wenn ihr da nochmal noch eine habt. Alles klar, ich schicke die mal so ein bisschen ineinander. Ja, haben wir. Gebe ich mal drüber, guck mal, ob das, oder beziehungsweise ich zeige sie dir kurz, dann kannst du mir sagen, ob es die ist. Neust. Ja, perfekt. Genau die. Okay, dann packe ich dir das auch gleich einmal da rein. Und dann, Moment, kommt das noch obendrauf. Hallo. Hallo. Das passt so. Ja, danke. Ähm, ich habe dir das mal in eine Tüte gepackt. Ja. Äh, was habe ich gesagt für den Pullover? Moment. 94. Ähm, 94, dann kommen doch die Tasche dazu, dann sind es 658. Okay, bis sofort wieder, ciao. Jawohl. Bis gleich. Bis gleich. Das ist soweit durch. Was soll ich da reingucken? So, Ariane glücklich. Das ist so einsam. Die Tasche ist da sehr, sehr teuer. Hallo, Ariane. Hallöchen. Hallo. Ja, ja. Tag und Tag. Einzelzimmer. Antizimmer. Und ich war irgendwie jetzt mit meinen Gedanken. Das hat mich so kurz angewohnt. Hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Darf ich heute nochmal bei dir schlafen? Ich schlafe auch im Bett. Nur abends heimlich die Treppe runter. Das hat sie nicht gedacht. Ich schlafe auch im Bett. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe verschiedene Checks tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wann ich die mit ihr anbringen kann. So wie Checcuccino und sowas. Aber müssen wir mal gucken, ob vielleicht irgendwann eine lustige Weiterstreife ist, wo nicht so viele Leute da sind, wo sie mal El Checo oder Checcuccino sagen kann. Oder Checcuccino oder so was. Solche Sachen. Das habe ich gesehen. Das war 658, richtig? Yes, genau. Oha, vielen Dank, danke schon. Dann einmal die Tasche. Der Pudel ist da schon drin. Okay, danke schön und einen schönen Tag. Ja, sehr gerne. Hebenso, danke. Tschüss. Ciao. Ich weiß es ja nicht, weißt du? Äh, bin ich weggegangen? Ja. Sag Bescheid, ne? Nö, nö, alles gut, alles gut. Ich muss noch die gestohlene Ware gleich zurückbringen. Oh. Bist du mit dem Taxi da oder privat? Äh, mit dem Taxi. Eddie holt... Ja, dankeschön. Okay, weil wir müssen noch mal wohin müssen. Äh, ja. Ja, wie wird er dann besser? Boah, ich will meine schwarzen Ohrringen wieder zurück, Karl. Mann, das nervt mich so. Hast du die Ohrringen hier? Ja, ich habe schon von Hon so... Äh, äh, Katze aufgehohnt. Oh, Charly. Wo bist du? Ja, was geht? Hi. Äh, nichts, bin gerade aufgestanden. Ach so, okay, dann, äh, sie zu und so, ne? Am Arbeiten. Ach so. Äh, bei, äh, Sachsen? Mhm. Ach so, ja, davon werden wir gleich auch abgeholt. Nee, äh, ich wollte nur ein Lebenszeichen tatsächlich. Äh, ja, war zwischendurch kritisch, aber... Sicher, dass das nicht lange dauert? Wie, wieso war es zwischendrin kritisch? Was ist jetzt wieder passiert? Angeschossen. Wie, wann, wo, wie, wann, wann? Äh, erst, also von einer Woche an, ja, Centi. Äh, äh, oh Gott. Aha. Äh, wie, warte mal. Hi. Ja? Wo? Was denn? Ja, ich bin gerade ein bisschen perplex. Äh, wie geht es dir? Ja, ja, mittlerweile wieder ganz gut. Mein Tattoo, also mein Hirsch auf der Brust, der schielt jetzt halt ein bisschen, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Und ich war halt eine Woche im Emdi. Äh, war das irgendjemand, der was gegen dich persönlich hatte? Oder konnte man das Dingensbums dazu nennen, oder? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, das waren, glaube ich, einfach nur Leute, die... Äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, das war irgendeine Gang oder so. Und die haben dann Lamy aus dem Rollstuhl getreten und Becker und ich wollten helfen. Dann haben die versucht, uns zusammenzuschlagen. Ich hab so eine... Oh, bist du gerade im Dienst? Äh, nee. Okay, dann hab ich so eine Bitch von denen getasert und, ähm, dann haben die angefangen, uns abzuknallen. Und Becker und mich hat es halt erwischt. Äh, okay. Und der eine Typ von denen ruft mich jetzt die ganze Zeit immer noch an, weil der meinen Taser haben will. Äh, weißt du, weißt du, von welcher Gang das war? Ähm, theoretisch, ja. Ähm, ich weiß halt nicht... Also, fragst du das jetzt gerade als Arjano oder als Officer Barts? Oder Detective, oder? Äh, ja, natürlich frage ich das aus beiden, aus beiden Sichten. Also, äh, wenn das welche sind, wenn dir nämlich nochmal was passiert und du sagst, keine Ahnung, die hatten den und den Akzent oder Dingens, dann kann ich da irgendwie in die Richtung das schon mal zuordnen und eventuell in Gegenden... Ähm, warte, Emma, ich telefonier gerade noch. ... oder so. Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich denke, dass da jetzt gerade nichts mehr kommen wird. Ähm, ich ignoriere halt die Anrufe. Ich meine, wenn er jetzt nochmal anruft, dann gehe ich ran und dann frage ich ihn halt, was sein Scheißproblem ist. Okay, ja, scheiße, pass auf dich auf da auf jeden Fall. Ja, das mach ich. So, allgemein, pass auf dich auf, hab mit nichts Idealen irgendwie zu tun oder sonst was. Oh Gott, warum? Ja, Mister. Also, ich meine, natürlich nicht, aber... Ja, scheiße, wir müssen... Scheiße, ich muss los. Warte mal eben. Warte, hab ich kurz... Hab ich hier alles bezahlt. Ja, ich hab beim Affordonis aussehen geklaut, da müssen wir jetzt hinfahren. Ähm. Okay. Ja, peinliche Sache. Statt nämlich gerade der Chef auch davor und das ist mir nicht, dass das alles mal passiert. Okay, dann, äh, ja, sorry, sorry, ähm, dann, äh, ich meld mich später nochmal bei dir, aber, äh, wäre cool, wenn du dich mal nicht anschließen lassen willst. Es ist schön, dass ich das gleiche dir sag, wie ich Lami gesagt habe. Äh, ja, ich geb mir Mühe. Ja, ne, nicht Mühe geben, am besten nicht machen. Ich, aber, aber Ariane, ich hab, es ist ja nicht so, als würde ich schreien. Hier, Higa, aber wenn die jemanden aus dem Rollstuhl treten, dann wollen wir natürlich helfen. Und wenn die dann anfangen, uns zusammenzuschlagen, dann muss ich mich ja irgendwie wehren. Ja, wir müssen jetzt zur Zenti. Ja, aber nicht so. Ich rufe dich später nochmal an, ja? Okay, alles klar, bis dann. Gleich, tschüss. Charlie, da tut mir leid, aber Ariane macht keine Strafvereitelung, ne? Das ist, das tut mir leid, ne? Das ist halt RP. Ich bin gut. Sie müssen es aber wissen, warum sind die das in der ganze Zeit? Die Katze ist durch. Das muss halt eine schöne Katze sein. Ich könnte aber auch testen, ob Ariane was weitergebt, aber ich muss es weitergeben. Am Telefon gesagt. Es tut mir leid. Charlie, es tut mir leid. Okay, also. Ich bin gerade kurz in meinem Handy versuchen, nicht undern. Alles gut. Ähm. Oh, das mit den Halloween-Kostümen, ne? Da bin ich voll gespannt drauf. Ja, ich auch. Wenn ich mir nämlich jetzt ein Kleid umsonst hole für tausende von Dollar. Scheiße. Ja, warte mal. Willst du das jetzt oder willst du es nicht? Ja, ich weiß nicht. Was ist, wenn was Besseres kommt? Aber ich will auch ein Unique-Kostüm haben. Aber ich weiß auch nicht mal, ob es mir steht. Ich würde die morgen erst mal anprobieren. Ja, das ist doch... Ja, ein guter Plan. Ja. Warte, ich schreibe ganz kurz. Eine Person, die mir völlig unbekannt ist. Warten wir nicht in den Forum ist noch warum. Okay. Okay. Ach, Mann, ey. Charlie, warum sagt man das denn Ariane? Die macht sich natürlich... Ariane ist Ariane. Sie ist halt super ehrlich und alles, ne? Ich kann aber keine Ari vorwerfen, dass sie das nicht gesagt haben. Ja, ja, klar. Deswegen war es vor sich wichtig, dass sie das sofort durchgeht. Ja, aber es kann auch sein, es ist Charlie. Ich überlege gerade, ob sie... Da kann was dahinter stecken auch, ne? Dass sie jetzt testet, hat Ariane das gesagt oder nicht? Und dann haben wir, ja, da nochmal andere Probleme. Also Ariane mag Charlie schon und will ja auch helfen. Man hat jetzt natürlich sich direkt Sorgen gemacht, aber jetzt so, oh, scheiße. Und Ariane ist nicht so jemand, die ihre Freunde komplett vom Kacken, aber da ist, äh, ne, da ist halt Ende. Da ist immer, immer der Schlussstrich. Was ist das für ein geiles Auto? Das, äh, fragst du doch nicht öfter. Okay, kein Problem. Tut mir leid, wirklich, tut mir leid. Alles gut. Becker, alles okay? Ja. Okay, gut. Warum? Weil du so ruhig bist. Hab nichts zu sagen. Okay, gut. Dann bring ich das mal kurz zurück. Okay, okay. Und, äh, könnt ihr mich danach ganz kurz nach Hause fahren? Äh, dann musst du bei Ava fahren, ja? Äh? Ja, ich muss Zentrale. Dann komm ich einfach mit dem Taxi wieder, ja? Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja, ja, fängt jetzt wieder an bei ihr. Also, das hat, also, ich mache Sachen gerade schon sehr extra mit ihr. Ich bin zwar selber auch voll die Verpeilte, aber Dinge mache ich gerade mit ihr halt extra. Aber, äh, das schreibt mir die ganze Zeit einfach nur, damit er irgendwie weiß, wo ich bin oder so. Das ist bestimmt irgendwie so ein Ding, wie der das immer macht mit seinen Leuten da. Schützlingen. Ja, echt? Nun, ähm, ich, äh, bring das mal wieder. Das ist aber ganz schön feinig. So, bitteschön. Alles gut, das kann mal passieren. So, der Westin, ich hab jetzt vom Prolips, aber der ist auch nicht geglaubt. Das ist ja alles super. Fantastisch. So, habt ihr eine Kundentoilette oder so? Ja, klar, zeig ich dir. Okay, super. Einmal. Einmal die Tür. Okay, dankeschön. Ich schreib dir, ich schreib dir aber, okay, ich schreib mir mal kurz angebunden, aber ich schreib dir schon. So, ne? Was ist das? Ähm, ja, unter anderem. Ui, okay, ich geh kurz pinkeln, Moment. Und. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der SMS ist von Sekunde seine letzte SMS. Wir haben uns nämlich an den Tag auch verpasst, löslicherweise. Am 28.09. kam seine SMS. So, das sind zwei Wochen, ist das, glaube ich, her. Jetzt gucke ich mal hier auf den Brief. Das müsste, glaube ich, der hier sein. Oh Gott, nein, der ist es nicht. Den hast du nicht gesehen? Ich habe auch gar nicht hingeguckt. Okay, alles gut. Äh, ja. Äh, warte. Da, hier, guck mal. Der zählt, ist das? Äh... Äh, warte. Was denn? So, äh, hier. Da, da. Das hält sich doch nicht an wie jemand, der einfach geht, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ist es nicht... Okay, warte, wir analysieren das jetzt. Ja. Ich bin noch etwas durch den Wind. Fakt Nummer eins, er ist durch den Wind. Genau, von dem Flug oder von dem, was da passiert ist auf der Ranch mit irgendwelchen komischen Mustangs, keine Ahnung. Okay, du weißt das selbst nicht, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich habe seitdem, konnte ich ja nicht mehr mit ihm reden. Aber er hat vorher nicht irgendwie angedeutet, wieso er durch den Wind ist. Äh, nee. Okay, ich kann dir aber gleich auch nochmal die SMS vorlesen, wenn du willst. Okay, aber das halten wir schon mal fest. Er ist durch den Wind. Er ist durch den Wind, ja. Also können wir den Rest, der kommt, gar nicht so ernst nehmen. Gut, es fühlt sich gerade wieder alles so neu an hier auf der Insel. Also, hier, Los Santos, oder? Ich denke Los Santos, ja. Die Luft, die Atmosphäre hier, einfach alles. Das klingt aber negativ, als würde das Kacke finden. Oh mein Gott. Er ist durch den Wind und findet sie Kacke. Ich habe dich vermisst, wollte auf gut Glück mal bei dir vorbeischauen, aber du warst nicht zu Hause. Deswegen hinterlasse ich dir einfach ein paar Worte. Klingt, als hätte er aufgegeben. So, ich hoffe, es geht dir gut soweit. Ich bin schon gespannt, was du alles zu erzählen hast. Das klingt einfach nur nach einer höflichen Floskel und eigentlich interessiert es ihn gar nicht oder so. Ja, okay, das ist aber Larry, ne? Also, so war der, so ist der immer. Achso, ich kenne ihn nicht so gut, ne? Ja. Ich, ja. Auf der Ranch ist großteils alles fertiggestellt worden. Wir waren fleißig. Das klingt, als hätte er dort was Großes aufgebaut und ist stolz drauf. Fünf Hektar Land kamen dazu. Es musste alles neu geplant werden. Die Zucht wurde auch umgestimmt. Was für eine Zucht? Irgendwas mit Pferden. Achso, es geht nicht mehr nur um Mustangs. Ja, ich habe mich immer angeschränkt, sehr zuzuhören. Das habe ich auch. Es geht um Pferde. Nun, ich werde erst mal wieder versuchen, in den Trubel hier hineinzukommen. Ich denke an dich. Kann es sein, dass er mit dem Trubel nicht klarkam? Und er war durch den Wind und dann hat er sich gedacht, scheiße, fünf Hektar Land. Es geht nicht mehr um Mustangs. Ich muss da weitermachen. Das habe ich mir auch gedacht, dass er irgendwie wieder zurückgegangen ist. Also, ich lese dir mal die SMS vor von ihm, die letzte. Endlich habe ich wieder eine Karte. Moscha, der alte Hengst, ist mir aufs Handy getreten und hat das Telefon samt SIM-Karte zerquetscht. In Phoenix habe ich keine SIM-Karten von NS1 ausgeben können. Ich war total von der Außenwelt abgeschnitten und vor allem von dir. Trauriger abgefuckter Smiley. Danke, dass du mir das erzählst. Ach ja, das hatte ich jetzt hier, das Hill, das ich mir angeboten habe, hier zu pennen, weil... Das ist eine lange Geschichte. Okay, ja gut. Aber ist nichts zwischen mir und hier. Also, es ist wirklich, wirklich das Gegenteil davon. Ich hätte da schon keinen Aufstand gemacht. Ich glaube dir, du bist immer, du immer ehrliche Seele. Ja, natürlich. Ich gebe dir auch gar keinen Grund, das nicht zu glauben. Ich freue mich sehr, dich hoffentlich bald wiedersehen zu dürfen. Übrigens, guck mal in den Briefkasten. Da lag dein Brief drin. PS, hoffentlich kann ich die Leere bei dir wieder füllen. Was ist denn, was ist denn geschehen? Warte mal. Also, hat er nicht durch sein Nichtmelden noch viel mehr Leere reingebracht? Indem man jetzt auf irgendwas wartet? Weißt du, ich kenne das und ich hasse das genauso. So, die Person ist weg und dann, ja, was soll man jetzt machen? Was soll man jetzt denken? Macht man sich Sorgen? Ist es üblich, dass die Person weg bleibt oder nicht? Ja, aber das ist gerade so komisch. Das ist eigentlich so gar nicht seine Art. Also, weiß ich nicht. Brauchst du eine Ibuprofen oder so? Oh nein, danke, mir geht's gut. Okay. Dann gehe ich mal kurz Klamotten wegbringen. Ich bin sofort wieder da. Danke übrigens für deine Einschätzung. Ja, sehr gerne. Fühle ich wie zu Hause. Alles klar. Tja, ich kann auch nie ewig warten mit Ariane da jetzt, ne? Dass er klarende Gespräch kommt. Was hat sie von Ray geschenkt? Wo können wir gucken? Oh, okay, das ist wirklich süß. Oh, Ray! Oh, das ist wirklich voll süß. Sehr nice. So, Ariane Schmarrn. Wollen wir jetzt mal ganz kurz? Oh Gott, ey. Das ist ja schon wieder wahnsinnig cool, ne? Das ist ja schon wieder... Ah, da will ich die andere Hose zu anziehen. Warte mal. Und vielleicht auch flache Schuhe. Die haben wir, glaube ich, die doppelt gehabt. Schon sehr süß, noch mit dem Herz. Das ist ein bisschen too much, ey. Ja. Ja, das geht. So, jetzt passe ich richtig gut zu meiner Wohnung. Oh, wow. Okay, das ist wirklich viel Rot. Oh Gott, ist das zu viel Rot? Also das Urteil... Nein, dafür, dass du gesagt hast, dass du kein Rot hast? Oder besitzt? Ja, ist... Oh, ja. Aber Rot ist... Ja, die Farbe steht dir, weißt du? Oh, danke schön. Hey, möchtest du irgendwas clean haben? Also wenn du irgendwas clean haben möchtest, dann sag Bescheid. Verschmelze ich gerade mit dieser Couch? Ach du Scheiße, das ist dieselbe Farbe, ja. Ja. Hast du vielleicht einen Teil deiner Couch rausgeschnitten? Nee, das habe ich gerade so gekauft, ich schwöre. Aber ich verschwinde sie mit meiner Couch. Wurde deine Couch... Also, besteht die aus recycelten Pullis? Ich glaube, ich übertreibe gerade ein bisschen mit der Farbe Rot. Das sollte heute wirklich ein Annamenzeichen, eine Red Flag sein, dass ich damit jetzt auch füllen sollte. Ich glaube, ich habe jetzt alles Rote. Ja, vielleicht... Ich meine, viele tolle Sachen sind rot. Äpfel, Kirschen, Ampeln. Ja. Komm, wir gehen nach oben. Und du jetzt auch, ne? Ja, okay. Warte, erst mal... Warte, ich mache den Fernseher aus, tut mir leid. Oh, ja, das ist gut. Erst mal, willst du was essen oder trinken? Willst du in den Kühlschrank gucken? Willst du irgendwas? Oh mein Gott, da sagst du was, weißt du? Normalerweise schaue ich in die Kühlschränke, weil das sagt sehr viel über die Personen aus. Oh, guck mal. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ganz unten... Oh, warte, das ist nicht mehr... Äh, Moment. Guck mal, ganz unten habe ich hier so eingefrorene Torten. Und die sind eigentlich alle von Walter Weiss Geburtstag. Und einmal von Watties Brause feier. Und dann bei einer Besichtigung, wo ich mit dabei war, eine Besichtigung, die Larry hatte, da habe ich dieses Herzchen gefunden und die Leute auf Venture angeschrieben worden. Die waren, glaube ich, schon zu der Zeit getrennt. Oh. Genau. Und uralte Sprunkdosen. Ja, die habe ich auch noch. Damit habe ich immer den Sprunkkuchen gebacken. Gehen die kaputt? So welche habe ich auch noch zu Hause. Oh mein Gott, ja, die hebe ich auf, weißt du? Weil man die nicht mehr bekommt, ja. Ja, die sind voll selten. Hebe die auf jeden Fall auf. Ich glaube, die werden einfach nicht mehr hergestellt oder so. Ja, das sind auch die mit dem alten Design halt. Ich habe sogar noch eine E-Cola zu Hause. Ich hoffe, Harald hat die nicht getrunken, sonst... Ariane, hör weg, aber ich werde ihn so was von umbringen, ne? Oh Gott, was ist los? Warte mal, wenn es irgendwas... Ich sagte dir das jetzt mal vorher... Nein, wenn er die trinkt. Nein, wenn er die getrunken hat, meine ich. Ach so, ja. Ich hoffe, er hat sie nicht getrunken. Scheiße, mein Pulli ist viel zu rot. Ich muss echt was anderes anziehen. Nein, wieso? Du musst einfach nur die Tasche tauschen. Ja, die ist echt too much, ne? Oh, die muss ich auch mitnehmen. Kacke, was mache ich denn jetzt? Ach so, ja, nee, dann passt es einfach, ne? Rot ist deine Farbe. Ich bin mir nicht so sicher. Ich werde die Tasche gleich einfach ins Auto packen oder so. Wie alt sind die Torten? Oh mein Gott, bin ich jetzt wach? Die sind sehr alt, die sind eingefroren. Also von drei... Ich weiß nicht, die drei Jahre, die ich hier bin, da die Geburtstage von Herrn Weiß im Januar. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir das gemerkt habe, dass er im Januar Geburtstag hat, aber... Da hat er halt am 11.1. Super, jetzt kann ich mir das auch merken. Danke dafür. Entschuldigung. Weißt du, an was mich das erinnert? Bei den Royals, weißt du? Da friert man doch auch immer Kuchenstücke ein und dann werden die irgendwann auf Venture versteigert oder so. Äh, echt? Ja. Aber das hört sich ganz schön in den Kuchen extra dafür machen. Weißt du, wie ich meine? Um dein Geschäft draus zu machen. Behalt den Kuchen, du wirst irgendwann sehr reich werden. Okay, wenn jemand weiter weiß, Kuchen kaufen... Möchte... Naja, du musst einfach warten... Oh, nein, das klingt jetzt sehr makaber, aber du musst... Also meistens muss man warten, bis Leute sterben und dann... Ja, genau. Und dann muss man ganz viel Geld dafür verlangen. Und ich weiß, du wirst das nicht nachvollziehen können. Und ich kann wirklich nachvollziehen, dass du das nicht nachvollziehen kannst, aber... Ich klopfe da trotzdem mal auf Holz, weil... Äh, wünscht man ja keinen, ne? Achso. Ja, nee, ich auch nicht. Ich wollte dir nur Tipps geben, ne? Ja. Oh nein, der Pudi ist zu rot. Der ist nicht zu rot. Du musst nur aus der Wohnung raus. Hier gibt's einfach zu viel Rot. Okay, und die Jacke. Und die Tasche. Ich muss gucken, wie das ohne aussieht. Okay, kann ich, äh, die Tasche so lange bei dir ins Auto, äh, packen? Na klar. Okay, und dann gehen wir hier nach oben und dann zeige ich dir einen, äh, schönen Geheimplatz. Uh, okay, ich bin gespannt. Ist das mit dem Herz too much so allgemein gesehen jetzt, was ich hier anhabe? Ist das irgendwie doof? Wieso sollte das? Also, ich finde es sogar süß. Ich würde es auch so tragen, nur in grün. Oder es wirkt nicht so nidi oder so, dass jetzt jemand denken könnte, ich will was von dem oder so. Also, wenn irgendjemand denkt, dass du was von ihm willst, nur weil du ein Herz auf dem Pulli hast, ist die Person eh komisch. Ja, stimmt, da ist doch ich... Okay. Da müssen wir raus, oder? Genau, genau. Okay. Haben wir uns verlaufen? Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Äh, ja. Mussten wir da irgendwo anders? Ich bin komplett, ich bin komplett durch. Also, ich wohne hier. Ich wohne hier nicht. Nein, ich wohne hier. Oh nein, jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn hier los? Kann man da raus? Ja, hier. Okay, gut. Ich habe gerade das Treffen zwischen Derek und... Derek, jetzt wollte ich Eric sagen, aber Eddie, sie schreibt, ne? Oh, ich bin jetzt auch daneben, Ariane. Also, das mit der Eröffnungsstörung, ne? Es ist fortgeschritten. Ja, wir sind beide echt komplett kaputt. Die treffen sich gleich jeden Moment dort. Eigentlich würde ich es gerne sehen. Ach so, ja, dann komm, dann fahren wir da hin. Ja, dann zeige ich es dir dort. Oder hast du was vor? Okay, aber ich lege die Taschen dann bei mir. Ja, hause rein, ne? Ich würde nur gerne aus Gründen Charlie nicht unbedingt begegnen wollen gerade. Es ist zu rot einfach, oder? Es ist zu rot. Bitte, es ist doch nicht zu rot. Es passt zu deinen Lippen. Oh Gott, ich habe jetzt heute übertrieben, ein bisschen. Hä? Einen roten Pulli? Ja, weil ich einen roten Pulli... Du verstehst es einfach nicht. Es ist kompliziert gerade. Ich wollte subtil rot tragen, weil ich immer so viel schwarz trage und dachte wieder echt... Weißt du, rot ist eine schöne Farbe. Und das ist jetzt aber nicht subtil, sondern das ist in your face rot mit Herzchen auf meiner Brust. Das ist ein roter Pulli. Mehr nicht. Das ist ein roter Pulli, okay. Ja? Ja. Und die Farbe steht dir, meine Güte. Also, wenn sich irgendjemand daran stören sollte, dann kannst du ja sagen, du hast heute eine Typberatung bekommen und die Person hat gesagt, dass rot absolut deine Farbe ist. Ja, danke. Danke. Ähm. Ich meine, du wohnst in einer roten Wohnung. Bitte? Du wohnst in einer roten Wohnung. Meine Wohnung ist wirklich sehr rot, oder? Ja. Und eure Wohnung, wie... Oh Gott, wie war die denn nochmal? Die war ein bisschen... Ne, die war gar nicht so krass farbenfroh, aber dafür so sehr modern. Ähm, ja. Da reinkommen, so rechts und dann ganz schnell links das Wohnzimmer. Also rechts ist die Küche, links ist Schlafzimmer und Badezimmer und geradeaus ist das Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer sieht mittlerweile aus wie ein Dschungel, weil Harald unbedingt ganz viele Pflanzen im Wohnzimmer haben wollte. Eigentlich wollte er ganz viele Pflanzen in der gesamten Wohnung verteilt haben. Also habe ich, ja, vor ein, zwei Monaten für, ich glaube, 20.000 Dollar Pflanzen gekauft und überall hingestellt. Okay, es waren, glaube ich, nur 10.000. 20.000, klingt übertrieben. Ähm. Und jetzt fällt ihm plötzlich ein, dass er eine Allergie hat. Deshalb möchte er die nur im Wohnzimmer stehen haben. Und er... Und das Wohnzimmer sieht aus. Es ist voll mit Pflanzen. Meidet er das Wohnzimmer? Nö. Harald ist ein wirklich seltsamer Mann. Er ist sehr anspruchsvoll. Ich meine, vielleicht will er sich... Vielleicht ist es eine Art Selbstverletzung, wenn er, ähm, sagt, er hat eine Allergie und möchte einen ganzen Raum davon voll haben. Vielleicht will er sich für irgendwas bestrafen. Vielleicht kriegt er dann die Juckreiz oder so. Ich sollte das mal beobachten, aber er schnarcht nicht mehr so, seit ich die alle aufs Wohnzimmer konzentriert habe. Oh, was ist da denn los? Was ist denn hier los? Okay, wir fahren lieber weiter. Aber ich... Hab da was von Charlie gehört. Sollten wir da lieber noch schauen. Nicht, dass da jetzt eigentlich was passiert oder so? Ja, kein Bock auf sowas. Okay. Lass mich mal ganz kurz. Okay, ja. Oder ich frage einfach Derek. So. Ja. Ich gehe mal kurz an die Tasche. Ich muss mich gleich umziehen. Ich gehe mal kurz an die Tasche. Das ist wie zu rot. Den ziehe ich auf jeden Fall aus. Aber wie wirkt das denn jetzt? Was... Ne. Mit Nerzchen auch nach oben drauf. Das ist ja furchtbar. Wie kriege ich etwa dazu, jetzt mich nochmal nach Hause zu fahren? Und jetzt ist da irgendwas mit... Hey, sag mal... Wenn ich da hingehe, dann... Hast du gerade noch Bewerbungsgespräche am Tor oder so? Kann ich trotzdem reinfahren oder nicht so? Achso, na dann. Perfekt. Dann bis gleich. Tschüss. Alles gut? Ja, war wohl nur ein Bewerbungsgespräch. Okay. Ich muss mich umziehen. Wieso? Nein, wirklich. Ich muss mich umziehen. Na gut, wenn du dich wirklich nicht wohlfühlst, dann zieh dich vielleicht besser um. Das ist doch ein bisschen too much irgendwie. Äh, ich hab mal nicht frei. Wir haben eine Toilette. Ja, ich hab nicht frei. Ich lasse mein Leben. Kann ich kurz mit dem Taxi nach Hause? Ich beeil mich. Achso, ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass du Wechselschlamotten in der Tasche hast oder so, weil du dir so unsicher bist. Ja, eine Hose und Schuhe und eine Kette, aber kein Oberteil, weil ich dumm bin. Alles klar, ich warte hier, ja? Ja, warte mal. Aber du wolltest doch dich hier mit Eddie treffen, oder? Das ist viel zu schnell. Wie fährt der denn? Was ist denn jetzt los? Entschuldigung. Äh, was denn? Wie schnell ist der gefahren? Ich hab den nicht mal gesehen. Der SMS verwirrt mich gerade voll. Hast du ihn nicht gesehen? Doch schon, aber der war so schnell vorbei, dass ich ihn nicht realisiert hab, ne? Achso, okay. Komm, dann fahr schnell nach Hause und so und dann bleib ich einfach so lang hier und... Du musst leider mitkommen. Echt, wieso? Achso, klar, kann ich machen. Es tut mir so leid, Elba. Ich will gerade nicht alleine sein. Das ist vollkommen okay. Du musst es nur so kommunizieren. Dann mach ich das. Okay, ja. Was ist hier los? Alles ist irgendwie ganz komisch. Wieso? Ich weiß nicht. Was ist mit Lamy los? Warum waren da gerade die Leute? Was ist mit Charlie los? Sie haben mir da gerade was am Telefon erzählt von Leuten, die Lamy zusammengeschlagen haben und ihn aus dem Rollstuhl geschlagen haben oder so. Das ist das mit Sophie. Also wie gesagt, das lohnt sich nicht da irgendwie. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oh, Mensch, dankeschön. Ich krieg wieder Paras. Ich krieg Paras gerade. So harte Paras. Wieso magst du den Straßenverkehr nicht oder so? Ich weiß nicht. Das sind so alltägliche Sachen, die eigentlich ganz normal sind, die mir in letzter Zeit ein paar Probleme machen. Motorräder und schwarze Autos. Schwarze Motorräder, schwarze Autos, die eigentlich die ganze Zeit hier rumfahren. Das ist ja völlig normal. Okay, ja gut, verstehe ich, ne? Ich meine, du hast einen harten Job und so und ich kann mir nicht ausmalen, was du da alles erlebst. Ja. Und dann zieht sich das wahrscheinlich mit ins Privatleben oder so. Ja, das ist gut. Da ist wieder so ein komisches Auto und wie gehen denn alle so komisch aus? Ich hab auch also ein schwarzes Auto, weißt du? Ja, ich weiß. Ich kann's nicht beschreiben. Es ist irgendwie zu doof. Das müssen Sie mich jetzt gleich um und dann ist es fertig. Kein Rot heute. Rot ist die Farbe von Blut. Das ist nicht gut. Ich hab ein Pulli umsonst geholt und eine Tasche umsonst. Naja, aber das ist doch nichts Schlechtes, dass das die Farbe von Blut ist. Weißt du, Blut hält dich am Leben. Ja, das Auto sitzt doch wieder da vorne. Okay, es fährt da rein. Ja, gut. Es fährt da rein. Alles gut. Ich will, da ist in Ordnung. Ich dachte eigentlich, die Partei haben mir gut getan, aber ich muss ganz dringend mit meinem Psychologen reden. Ich hab so scheiß Albträume die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das... Doch, wenn dir das hilft, ne? Dann mach das unbedingt. Hast du das mitbekommen, was... Da hat doch irgendeine Dame was erzählt über mich bei euch. Irgendwie... Was denn? ...meinten, dass irgendeine Dame was erzählt hat. über mich... ...mich bei so einer Sache gesehen hat. Ich weiß tatsächlich nicht, was du meinst. Also vielleicht hab ich's gehört, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay, dann... Aber ich komm grad nicht drauf. Dann ist alles gut. Ich... Ich... Weißt du was? Ich hab flache Schuhe an. Ich renne jetzt kurz. Ich nehm jetzt hier meine Tasche. Soll ich hier warten oder mitkommen? Ähm... Ich kann gerne mitkommen. Okay, aber ich will dir keine... Ich will dir keine Probleme jetzt irgendwie machen, okay? Nö, alles gut. Okay. Gut dann, ja, dann... Dann hab ich alles. Okay, los geht's. Okay, dürfte ich vielleicht trotzdem was aus deinem Kühlschrank bekommen oder so? Natürlich, natürlich. Nimm dir alles, was du willst. Gleich. Okay. Hallöchen. Ja, alles gut. Ich musste grad auch nochmal kurz weg, also ich bin auch gleich da. Bis gleich. Tschüss. Oh. Wer hat mich denn jetzt angerufen? Oh. Was denn? Alles gut? Ach, alles gut, weißt du. Da werd ich stundenlang nicht angerufen und dann von zwei Personen gleichzeitig. Komm, Eva. Komm, Eva. Es ist immer so. Also wenn's wichtig ist, geh ruhig ran, ne? Ach nee, alles gut. So. Okay, gut. Ist offen. So, dann mach ich gleich nochmal zu. Und jetzt beeil ich mich. Ich schau so lang fern, ja? Okay. Ach so, ich geh mal zum Kühlschrank. Mach das. Boah, wie wach wir sind, ne? Cool. So, äh, jetzt soll ich mal ganz kurz warte mal. Aufschließen. Das ist die Tasche von Dieks. Warte, das nutzen wir erst mal. Nein, da kommen die Sachen hin. Die wird Ariane, glaube ich, doch mitnehmen wollen. So, dann haben wir jetzt diese zwei Taschen. Einen davon kann man sonst später abgeben. So, dann machen wir jetzt den Pulli wieder aus, so. Dann wahrscheinlich ihre Hose wieder anziehen. Ich mag das eigentlich mit der Hose da, ne? Weißt du was? Das mag ich an ihr. Wo ist es? Wo ist er? Wo ist er? Kann ich auch bei den Pullis sein? Oh, den haben wir, glaube ich, sogar mit in, ähm, der Wohnung von dem Pulli, ja, ne? Ja, den haben wir da in der Wohnung, den weißen davon, nämlich, den haben wir gar nicht hier. Es ist schwierig, Ariane hat fast nur Nacki-Klamotten, ja? Und es ist sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zum Anziehen für die zu finden. Und ich mag das hier, aber ich finde, die eine Hose passt halt Null dazu. Hm. Nee, die passt nicht. Also, wenn du irgendwie Meinungen brauchst, sag Bescheid, ne? Äh, ja, ich, ich hab tatsächlich ein ganz ungewöhnliches Problem. Oh, okay. Kannst du ruhig reinkommen? Gut. Ich bin oben ohne. Äh, ich will tatsächlich nicht mehr so, das hört sich jetzt doof an, so freizügig will ich nicht mehr wirklich rumlaufen. Oh, also da bist du bei mir an der richtigen Stelle, ne? Ja, aber auch nicht, ich will trotzdem ansehnlich wirken und es ist ja auch so ein bisschen kühler geworden. Und das, ich hab, wusste nicht, dass ich solche Probleme damit hab, aber ich hab wirklich Probleme, mich gerade anzuziehen. Okay, wie wär's mit bauchfreien Pullis oder so? Ich, ich hab bauchfreie Pullis, Moment. Ja. Hm. Warte, ich komm mal rein, ne? Ja, achso, ich dachte, du bist drin. Okay. Nein. So. Ja, ich bin gerade komplett irgendwie in Gedanken, Entschuldigung. Ähm, ich hab jetzt zum Beispiel, siehst du, der ist jetzt wieder mit dem Herzchen hier. Ich find den eigentlich ganz schön. Der ist auch schön. Ja, aber irgendwie mit der Hose so bauchfrei fühle ich irgendwie nicht. Hast du andere Hosen? Ja, aber die fühle ich alle auch nicht. Das ist das Problem, was immer ich. Äh. Na. Ich, ich, ich weiß nicht was mit mir, wieso mach ich mir immer so Gedanken jetzt, was ich anziehe? Das hab ich schon ewig nicht mehr. Äh, sowas ist auch doof, ne? Das passt nicht zu mir. Darf ich in einen Schrank gucken? Ja, natürlich, guck ruhig rein. Okay, hast du Kleider? Äh, ja, aber es ist ein, ich sitz immer so breitbeinig. Gut. Ähm. Also, nein. Du kannst auch eine Strumpfhose drunter ziehen, ne? Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Ich hab Weihnachtspullis, die find ich alle ganz schön, aber es ist ja noch nicht Weihnachten. Ach, Tyson trägt auch schon Weihnachtspullis. Oh, es ist Sophie. Sophie. Ja, die holen wir gleich ab, ne? Hallo, du hast mich angerufen heute. Genau, wir holen dich gleich ab. Hat sie schon erledigt, aber eigentlich auch nicht. Wir holen dich gleich ab. Ich bin mit Ava hier gerade bei mir zu Hause. Ja, das hat sie mir gesagt. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, ja. Ich bin nur ein bisschen Dauerverwehrt im Moment. Also, ja. Okay, falls du Hilfe brauchst oder sowas, sag Bescheid, ne? Ja, wir sehen uns jetzt gleich, sowieso. Okay, gut. Dann, äh, bis gleich. Bis gleich. Ich will mir nur irgendwas anziehen, aber mir ist irgendwie wichtig heute, was ich trage. So, okay. Okay, solche Tage gibt's, ne? Genau, genau. Und hier ist noch der Rays Cowboy Hut drin. Das ist ja wunderbar. Ähm. Ich, ich würde sonst, weiß ich nicht, ist auch durch das, ja. Also, die coolen Klamotten, die habe ich halt nicht hier. Die habe ich eben woanders gerade. Und deswegen ist das hier gerade so schwierig irgendwie. Das macht mich immer zu fett. Was macht dich fett? Ja, hier, also das hier, da sehe ich immer so klumpig aus. Wenn ich sitze, bin ich ein Blob mit diesem Oberteil. Weißt du, wie ich meine? Setz dich mal hin, ich will es sehen. Ne, ich mag das nicht. Ich seh das nicht an. Ich mag das nicht. Achso. Ich mag meine Klamotten nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man sich anders anzieht als sexy. Ich weiß es einfach nicht. Okay, Ava, ist das zu viel rote, ja, ne? Ich dachte, es war... Oh, was? Achso, warte, ich... Nee, das ist wieder ein Kleid, ne? Oder wobei, vielleicht kannst du ja. Hm. Oder es wird scheiße, ich weiß es nicht. Kannst du nicht eine schwarze Leggings unter ein Kleid anziehen? Dann ist es scheißegal, ob du breitbeinig da sitzt oder nicht. Ja, aber dann sind die Kleider immer so... Wann, nee, das fühle ich irgendwie nicht, weil... Ich habe hier schöne Kleider, die würde ich alle gerne anziehen. Also so ist das nicht, ne? Ich habe auch ganz schön knackig Kleider. Fass mal was, brauchst du auch Bescheid, ne? Oh, meine Güte. Ja, ich habe... Hier, warte mal. Ich habe zum Beispiel auch... Hier sowas jetzt, dass du auch Bescheid nur sowas haben möchtest. Oh, wow. Ja. Kleider die. Oh, danke schön, gut zu wissen. Aber wahrscheinlich hast du sowieso schon alles. Also ich könnte jetzt diese Corsage... Oh, mein Gott. Wie gesagt, mein Kleiderschrank ist super leer. Also ich habe mich wirklich auf drei, vier Outfits beschränkt. So komplett. Okay, dann steht in meinem Kleiderschrank tatsächlich immer offen. Ich brauche die Sachen nur irgendwann wieder. Oh, danke schön. Das ist, äh, bitte, das Problem. Daher, sag mal. Das Problem ist... Oh mein Gott, warum... Das ist es. Aber in Braun? Weil irgendwie schon... Aber irgendwie sind die Schuhe jetzt doof, oder? Ne, ich weiß nicht mehr. Aber die, aber die Jacke. Warte mal. Okay, was? Ne, das auch nicht, oder? Ey, was tut mir leid. Ich schwöre, ich habe... Wo sind denn deine Corsagen? Äh, die sind im... So, ja, so mittig im Regal. Wo habe ich denn die rote Jacke, die ich heute anhatte? Wo ist sie? Hatte eine rote Jacke, Eva. Weg? Hatte noch eine Hose? Ähm... Wie kommst du jetzt auf eine Jogginghose? Weiß ich nicht. Achso. Ich habe einen roten Jumpsuit, aber der ist auch zu rot. Wo ist denn meine... Und wenn du dazu eine schwarze Jacke anziehst? Hier ist eine rote Lederjacke. Äh, die habe ich... Schau mal hier. Achso. Habe ich noch eine rote? Ah, nein, 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 nein. Ist das eine rote Jeansjacke? Nein. Achso, okay. Dann kriege ich meine Sachen jetzt alle verloren, ja. Aber hier ist eine rote... Also eine Jeansjacke mit roten Ärmeln. Und die ist ja rosa. Oh, doch nicht. Upsala. Ja, alles gut. Alles gut. Ich habe mich vergriffen. Das tut mir leid. Also die andere muss da bestimmt irgendwo sein. Meine... Nee, dafür ist es auch nicht. Sie darfst du dich jetzt Pantoffeln anhaben. Ich schwöre, ich bin gleich fertig. Ich brauche nicht mehr lange. Hast du andere Schuhe? Ja, aber die sind immer so hoch. Aber ja, habe ich. Ich wollte nämlich einigen Outfit anhaben, wo ich flache Schuhe anhab. So. Ähm. Oh, ich kenne mich mit diesen ganzen Turnschuhen nicht aus, ne? Ja. Ich habe zwei Paar. Ich kenne mich irgendwie mit gar nichts hier aus. Habe ich gerade das Gefühl, ich bin so krass unbeholfen. Eigentlich bin ich niemals unbeholfen, was Mode angeht. Das ist nur gerade irgendwie. Okay, ich habe Röcke. Ich habe Röcke, die sind auch neu. Also jetzt doch Röcke? Ja, irgendwie. Aber eigentlich auch nicht. Oh, warte mal kurz. Ich gehe mal kurz ans Telefon. Ja, bitte. Ich weiß aber tatsächlich selber nicht, was man anziehen soll, ne? Das geht nicht, oder? Geht doch. Warte mal. Ist das zu nötig? Ja, mit den Jacken sitzt da doch was. Ich weiß nicht, wo die rote Jacke ist. Du dürft es mir übrigens nicht sagen, ne? Warte mal, ich will mal kurz das probieren. Das war schon echt schön. Ja, Ariane muss jetzt irgendwas anziehen. Keine Ahnung. Okay, Ariane, also anscheinend wird es jetzt zu einem Notfall und wir müssen los. Was? Okay. Okay. Warte. Ich bin zu kurz. Zieh das weiß, den weißen Herzpulli an. Den weißen Herzpulli. Warte. Ich habe alles. Ich habe alles. Warte. Das hier. Äh. Das hier. Ja. Und jetzt ziehe ich mir schnell ein Oberteil an. Und zwar genau das. Oh, die Schuhe sind super. Also eigentlich ist es halb so spannend, ne? Aber irgendwie gibt es eine Boxkampf oder so und die brauchen Energy Drinks und so viel muss da hin und... Okay. Okay, okay. Irgendwie hat er gemeint, die sind alle so erschöpft, dass die unbedingt welche brauchen, sonst kippen sie reihenweise um. Oh Gott. Ist ein bisschen... Obwohl doch, das geht mit den Schuhen, die sind im Plateau. Ja, okay. Das ist schon ein bisschen... Eva, Eva, Eva. Brauchst du Hilfe? Ja, bitte ganz kurz. Okay. Mit meiner Hand. Kann mich... Ah! Ariane. Hast du mich gefallen? Das ist typisch. Oh, Gott sei Dank. Ja. Also. Ja, das ist... Ja, ja. Geh, jetzt hast du dir wehgetan. Nein, nein, ich hab mir nicht wehgetan. Ich bin nur... Also bist du perfekt... Aus deinen Armen gefallen. ...noch gelandet. Ja. Oh, wie schön. Ich bin kurz zur Seite ein bisschen gekippt, aber ich hab mir nicht... Ich hab mir nicht wehgetan. Du hast was? Ich bin kurz zur Seite gekippt, aber ich hab mir nicht wehgetan. Ach du Scheiße, ich hab was anderes verstanden. Gut. Was hast du gesagt? Ich hab gekippt verstanden. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das ist das, was ich im Moment sogar wirklich brauche, aber ich mach das nicht mehr. Oh. Ja. Ja. Oh, Gott. Scheiße, jetzt müssen wir uns beeilen, weil... Keine Ahnung. Okay. Oh, Gott, es wird immer später. Ich bin... Ich, ähm... Muss ich... Naja, das hat der Tag so an sich, ne? Kannst du mal kurz Sophia anrufen? Ja, aber ich muss dann gleich wegen der Arbeit ganz kurz was klären. Ach so. Ja, okay. Tut mir leid. Nein, ich wollte heute nicht arbeiten und ich bin da auch dabei. Hallo? Ja. Wo bist du? Frag oben oder unten? Oben oder unten? Oh, wahrscheinlich unten. Wahrscheinlich unten. Unten? Okay, unten. Ja. Wo seid ihr denn? Jetzt gleich da. Ach so, okay. Gut, bis gleich. Schau mal bitte nach rechts. Hä? Ja? Ja, aus dem Fenster ist es wunderschön draußen, oder? Es ist wunderschön, aber trotzdem nicht so schnell, bitte. Ich weiß, aber wir haben es eigentlich, aber du guckst ja nach rechts. Also, wenn meine Kollegen das mitkriegen, dann bin ich dran und es ist gerade ganz schlecht, wenn ich voll hier mit Wasser beschweren. Okay, gut. Vielleicht fahre ich auch manchmal 55, okay? Aber gerade fahre ich eigentlich, würde ich jetzt eher 40 fahren. Weißt du? Sicher ist sicher. Ja, ich fahre eigentlich nur 40. Glaube ich. Ich stehe hier vorne dran. Hallöchen! Hallöchen! Wir müssen ganz dringend irgendwo hin und Energydrinks besorgen, weil irgendwie kippen Leute um und äh... Was? Also, Stevie wollte auch ganz dringend Energydrinks. Ja, ja. Ach, für den? Ja. Ja. Da sollen wir dich doch jetzt hinbringen. Genau, und er wollte zwei oder sowas mindestens an Energydrinks. Oh, nein, er wollte vier. Vier, jetzt aber okay, okay. Ach, keine Ahnung. Aber wir haben einfach ganz viel hier rein. Ich hab ein bisschen Angst bekommen, ne? Geht es hier noch um Energydrinks? Es geht sehr sicher um Energydrinks. Weil, dann ladet mich bitte vorher ab. Äh, klar, wurde. Du um Energydrinks. Wo? Ähm. Also, wo musst du denn danach eigentlich hin, Ariane? Ich weiß es nicht. Du kannst doch mitkommen. Es geht wirklich nur um Energydrinks. Ja. Also, wirklich nur um Energydrinks. Kann ich mal auf dem sitzen bleiben? Na klar. Oh Gott, Ariane, geht es dir gut? Ja, mir geht es super. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sophie rennt jetzt einfach schnell in die Yin-Yang-Tankstelle, holt welche. Dann schmeißen wir sie raus und gut ist. Okay, ich hab im Moment ein Problem mit dem Denken irgendwie. Mit dem Denken? Ja, ich brauch heute einen ruhigen Tag. Ich wollte einfach beim Singen zuhören. Oh ja, stimmt. Das hab ich vergessen. Ist was Bödes passiert? Oder wieso? Ich glaub, der übliche Alltagsstress ist es, Sophie. Du kennst das. Ah, okay. Ja. Und ich kenn's auch. Ähm. Ich hab einen Fee-Kauf gemacht. Sophie, magst du Rot? Oh nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich mag Brot. Nein, nicht Brot. Rot. Rot? Rot mag ich auch. Eva, der war so rot. Ich war eins mit meiner Haut. Aber der war wunderschön. Also, Ariane hat sich einen roten Pulli gekauft, ne? Und jetzt ist er jetzt so rot. Aber der ist wunderschön. Und die Farbe steht ja auch perfekt. Ja, aber der ist so rot einfach. Ich war erschrocken gerade. Okay, Sophie, go. Und das... Oh, sie ist fit, ne? Ich muss ganz kurz telefonieren. Es tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, Frau Barnes. Ja, hallo, störe ich gerade? Äh, nee, alles gut. Äh, ja, nur zum Verständnis. Ich bin tatsächlich, äh, heute gar nicht im Dienst. Wegen der Sache. Stimmt, äh, habt ihr den Standort? Und, äh, die Dame möchte auch gar nicht mehr, ähm, aussagen. Tatsächlich. Ja, ne? Okay. Da bin ich gerade eigentlich... Ja, ist korrekt. Das ist nämlich jetzt gerade problematisch. Ich war da jetzt gerade dran am Arbeiten. Aber ich glaube, fand ich auch, die Brücke, Eva. Ja, das kam mit der Zwischenheit leider. Ich will es nur auf jeden Fall schon mal gemeldet haben. Nicht, dass jemand denkt, irgendwie, ich werde da irgendwie Strafverordnung oder sowas. Nee, alles gut. Sie haben es bei mir gemeldet. Und wenn Sie morgen oder so im Dienst sind und die Akte aufmachen, reicht das. Außer, dass Sie sagen, Sie sind jetzt die nächsten Tage nicht da, sondern richtig aufmachen. Mh, wird sie denn wissen, dass ich, äh, die Akte aufgemacht hab? Weil dann hab ich wirklich ein Problem. Naja. Wenn Sie die Akte aufmachen, klar sieht man dann, dass Sie die Akte aufgemacht haben. Ja. Ähm. Dürfte ich einmal bitten, dass in dem Ausnahmefall, weil das, äh, wirklich wichtig ist, dass ich da jetzt nicht, äh, Sofie, wo soll ich langfahren? Ähm, um die Akte aufmachen. Oh, gut, wir sind ja, äh, ja, erst mal links. Wenn wir machen, meine Frage wird da bloß, wie wahrscheinlich ist es, dass es wirklich zurückkommt. Was sieht aus, also ich glaube nicht, dass es auf der Brücke ist. Ja, scheiße. Dann schauen wir mal, ob ich irgendwie, äh, unten und runter komm. Ja, ja, stimmt schon. Fahr mal geradeaus. Mhm. Ähm, entschuldige mich. Jetzt ist das Problem, was wir jetzt haben. Ja. Ich, ich bin, also ich hab, egal, nur das stimmt um mich. Nee, nee, alles gut. Und nach rechts? Hm? Ja, also ich, 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 ich ruf dann noch mal nach rechts. Also dann noch mal nach rechts. Morgen noch mal durch. Äh, genau, lassen wir uns das morgen einfach in Ruhe erklären. Ja. Okay, machen wir das morgen. Also hier nach rechts? Ja. Also hier nochmal nach rechts? So, nee, geradeaus? Müsste dann gleich rechts von uns unten sein. Und wie kommt man da runter? Ähm, nee, wird sich ja was finden, das ist eine Lösung. Wieso? Da haben wir hier daraus genügend geschwärzte Akte. Wie kommst du da runter? Okay, alles klar. Ja, dann werde ich mich morgen nochmal bei dir. Jo, genau, machen wir so. Dankeschön. Fanns du bist nicht wohl auf der Brücke? Lass dich da auf der Brücke raus, ne? Auf der Brücke? Schau mal, da geht doch ein Weg runter. Wieso denn auf der Brücke? Warum? Was ist denn so viel? Was machst du? Das ist der Highway. Du kannst mich nicht auf dem Highway rauslassen. Warte, lass mich mal gucken. Was ist da? Ich glaube, du musst da jetzt die Treppe runtergehen. Ja, ich guck mal. Ruf an, wenn es nicht da ist, ne? Ja, mach ich. Da rechts, nicht links. Da rechts ist eine Treppe runter und du kannst unter der Brücke lang. Da rechts ist die Treppe runter und die Autos sind. Oh, es ist alles unangenehm und schade, ich sitze drin. Aber die kann es halt nicht wissen. Die kann es nicht wissen. Mal gucken, was das rauskommt. Ey, weil ich bin blöd. Welche Treppe? Ich sehe nur. Ich sehe nichts. Ach, das ist jetzt alles mega düsten. Oh, nein. Bitte, was? Was ist los? Ah, die Treppe. Okay, danke. Genau, bitte. Tschüss. Charlie hat mich mit Sophie gesehen. Äh, ist das schlimm? Hä? Ja. Hey, ihr seid doch schon immer beworben, warum sollte sie dich nicht mit Sophie sehen? Ach, weißt du, größter Abfuck des Lebens. Also ich lasse mich mit Sophie sehen. Sophie ist auch mit einer meiner besten Freunde. Auch wenn man jetzt nicht so viel zu tun hat, aber ich kenne Sophie seit Ewigkeiten. Ja. Geht Sophie gut. Was macht sie da jetzt gerade? Da unten ist irgendwie ein Boxkampf oder so. Sicher, dass es ihr da unten gut geht? Ich glaube schon. Okay, gut. Warum ist heute alles so komisch? Ich glaube, Charlie geht jetzt zu Lamy und petzt erstmal, dass ich mit Sophie gesehen wurde und so weiter. Ja, Moment, du. Hä? Dann schau. Was ist denn hier los, Ava? Ich möchte wieder Co-CEO werden und das Problem ist, was Lamy an mir bemängelt. Er kann mir ja nicht trauen, weil ich mit Sophie befreundet bin. Wie lange kennt Lamy und du, wie lange kennt ihr euch? Die Situation hat mir eins zu eins schon mal. Deshalb warte ich auf morgen. Morgen möchte er es mir verkünden. Er hat Becca schon zu Co-CEO gemacht. Ich möchte es aber auch wieder sein. Weißt du, ich liebe den Job. Oh Gott. Scheiße. Ja. Also die Kacke ist ja richtig am Lampen. Es ist der größte Abfuck überhaupt. Also ich hätte gern wieder eine schöne Firma. Weißt du? Eine schöne, ruhige Firma. Aber ihr seid die Grundpfeiler der Firma. Gerade du bist ein Grundpfeiler der Firma. Das verstehe ich gerade nicht. Ja, abwarten. Tut mir leid. Also da hängt noch ein bisschen mehr dran. Okay. Also ich habe es Lamy nicht gesagt, aber... Max und Barbara möchten dann kündigen. Mhm. Verstehe ich. Hallo Lamy. Lamy. Was jetzt? Hat er was gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er telefoniert. Und... Naja, das mit Sophie und Lamy, ne? Da liegt die Wahrheit halt dazwischen, weißt du? Ich würde sagen, beide Seiten sind schuldig und... Deshalb lohnt es sich auch nicht, da irgendwie... ... sich auf irgendeine Seite zu stellen. Aber ich glaube, Lamy passt es nicht, dass ich da neutral gegenüber bin. Neutral ist das Beste, was man noch in irgendwelchen komischen... ...abgefuckten Situationen machen kann, Eva. Ich glaube, er wünscht sich 100%. Eva, du bist mit Sophie befreundet. Sollst du Sophie... Nur weil die jetzt irgendwie Stress haben, sollst du deswegen Sophie... Nein. Nein. Aber was hat Charlie damit zu tun? Charlie ist doch neu. Ich weiß. Ich weiß. Was ist denn hier los? Was ist passiert jetzt in der Zeit, wo ich weg war? Und wo ich mich so lange nicht gemeldet habe? Ich konnte übrigens nicht. Ich vertraue mir. Ich konnte nicht. Na, vielleicht können wir irgendwann in Ruhe drüber reden, aber... Ich warte einfach morgen ab und so und... Weißt du, ich liebe die Firma. Ich liebe es, Co-CEO zu sein. Ich liebe es, Rechnungen zu überweisen. Okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist schön. Oh, na, ich liebe das. Ich liebe das, weißt du? Ich liebe es, für Mitarbeiter da zu sein und so weiter. Ja, okay, das warst du wirklich immer. Ja, und das ist gerade... Ihr kennt doch lange wie viel Oma. Was ist denn hier... Das ist so komisch irgendwie. Und ich meine, Sophie und ihr waren das Oma. Richtig. Aber die waren doch jetzt eigentlich auch gut. Ja, es hat sich hochgeschaukelt. Also, ich glaube, es war nach außen gut, aber innen war es zwischen den beiden nicht gut. Okay. Glaube ich, ne? Mal so. Wenn jetzt kündigt, ganz unter uns, dann bin ich ja eh kaum am Pfarr. Dann würde ich auch kündigen und würde ab und zu oben im Laden einfach stehen, unentgeltlich. Und einfach, so wie damals, so ein bisschen mithelfen. Na, das Ding ist, ich möchte ja nicht mal kündigen. Ich möchte einfach nur... Weißt du, ich liebe Alice's Taxi. Ich liebe diesen Laden. Ja. Was geht? Abne, bitte, bitte nimm Sophie nicht mehr mit, wenn es geht. Warum nicht? Will ich nicht. Hey, warum? Gut, ich habe es so getan, als würde ich nichts wissen. Eigentlich weiß ich ja auch nicht. Ich glaube, ich kann das alles an den Nagel hängen. Soll ich auch steigen und kündigen gehen? Nein. Ich habe das Gefühl, Lamy ist irgendwie auch generell. Ich komme eigentlich immer gut mit ihm, klar. Er war heute... Heute war er auch wieder ganz nett. Letztens sind wir ineinander geraten. Heute war er ganz nett, war auch lustig. Aber... Ach, tut mir leid, ich weiß gerade nicht so, was ich sagen soll, ne? Alles gut. Tut mir leid, Eva. Ja. Danke. Soll ich mir irgendwo hinfallen, wo du dich wohlfühlst. Ja, das ist eigentlich hier, ne? Oh Gott, Eva. Scheiße. Dann lass uns... Komm, nein. Lass uns irgendwo anders hinfahren. Nicht hier. Schau mal, Eva. Mir war klar, dass Charlie petzt. Was soll das denn? Entschuldigung, aber Charlie hat nicht zu bestimmen, wer mit Sophie rumhängen darf und wer nicht. Und Sophie ist jetzt auch für Blacklist von Alice Taxi, oder was? Ich verstehe Charlie nicht. Ich hatte so einen guten Kontakt zu ihr letztens die ganze Zeit. Sie schien mir so auf einmal so ganz wie ausgewechselt zu sein. Also, ich habe generell das Gefühl, und... Naja, es kann auch sein, dass es gar nicht so stimmt, aber seit Lamy mit Angel und so, weißt du? Ist ein anderer Mensch. Komplett anders. Er ist aber auch kein guter Freund, wenn... Er jetzt sich gegen euch stellt. Ich verstehe das nicht. Aber ich auch nicht. Aber ist egal. Aber so vieles nicht. Max ist da. Moment. Moment, ich rufe Max an. Moment. Aber sag ihm das nicht, ne? Also noch nicht. Er nimmt auch gerade nicht ab. Ja. Wir gehen hier. Okay. Dann. Hey Max. Hallechen. Was ist los? Wo bist du gerade? Mit mir zu Hause. Sollst du Max fahren? Eva? Ja, können wir machen. Wir kommen vorbei, ja? Oh, da kann ich dich kurz dort absetzen. Ich würde gern kurz mit Derek reden. Oh. Okay. Okay. Ich komme vorbei, Max. Bis gleich. Bis gleich. Ist das wirklich okay? Das ist vollkommen okay. Brauchst du irgendwas? Kann ich irgendwas für dich machen? Egal was. Mach mich zu kurz hier, weißt du. Aber nein, nein. Also, weißt du... Weißt du... Ich hätte kein Helles Taxi. Peter. Eva, ich... Das alte Helles Taxi. Hör mir zu. Ich... Ähm, ich sag dir jetzt was, aber du musst mir versprechen, nichts da rein zu interpretieren. Und das bleibt jetzt ganz unter uns, okay? Mhm. Ich glaub, indirekt hab ich dir gerade einen Gefallen getan. Heute. Ähm. Ja. Mehr will ich dazu nicht sagen. Weil ich nicht kann. Und ich darf. Aber halt das bitte für dich, ja? Also, wenn's darum geht, ich mein... Helles Taxi lag schon sehr oft am Schädelweg, ne? Was glaubst du, wie viel Arbeit ich reingesteckt hab, dass es den Laden immer noch gibt? Nein. Ja. Max wohnt nicht mehr hier im Max. Das heißt, es stimmt. Du hast vollkommen recht. Oh mein Gott, Eva, ist mir unfassbar leid. Ja. Ach, so viele sind gerade im Moment krank. Ähm. Oh, das ist nicht schön. Ruf mich oder Max an, wenn irgendwas gleich ist, ja? Oh, das ist lieb, danke. Hm. So, aber beim Max fühlst du dich wohl, oder? Also, unsicher. Ja. Jetzt hab ich kurz wieder Paras gehabt, aber ja. Das ist nur Max. Nee, nicht deswegen. Wegen dem Auto jetzt gerade schon wieder. Achso. Das ist wieder so schnell, das hast du nicht gesehen. Okay, bis gleich, ja? Bis gleich. Hallo Max. Hallo ihr. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, ja. Kann man uns irgendwo hinsetzen? Irgendwo, wo man ein bisschen die Privatsphäre hat, aber nicht unbedingt greifbar ist. Willst du in die Wohnung oder willst du aufs Dach? Aufs Dach muss ich da sehr hochklettern, ich hab hohe Schuhe an. Nein. Ich geb dir schon mal kurz ein bisschen Geld. Nein, nein, du musst mir kein Geld geben. Tatsächlich ist mein Konto jetzt wieder gefüllt. Alles in Ordnung. Also, nein, du musst mir kein Geld geben. Ich will trotzdem... Mit ziemlich viel Geld drum. Siehe ich aus wie ein Dior-Model heute? Oh mein, was? Hör auf, ich hab Drama gehabt heute wegen meinem Kleiderschrank. Ich hab Drama gehabt. Ich hab einen Fehlkauf gemacht. Oh mein Gott, Max! Oh, warte, warte, bin ich mal gestein weg. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Wir haben nur noch 1500 und dann habe ich es. Ne, wir sind quit. Alles gut. Dankeschön. Ne, doch. Doch, wir sind quit. Ne. Wir sind quit, Max Queen. Doch, wir sind quit und ich werde nichts mehr annehmen. Ja, ich kenne deine Kontonummer, kein Problem. Soll ich jetzt gerade so wenig probieren können? Alles gut. Aber die Tage würde ich gerne mit den Augen... Okay, dann aufs Dach, aber ich werde mir barfuß anziehen dafür. Oh, Ariane, weißt du, was das Beste ist? Was denn? Frische Trauben. Gönn dir, sind sie kalt gewesen? Hast du sie aus dem Kühlschrankfisch genommen? Habe ich gerade verschlungen. Ich habe eine neue Freundin, ja? Keine Sorge, ihr seid meine beste Freunde, also so eine neue Freundin. Sowieso. Ja. Und die ist eigentlich ganz sympathisch. Ich lerne die gerade kennen. Ähm. Und jetzt will ich die eigentlich die ganze Zeit fragen. Ich gucke immer so auf die Ohren und denke mir so... Aha, 22.04 Uhr? Ne, zu früh. Ich will sie ja nicht die ganze Zeit fragen, ob wir uns treffen können oder irgendwie sowas, weil leider ist sie total beschäftigt in einem super wichtigen Beruf. Okay. Ähm. Und, äh, wie würdest du dich da verhalten? Hm. Warte, wir müssen da nach vorne. Hm. Ja. Also du sagst, du hast eine Freundin, die du gerne treffen würdest, aber sie ist viel beschäftigt. Genau. Und ich... Ich lerne sie gerade so ein bisschen kennen. Ja. Also, weiß nicht. Ähm. Ähm. Warum wackelst du so mit dem Arsch? Das ruhig doch gar nicht. Du wackelst richtig hart mit dem... Ist egal. Okay, ja. Wir ziehen weiter. So ein Body zu kontrollieren ist schon schwer. Müsstest du auch wissen. Ähm. Ähm. Meine Güte, also... Äh. Je nachdem, ne? Also, eigentlich finde ich sowas nie wirklich schlimm, ne? Vor allem, wenn es halt... Wenn man weiß, sie ist viel beschäftigt und so weiter, ne? Und... Man lässt ja, ne? Ich meine, Freundschaft haben, Freundschaft nicht haben, ne? Ja. So, ich... Weißt du, es ist so ein wichtiger Beruf, die ist Richterin. So. Und die hat natürlich dann so Sachen, ne? Du bist mit einer Richterin befreundet? Du bist mit einer Richterin befreundet, ja. Ja. Und wenn die da halt gerade so eine Verhandlung hat oder so, dann kann ich jetzt nicht sagen, Ey! Nimm dir jetzt Zeit für mich! Keine Ahnung. Ich... Fühlt sich irgendwie... Ich will da keinen schlechten Eindruck machen. Aber gleichzeitig will ich die auch sehen. Das ist dasselbe wie mit dir. Du hast halt auch einen wichtigen Beruf und man sieht man dich halt ab und an nicht. Aber das ist halt so, ne? Deswegen werde ich mit dir nie... Äh, deswegen werde ich die Freundschaft nicht kündigen, weil ich dich dafür zu gern hab. Ach, ich liebe dich. Du bist so schön und kompliziert. Du bist so schön und kompliziert. Du bist so schön und stell'n schon wieder. Du bist so schön und stell'n schon wieder. Du hast immer viele Treppen. Und wenn du... Ja, die letzte. Ja, aber nö, also... Wenn du meinst, dass sie sympathisch und so weiter ist, ne? Dann, äh... Beabreden. Ja. Ja. Dann kann man ja so ein bisschen quatschen, ne? Das ist wie ich und der Leisa, die uns jede Woche einmal treffen, kurz über unser Leben quatschen für eine halbe Stunde und dann... Ja, aber da gibt's noch das nächste Problem jetzt. Ja. Äh, erstmal... Wo gehen wir jetzt? Ach, da vorne. Ähm, wenn wir... Ja, weißt du, ich hab sie ja schon so ein, zwei Mal getroffen. Ja. Und, äh, wenn wir uns treffen, wir reden die ganze Zeit. Ja, du... Du weißt, ich kenn' keinen... Kein Punkt und Komma und sowas. Mhm. Aber wenn ich mich mit der Freundin unterhalte, würde ich die Richterin schon... Krasse Sache. Okay. Kannst du mich einmal ganz kurz nach oben, äh... Dankeschön. Du hast nie gesehen, dass ich das kann, okay? Ja. Äh, okay. Ähm... Auf jeden Fall, wenn... Ivan denkt nämlich, ich bin zu dumm, um da hochzukommen und deshalb hilfst du mir immer. Denkt das Ivan, oder was? Was? Denkt das Ivan, oder was? Was ist mit Ivan? Denkt der das? Ja, der denkt, ich komm da nicht hoch, da bekomm ich ganz gut hoch. Und dann sag ich immer, ja, dann muss ich halt immer diesen Rand da runterklettern, ne? Und dann meint er, ne, ich helf dir, komm, ne? Und ich will aber, dass mir hilfst, obwohl er... Oh. Also er weiß nicht, dass ich das selber kann. Das ist genauso, wie ich ihm letztens gesagt hab, ich will nicht auf der Couch schaffen. Und er hat gesagt, ich schlafe im Bett. Und dann hab ich gesagt, du kannst aber auch nicht auf der Couch schlafen. Und dann haben wir zusammen im Bett geschlafen. Echt? Wie ist das? Und so einfach. Okay. Ähm. Ja, auf jeden Fall eine Sache, die noch dabei ist, ist, weil ich so einen reinen Respekt vor Richtern hab und sowas alles. Immer, weil ich mit der Freundin unterwegs bin, kann ich nichts sagen. Und ich weiß nicht, wie ich das Problem in den Griff kriegen soll. Ich kann nicht reden. Ich bin ganz anders als jetzt. Ich kann nicht reden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist, als hätte ich eine Sperre einfach bei mir drin. Ich kann einfach nicht reden. Und weißt du, ich hab die Richterin immer mal wieder bei der Arbeit so gesehen und hatte mal immer wieder mit der zu tun. Ich konnte immer total gut mit der reden. Also, ich war einfach ich. Mir war egal, was ich gesagt hab. Ja. Aber jetzt ist mir irgendwie nicht mehr egal, was ich sag. Und deswegen kann ich nicht reden. Okay, da kann... Also, meine Güte. Also, du hast quasi Lampenfieber, wenn du mit der Richterin zusammen bist, oder was? Ja, so eine Art... Genau, so eine Art Lampenfieber ist das. Mhm. Und, äh, das ist halt jetzt gerade... Für mich ja tatsächlich, ähm, ein Problem. Weil, ähm, ich nicht... Ja, weiß ich. Was würdest du denn da machen, so? Ähm... Ja gut, wieso musst du denn das Gespräch führen? Tatsächlich führt die Freundin, also die Richterin führt eher das Gespräch. Und das ist mir einfach sehr unangenehm. Wieso das? Weil du denkst, dass sie dann denkt, dass du langweilig bist, oder was? Ich... Ja, ich will einfach nur... Zum Beispiel meinte sie zu mir, ähm... Ich will was über dich erfahren. Erzähl was über dich. Und ich... Maxi könnte jetzt tausend Sachen über mich erzählen. Ich will gar kein Problem damit. Aber ich hatte da Probleme. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich glaub, ich würd Bananenbrot sagen. Wieso würdest du Bananenbrot sagen? Ich weiß nicht, dass du ja verschwinden kannst. Okay. Äh... Äh... Ja gut, ne? Das ist, ähm... Hm... Ich glaub das haltest du... Hm... Ne... Das kann man doch machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Das kann man absolut nicht vergleichen. Aber wie... Ja... Wie war das bei dir und Ivan am Anfang? Ich mein, die waren ja am Anfang Freunde. Das kann man ja ein bisschen mit vergleichen, oder? So hieß es, ne? Wie war das denn so am Anfang? Und wie hieß es jetzt? Ich glaub das kannst du jetzt so nicht vergleichen. Nicht vergleichen, ne? Ivan und ich... Sind... Fast ein Paar. Ja... Bist du mit der richtigen Mann binden? Nein, das ist tatsächlich wirklich nur eine Freundin. Oh. Ist ja... So Kontakte mit der Arbeit und sowas anders. Ich dachte, du hattest eine Freundin, meine Güte. Nee. Aber ich bin eigentlich... Die absolute Laberbacke. Ich kann mit jedem gut. Ich kann... Mich mit jedem... Unterhalten. Ich... Bin ein... Weiß nicht, was mit mir los ist. Immer stimmen mit mir nicht. Ich sag's dir. Ich bin gar nicht ich. Du bist sicher nicht am anbündeln mit dir? Nein. Nein, wirklich nicht. Wovor hast du denn Angst? Ja... Vielleicht hab ich einfach so ein bisschen Angst, sich selbst zu sein, weil... Ich kann auch ziemlich viel Quatsch reden, weißt du? Die ist so... Die ist so... So ein bisschen wortkarg auch, aber dann auch wieder nicht so... Ja, aber du kannst dich doch nicht für andere dann irgendwie verstellen, Ariane. Nein, aber trotzdem... Pass ich immer auf, was ich sag einfach... Hast du so das Gefühl, dass... So quasi die Worte so ein bisschen wie Messer sind und du willst nicht in den Mittelpunkt treffen, oder was? Ja, ich hab... Das auch, aber ich möchte auch gemocht werden halt. Irgendwie ist mir das wichtig, gemocht zu werden. Okay, sag mir ein bisschen was zu der Richtung. Ich hatte ne lange Zeit eher Angst vor ihr. Okay. Und ich hab sie jetzt ein bisschen besser kennengelernt und war überrascht, wie sympathisch und toll sie eigentlich ist. Okay. Ähm... Sie ist eher... Wodka und wenn ich sie... Weißt du, wenn ich dann... Justiz reingehe und... Die steht da so in ihren Richterklamotten... Ähm... Dann... Ist das so, äh... Wie erklär ich das dann? Ich will dann tatsächlich überhaupt gar kein Wort mit ihr wechseln, weil ich dann so einen heilen Respekt hab. Irgendwie... Und ähm... Ja... Wir... Siezen uns dann auch. Und eigentlich... Äh... Privat... Duzen wir uns dann... Die Richterin und... Und ich. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Und äh... Das ist... Weißt du... Ich hab das Gefühl... Ich fang gerade... Ich hab das Gefühl... Ich bin irgendwie... Fünfzehn oder so. Und dann guck ich im Spiegel und denk mir... Oh Gott, wie peinlich bist du denn die ganze Zeit. Du hast doch eigentlich nie die Probleme damit gehabt. Warum hast du das jetzt? Oh Ariane... Das hört sich so süß an. Ich glaub wirklich, dass du so ein bisschen doch ein bisschen verliebt bist. Nee... Also... Aber sagt das der Person noch einfach ganz offen? Ähm... Da ist noch was anderes... Äh... Ich bin noch mit... Äh... Nein... Also... Ich weiß nicht wie ich das sagen soll... Ähm... Ich kann in... 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 Keine andere... Ich kann in... In... Ich kann in diese Richterin nicht verliebt sein, weil ich bin auch in einer Beziehung. Und äh... Ich hab nicht so unbedingt Lust in die Hölle zu kommen. Oder in eine von... Aber in die Hölle kommst du sowieso, du bist bisexuell. Achso, ja. Stimmt, ja. Aber... Auch vielleicht in eine... Ähm... Ich möchte nicht so sein wie die Leute, die ich verteufel. Und ich hab das Gefühl, ich werd gerade dazu. Vielleicht siehst du das ein bisschen zu sehr, äh... Schwarz und Weiß, ne? Es kommt ja immer... So... Ich... Hm... Können wir kurz unter vier Augen sprechen? Kannst du kurz dein Handy ausmachen? Äh... Natürlich. Ich... Ey... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich meine, da läuft ja auch nichts. Also jetzt wirklich, da läuft nichts so. Wirklich. Ich habe sogar das Gefühl, dass es zwischen mir und der Richterin so eine ziemlich einseitige Freundschaft ist. Deshalb solltest du es ja einfach hoffentlich oder ehrlich sagen. Ich will garantiert nichts sagen. Wieso nicht? Nein, ich will nichts sagen. Ich gehe ja gerade erst kennen. Ja, aber du kannst ja trotzdem offen und ehrlich sagen, dass du so ein bisschen nervös bist, ne? Weil du die Person halt einfach sympathisch findest und einfach nie erkennen lernen möchtest. Aber halt ein bisschen, naja, nicht Lampenfieber ist, aber halt so war es schon. Dir fällt es gerade so ein bisschen schwer, weil du es nicht irgendwie komisch wirken willst oder sowas. Ich weiß nicht, ich weiß ja, ich bin so verunsichert im Moment, wie einfach seit drei Jahren nicht mehr. Und da lief auch irgendwie alles ganz anders. Ja, ich meine, ja, vielleicht habe ich so Interesse an dieser Richterin. Aber ich, ähm, es gibt halt so ein paar Schwierigkeiten und weiß ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das, äh, ich glaube, die ist auch nur nett zu mir, weil, äh, sie, ähm, einen Fall hat, der mit mir zu tun hat. So, irgendwie. Und wie kommst du darauf? Weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich denke, ich denke tatsächlich, dass das so ist. Ähm, nur habe ich heute, ähm, Nachrichten bekommen und ich habe mich leider ein bisschen zu sehr gefreut. Was war denn in den Nachrichten? Weißt du, es ist gar nicht mehr so viel, wo man rein, also, es ist, die waren, das waren nur ein paar Worte, so. Und die paar Worte waren? Die hat mir ein kleines Geschenk geholt und, äh. Oh ja, Ariane, weißt du was, direkt wieder auf, ist okay, so, wie du denkst. Niemand vor seinem, seinem Arbeit, ja, nicht Arbeitskollegen, aber halt, du weißt schon, na, Fall, wie nennt man das denn, Opfer? Nee. Nee, so, aber das ist, guck, also, ich, guck mal. Guck mal, also, warte, guck mal, also, ich, äh, oh Gott, ich habe gar nicht mehr zurückgeschrieben, weil ich nie wusste, was ich schreiben sollte. Ähm, also, ich, äh, sie hat geschrieben, ähm, hier, äh, wie war es in Kentucky, habe ich geschrieben, ja, das war etwas einsam, äh, nicht, ich habe geschrieben, äh, hier, ja, ich konnte abschalten und war halt etwas einsam abends. Und dann hat sie geschrieben, äh, das ist gut, äh, oh, Punkt, Punkt einsam. Und dann habe ich geschrieben, ja, wir hatten ein Einzelzimmer und ich war irgendwie mit meinem Gedanken alleine, hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Und dann hat sie geschrieben, äh, oh okay, wahnsinnig, wegen der Vorkommnissen oder was? Ja, du weißt ja Bescheid, ne? Und, ähm, dann habe ich geschrieben, äh, äh, ja, unter andern. Und dann, äh, einfach nur, oh je, okay, aber jetzt hast du ja wieder etwas abgelenkt, habe ich geschrieben, ja, schon. Und dann hat sie geschrieben, das ist schön, äh, ich meine, gut. Und jetzt weiß ich nicht, das ist einfach nur so ganz normal geschrieben, tatsächlich. Nee, nee, ich sehe es. Schon, das ist schon sehr normal geschrieben. Was ist denn... Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du das sagst? Also, wenn du sagst, dass du halt die Person näher kennenlernen möchtest? Dass sie Nein sagt, okay, dann bist du genauso weit wie vorher. Also, die Richterin und ich sind gerade in einer verzwickten Situation, sag ich mal, ähm, bei der wir immer jede sehr spät Besprechungen zusammen in einem, in einer Räumlichkeit, haben. Und, äh... Das hört sich so an, als hättet ihr schon miteinander geschlafen. Nein, nein, ich weiß nicht, wie das erklären soll. Ähm, weil sie ist ja interner, ne, das muss ich immer aufpassen, wenn ich sage, natürlich. Ähm, wir, wir sind so wie auf engen Raum. So, und das heißt, wenn ich ihr was sagen würde und es wird in die Hose gehen, dann würde ich sie ja jeden Tag, äh, sehen. In diesen Räumlichkeiten, wo wir diese Besprechungen immer öffnen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das nur für uns introvertierte Leute so ein bisschen peinlich ist, aber es ist eigentlich keine wirklich unangenehme Situation, weil wir alle nämlich erwachsen sind. Ich glaube, das wirkt für dich nur so, aber eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm. Okay, ich weiß trotzdem nicht, was ich jetzt zurückschreiben soll. Ähm. Mach, wie ihr Tag war. Ja, uh, das ist eine gute Idee. Wie war es dein Tag so? Stell dir vor, die ist jetzt einfach mitten in so einem Richterprozess und ich schreibe, wie war dein Tag so? Ja, mein Gott. Ich habe es jetzt abgeschrieben, mir auch egal. Kannst du mir, ähm, wechseln? Ja. Ich bin mir vor, wie der schlechteste Mensch der Welt ist. Glaubst du gar nicht? Du kommst dir wie der schlechteste Mensch der Welt vor? Ich komme wie der schlechteste Mensch der Welt vor. Wegen Larry jetzt? Ja. Also ich sage es mal so, wenn du das vor allem jetzt erst recht nicht fühlst und meinst, nee, es ist er einfach nicht und, ja. Das ist, ja, das ist ein Problem. Ich habe keine Gefühle mehr für Larry. Gar nicht. Und wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Gefühlt vor zwei Monaten. Ja. Und ich will es ihm halt sagen und ich bin eigentlich, bin ich, ich schwanke zwischen, entweder, wenn er wieder da ist, maule ich ihn an wegen, hast du von der Ringsache gehört? Ja, hast du mir erzählt? Wegen der Ringsache und, äh, trenne mich dann von ihm oder ich sag einfach, dass die Gefühle einfach, ähm, ja. Beides ist halt die Wahrheit. Ich weiß nicht, eigentlich, ich würde ihn generell gerade gerne gehen lassen, ist er, ich hab, wir beide haben uns auch gegenseitig eingeengt, das, ich passe auch überhaupt gar nicht zu ihm. Er wäre glücklicher ohne mich und, äh, ich wäre auch glücklicher ohne ihn. Das hört sich vielleicht jetzt ganz doof an, aber meine Güte, du weißt nicht, also wenn er jetzt seit zwei Monaten weg ist, meine Güte, wann wird er überhaupt zurückkommen, ne? Ach ja, du kannst dich jetzt nicht wirklich darauf verlassen, dass er dann irgendwann zurückkommt. Wir hatten das ja jetzt schon oft genug, ne? Dass, äh, Leute längere Zeit weg waren und dann halt auch nicht mehr gekommen sind, ne? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, du schreibst ihm einen schönen Brief und sagst, dass du, sobald er wieder kommt, gerne mit ihm reden möchtest, aber sagst ihm halt auch offen und ehrlich, dass du es halt nicht mehr siehst, ne? Du kannst nicht auf den ewigen Abschluss warten. Ich würde am liebsten gar nicht so negativ mit ihm auseinander gehen, aber bei der Ringsache, immer wenn ich mir das in die Erinnerung kriege, ruf ich. Ich bin so enttäuscht, weißt du, weil ich das nicht verdient hatte. Ich hab, ich hab nicht verdient, dass man überredet wird, mich zu heiraten. Du isst es! Das ist, das kränkt mich so dermaßen. Das kränkt mich so sehr. Ja, verständlich, ne? Und? Verständlich. Ja. Dass du da vor allem noch so lange drauf warten musst, ne? Das ist so, als würde er immer wieder ein Trophäe vor sich her, also du bist gar ein Trophäe, du weißt schon, wie ich meine, also ein Trophäe vor sich her schieben. Oh mein Gott, jetzt hast du das auch mit der Trophäe gesagt, das hat vor kurzem noch jemand gesagt. Ja, du bist ja mit der Trophäe, ne? Das klingt wie, als wäre ich einfach ein Trophäe für ihn gewesen. Oh ja, du bist für ihn eventuell wirklich ein Trophäe gewesen, ich meine meine Güte. Nimmst du mir nicht böse, aber so 40, ne? Und Larry Skinner, dann hat er dich. So, wird er nie wieder haben. Und das ist mal so ein Ding, was ich nie sagen würde, weil das sagen eigentlich immer nur so verbitterte Männer, die halt auch einen Korb bekommen und sagen, du bist eh hässlich. So ein Ding sagen, das sind ja auch genau die Männer, die sagen so, einen wie mich kriegst du nie wieder. Und man ist eigentlich immer so, oh ja, genau, das ist mein Ding, ne? Aber in dem Fall, ähm, ja. Ach, ich liebe dich, Max. Ich bin wirklich froh, dass, oh Gott, jetzt habe ich eine Antwort, dass es dich gibt. Und bitte reiß einfach nie wieder aus, das wäre super. So ist es und du bitte auch nicht. Okay, sie macht so komische neue Sachen. Hey, ich kann es aber jetzt spektakulär, nein, das mache ich nicht. Vielleicht solltest du das. Das mache ich jetzt bestimmt nicht, ne? Na ja, wenn du nichts zu tun hast, später. Du weißt, du hast ja meine Nummer. Das ist gut, das ist gut, ja, schick das ab. Ich habe das abgeschickt. Sehr gut. Und mal schauen, was jetzt kommt. Das war ja schon der erste Schnitt. Und heute Abend kannst du ja dann sagen, ja. Ja, ich hätte, ähm, wenn du, wenn du gerne möchtest, ne? Na, wenn du gerne möchtest, vielleicht nicht, ne? Aber auf jeden Fall, du weißt schon, ne? So auf die Art, ähm, gerne kennenlernen. Oh Gott. Vor allem, wenn der Fall vorbei ist, erst recht dann. Aha. Ich verreus gar nicht, was geschrieben zu haben, Lex. Ich bin absolut nicht, was ist, wenn er jetzt, wenn er jetzt einfach sein, oh, äh, Kay, zurückkommt. Dann, äh, würde ich einfach weitermachen, erst mal. Oder, beziehungsweise, wie gesagt, ne? Einfach sagen, dass du, und, ist Antwort gekommen? Nee, aber ich habe Herztopfen, oder? Ich muss kurz runtergehen. Achso. Okay. Erzähl mir, wie es mit dir und Ivan läuft. Wie ist es so mit einem, also, ich meine, ihr könnt ja gar nicht über Interna reden, oder? Nee, tatsächlich nicht. Selbst wenn ihr es macht, ich will es gar nicht wissen. Nee, machen wir tatsächlich nicht, leider. Aha. Da kommt immer nur die Frage, wie war die Arbeit? Gut, und dann war es das. Und worüber redet ihr die ganze Zeit? Über Verschiedenes, ne? Über Verschiedenes. Ähm. Ich habe ihm jetzt letztens erzählt, ne, was hier im drucken Parkhaus passiert ist. Und. Ja. Dann war er ziemlich besorgt, tatsächlich. Und deshalb habe ich auch bei ihm übernachtet. Also, weil er wollte, dass er dort übernachtet, tatsächlich. Dann hat er mir noch seine neue Wohnung gezeigt, ne? Und, äh, dann habe ich ihm mal über die Zeit erzählt, als, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der eine, ähm, der immer gesagt hat, dass er, was von mir fehlt, und 20 Zentimeter warten auf mich. Bitte was? Weißt du das nicht mehr? Nee? Warte mal. Da war so ein Mann. Da war so ein Typ. Wie, warte mal, warte mal. Ja, jetzt ist er weiter, jetzt ist er weiter. Ich glaube, ich erinnere mich. Da war so ein Typ. Das war einfach nur dieses eine, woran ich mich immer wieder daran erinnere, ne? Ähm. Da war so ein Typ, der hat mich angerufen, ne? Und ich weiß gar nicht mehr. Ja, 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 doch, ich weiß. Dieser Verrückte da. Genau. Der sich jetzt so krass angemacht hat, ich erinnere mich. Ja, so ist es, der mich angerufen hat und gesagt hat, ja. Und dann ist er der Lehrer. Und ich, der Schüler. Und ich hab ne schlechte Not und jetzt muss ich mir extra Arbeit bei ihm schreiben. Und dann hat er sich verabschiedet mit 20 Zentimeter, warten auf mich und hat aufgelegt. Warte mal, wie seid ihr danach verblieben? Ich glaube, das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Was, er muss dir endlich sagen? Ja, da war ja dann irgendwann, äh, wurde er dann gesichtet, der Ampir, ne? Mit einer anderen, weil ich ihn anscheinend zu lang gebraucht habe. Ach, krass. Und ich weiß noch die Worte von Barbie. Ja, so ist es auf jeden Fall. Ich weiß noch die Worte von, ja. Was hat, was kam? Ist auch wieder so ein Ding, halt, ne? So, klar, ich muss dir doch noch was geben. Aber es ist so, Punkt. So, klar, ich muss dir doch noch was geben. Es ist so, ja, ich muss dir sowieso noch was geben, ist alles gut. Weißt du? Oder verstehe ich das falsch? Ich glaube, das ist so ein Ding, das man gerne interessant wirken möchte. Ich hab mal, ach ja, stimmt. Okay. Nicht einfach, nicht mehr. Jetzt auch so zurück. Wir ziehen weiter. Ja, ich wollte nur sagen, ich erinnere mich da immer an die Worte von Barbie, die zu mir gesagt hat. 20 Zentimeter mit genauso Durchmesser, ne? Weißt du, das ist, als würdest du dir eine Cola-Dose in den Arsch schieben. Das sind Schmerzen total, hat sie gesagt. Weißt du eigentlich, dass ich jetzt eigentlich auch ganz nice finden würde, wenn Barbara hier sitzen würde und ihr wirklich euch streiten würdet über irgendwelche banalen Sachen? Oh, das wird wahrscheinlich passieren, ne? Wo ist sie eigentlich? Gute Frage, die müsste unten liegen. Ich hab dir heute versucht, Anzug rufen, aber... Keine dran gegangen. Also, du und Ivan, ihr seid jetzt aber noch nicht zusammen. Nee, noch nicht. Er hat aber gemeint, ich kann auf jeden Fall öfter gerne vorbeikommen und übernachten, damit mir nicht mehr so kacke hier passiert. Weil, wie gesagt, hier ist anscheinend wirklich so eine Gegend, ne? Hier passiert ziemlich viel Scheiß. Ja, und hast du mir jetzt gerade einfach die ultimativen, diepen Tipps gegeben und selber befolgst du die überhaupt gar nicht? Kann das sein? Aber wieso soll ich die befolgen? Ich bin eigentlich, also, wir... Wir machen schon miteinander rum. Aber ich, mein, hat er denn mal gesagt, dass er, ich weiß ja, das ist Kinderthema, aber hat er gesagt, dass er in einer Beziehung sein möchte? Also, bist du da gerade der Einzige? Oh, ja, stimmt. Das hab ich auch auf jeden Fall angeschrieben, äh, angeschrieben, sag ich, angesprochen. Und er hat gemeint, ja, er macht sich da nochmal Gedanken. Und ich hab auch zum gesagt, ich wollte ihm jetzt nicht, ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie an die Wand stellen, ne? Ich wollte ihm auf jeden Fall nur sagen, dass er auch weiß, dass das auf jeden Fall für mich nicht so ein Ding ist, damit er halt auch weiß, hat das für ihn vielleicht mehr Sinn oder nicht? Und dann hat er gemeint, so, ja, so, auf lange Sicht hin, er meint ja jetzt, er will das auf jeden Fall nicht jetzt, sondern wirklich erst später in der Zukunft. Ich hab zum gesagt, ja, später in der Zukunft, ne, wird sich meine Meinung halt sehr wahrscheinlich nicht ändern, ne? Und bevor es dann soweit ist und wir büllen dann an und dann, aber wenn die Zeit gekommen ist und er will Kinder, dass wir dann sagen Tschüss, das fand ich ziemlich scheiße. Hm. Ja, schwierig. Also, so eine Situation ist, äh, immer schwierig. Ja, so ist es. Also, ja, mal schauen. Also, ich hab jetzt schon gesagt, da soll ich vielleicht ein bisschen Gedanken machen, was er so davon hält und ob das so ein Ding ist, äh, was er jetzt wirklich unbedingt will oder ob so ein, ob das vielleicht einfach so, so eine Sache ist, wo er sich so denkt, oh, ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Familie, aber, äh. Aber es wäre wirklich schade, wenn, wenn er es jetzt daran scheitert, weißt du, wie ich meine? Oh, so ist es. So lange hast du dich wirklich noch nie mit jemandem getroffen und so langsam ging es auch irgendwie nie. So ist es und irgendwie genieße ich es gerade wirklich sehr, ne? Vor allem, weißt du, was ich jetzt irgendwie ziemlich wichtig finde? Vor allem, ne, wenn man mit jemandem zusammenkommt, auf jeden Fall davor eine Freundschaft aufbauen. Irgendwie höre ich noch ganz viele Motorgeräusche jetzt weiter. Ja. Aber eine Freundschaft habt ihr ja, aber er trifft keinen, er trifft niemanden. Nur dich. Ne, also nicht das Süße genau, ja. Nur mich, hm? Ja, meine Güte, ich weiß nicht, was hier los ist, aber es hat aufgehört. Ja, ne, also, ähm, wenn du halt, ne, so ein bisschen Interessante Richtung hast, werden sie kennen langsam und so weiter, kann ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, ne? und, äh, bin, äh, bau erst mal eine Bindung auf und so weiter. Genau. Ja, das, äh, wursuch ich, das ist, wie gesagt, äh, das sind ein paar Sachen, die machen uns ein bisschen schwierig da halt. Aber ja, das, äh, das mach ich ja schon die ganze Zeit. Das Problem ist bei mir nur das Reden. Ich will nicht dieses, weiß ich nicht, ich will nicht dieses Gestammel, das bin ich einfach nicht. Das ist, ich meine, ich hab bei Harry damals zwar ja auch nervös, aber ich hab da so viel geredet und ich hab' mir aufgehört. Mir hat's irgendwie bei, bei ihr hat's mir irgendwie die Sprache verschlagen. Erzähl's bitte nicht, äh, erzähl's kein weiteres. Mach ich nicht. Ja, was, ich hör's, ich hör's doch die ganze Zeit, was ist denn hier los? Was ist? Ach ja, hier ist ja auch ein Parkhaus. Oh, oh. Oh, ich hab wieder ein SMS gekriegt. Hallo. 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 Hallöchen. Seid ihr vom Paradise? Oh, hi Max. Nein, Hallöchen. Ihr seid wirklich nicht vom Paradise. Oh, hi. Wir suchen diese Ostereier. Ne, was suchen wir? Ostereier? Ja, wie heißt es nicht? Ist es wieder so weit? Gibt es Kürbis? Nein, nein, genau, dieses Kürbis, ich hab' keine Ahnung, irgendwas steht auf Venture und irgendwie muss man da irgendwas finken. Moment, da kann man so? Moment, wo? Wo steht das? Nein, da stehen so Mitarbeiter, so Paradise-Mitarbeiter irgendwo rum und dann geben die einem den Schlüssel zu so'n Event-Dings-Bums oder so. Ich will auch bei Paradise arbeiten. Ich hab' keine Ahnung. Ja, Max, dann mach das doch. Äh, ich wollte euch nicht stören. Nein, alles in Ordnung. Oh mein Gott, ich hab' kein Geschenk heute. Ich will jedes Mal ein Geschenk für die Rektorin haben. Wir wollten uns grad die Zunge in den Dachen schieben. Auf französische Art und Weise. Viel Spaß euch noch und so. Passt auf euch auf und bis bald, ne? Wo stehen die denn die Paradise-Mitarbeiter? Ja, das ist die große Frage. Das weiß ja keiner. Ich ruf' einen davon an, ich kenn' einen, aber... Äh, heu immer? Ne. Vitamin B. Wie, ich bin noch eingestimmelt. Ja, ich komm' vorbei, ich stemme ihn hier aus, das geht nicht. Danke dir, dass du das gesagt hast. Bis dann, ciao. Wunderbar. Wo, äh, arbeiten sie denn? Äh, bei RS Taxi. Und sie? Ne, ich auch. Cool. Wer sind sie? Ich bin Sly. Und sie wie? Barnes, Ariane Barnes. Ah, hallo Kollegin. Ja, hallo Kollege. Es war jetzt wild. Ja, gut, ne? Ja, Kürbisse also. Ich muss unbedingt... Keine Ahnung, da stehen irgendwelche... Wie steht denn das auf Adventure Wallet? Was bekommt man denn dafür dann? Ein Kürbis? Nein, das ist dieser... Wie heißt denn das hier? Da, dieses Orangene, dieser Paradise Horror Quest Poster. Ach da, ja. Die nächsten sechs Whiteless Codes sind ab 22 Uhr auf der Insel versteckt. Bei jedem Code steht heute ein Mitarbeiter von Paradise. Wo krieg ich die Codes her? Oh, Update, alle Codes wurden gefunden. Aber das ist von heute früh. Von gestern, genau. Ne, von gestern ist es bestimmt. Ich verstehe das nicht. Aber das... Jetzt sind sechs Codes irgendwo versteckt. Und daneben steht irgendwie ein Mitarbeiter von denen. Aber sicher? Das ist ja auch von gestern. Ist das auch von gestern? Ja. Das ist doch scheiße. Gibt es da auch irgendwas zu Halloween, was nicht... Halloween Nuggets... Was nicht Süßes? Tatsächlich ist es von gestern. Warum sind meine Leute so? Was soll das? Ja, also ich glaube, die stehen da nicht mehr. Lass mal mal kurz abchecken. Ja, sagen wir, stehen die Codes von gestern? Also das, was da steht? Weil der Post von gestern war. Die nächsten sechs Writeless Codes sind ab 22 Uhr auf der Insel versteckt. Das hast du jetzt aber deutlich gesagt, Sly. Ja, ne? Das war am 14. gepostet. Seid ihr verwirrt, oder was? Ich, ne. Also für mich hat sich die Sache wohl... Ne, die, mit denen ich telefoniere. Willst du telefonieren? Ja. Willst du mich bitte zur Yin-Yang-Tankstelle mal fahren? Ja. Ich hab Hunger. Pfiffst mal weniger. Aber dann bis gleich. Ich kann dir auch was zu uns geben. Ciao. Ne, ich will was Spezielles. Ich hab Mangdaten. Willst du denn? Weiß ich noch nicht. Mangdaten. Also, passt auf euch auf. Habt einen schönen Abend und sorry, dass ich da war und gestört hab. Bis dann. Ja. Bis dann. Ciao, Kakao. Tschüss. Bis dann, Antenne. Okay. Lass mich ganz kurz. Ich hab ein Auto. Ich fähre immer mit mir zu kommen. Ab unten was ging, Mangdaten. Nur kurz. Weg. Nur kurz. Wieso? Wartet halt, wenn die durch da sind. Nein, die wartet da tatsächlich nicht. Aber warte. Oh, danke. Aber ich würd ihr gerne, ähm, was herzhaftes irgendwie was zu essen holen. Irgendwas besonderes. Okay, dann machen wir das. Irgendwas, was nicht süß ist, weil süßigkeit aber nicht gut sind. Wie heißt die Richterin denn? Johanna. Jetzt ist Johanna. Vielleicht siehst du sie mal hier. Okay, ich freu mich auf, Johanna. Ja. Ich hab ihn mit dir schon weh. Entschuldigung, ich hab gar nicht mit dir. Ich hab gar nicht mit dir. Ich hab gar nicht mit dir. Ich hab meinen eigenen Saber runtergeschickt. Ich muss die ganze Zeit machen. Ja gut, dann fahren wir mal. Ich will Johanna was kaufen. Ich hab was im Auge gekriegt. Scheiße, ist gar nicht gut, ey. Okay, jetzt, jetzt geht wieder. Jetzt ist ja alles verschwommen. Okay, jetzt ist es dir. Äh, wo war, wo war mein Roller? Schockschwere Not. Stören euch die Geräusche nicht? Also hört ihr die in der Wohnung? Nee, gar nicht. Das ist ja, die Wohnung ist ja doch ein bisschen weiter. Können wir mit dem Auto lieber fahren? Mit dem Auto? Ja, das Auto steht aber unten. Ah, okay, super. Jetzt ruhig rein. Ja. Gut. Wow, das Licht ist so schön hier. Äh, schließt's ab, ne? Hab ich. Wie fantastisch, es gibt zwei Schlösser hier. Immer zum Kontrollieren. Für die Garage und für den Haupteingang. Okay, das ist wirklich cool. War das der gleiche? Hm. Nee. Das wundert mich immer. Pff. 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 So, also was ich sagen wollte, ist, es wundert mich immer noch, dass du den Faden blockiert hast. Das ist so, so schade, ja, ich will. Ähm, ja, alles gut, alles gut. Ich kann das gerade echt nicht gebrauchen. Ich, äh, ich, äh, ich muss gerade eh nicht in Sennstimmung. Ey, ich wollte mal wieder zu Digital Dean. Mal gucken, was die da so mal... Willst du mir eine Lavalampe kaufen? Nee, die, ey, die kostet immer Panierung. Nee. Aber mal gucken, vielleicht, äh, irgendwas Großes, was ich irgendwo hinstellen kann. Wie ein Kasennreporter oder so. Ich wollte mir mal eine Lavalamp ... äh, einen Fernseher, meine ich kaufen. Oh. That wäre ertлительig auch gut. Und ein schöner Laptop. So hieß es und ein Laptop auch. Aber vor allem eine Lavalamp ... äh, äh, ein Fernseher, meine ich, äh, weil ich hier in meinem Zimmer keine habt. Oh, hm. Du hast keine Fähne mehr? Ach ja, stimmt, in deinem Zimmer. In meinem Zimmer ist nie. M-m, oder vielleicht Barbie anschenken? Ich will aber vor allem, weil es noch als die Sache da war mit Fee und der Wohnung sie wollte ja unbedingt eine am Strand haben und dafür hat sie mir ihr Motorrad geschenkt und das habe ich verkauft und letztendlich hat sie die Wohnung nicht bekommen. Ich will auf jeden Fall irgendwann wieder eine Rappeldi kaufen. Oh ja stimmt. Äußern nicht mit Haugard, hast du sich jemals wieder gemeldet? Ne. Leider nicht. Ist auch wirklich. Guck jetzt mal, ich brauche jetzt extra Sachen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil ich ja eigentlich zu seinem Geburtstag im Feuerwerk trotzdem machen wollte und das habe ich aber dieses Jahr nicht gemacht. Wann war denn sein Geburtstag? Ende Mai. Dann holen wir das irgendwann nach. Ja nächstes Jahr dann. Nein, dieses Jahr können wir das noch nachholen. Ne. Dann schmeiß wir einfach alle ein bisschen zusammen und dann geht das schon. Nein, alles gut. Nächstes Jahr dann. Ja, wir machen das vielleicht indirekt auch für uns selbst. Hier ist nur Süßes. Hier ist nichts Herzhaftes, Cooles. Wieso Pumpkin Cookies? Ja, aber die sind auch süß. Oh, ich kaufe mir welche. Ich habe Bock. Goals Cookie. Oh, wie cool. Die haben nur Spicey Halloween Nuggets. Oh Gott, das ist wie mit Punkte. Ist sowas wie eine Hure schon wieder? Ähm, ja, warte, ich habe sofort. Ja, alles gut. Okay. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts, Max. Gar nichts. Kann man nach oben fahren? Nein. Ich, äh, sie will sich jetzt mit mir treffen und sie, sie, sie hat Punkte geschrieben. Ich weiß nicht, was ich da... Punkte. Ist euch da was? Wie? Lies mal die Nachricht vor. Ich weiß nicht, was du mit Punkten meinst. Also, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du möchtest, Punkt, Punkt, können wir uns treffen. Punkt. Bin aus der Richterdienst. Ähm. Ist so schön. Bist du gerade? Ich brauche mir noch einen Bubi-Riegel. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich beschenkt werde, Max. Ich bin die Schenkerin. Deswegen will ich irgendwas. Ich brauche was. Ich muss auch schenken. Äh, was magst du denn so? Nichts Süßes. Nichts Süßes. Und Rot. Alkohol? Äh, nee, ist glaube ich nicht so gut. Eine Wurst. Eine ungebratene Wurst. Eine ungebratene Wurst? Steht das auf der Verpackung? Nudeln, um die kochen. Nein. Bitte, bitte hör auf, ihr. Ohne Scheiß. Warte, bitte, warte, nicht. Bitte, warte, das sollte nicht. Wir warten. Wir schauen. Kannst du mich gleich irgendwo rauswerfen? Kann ich auch direkt zu ihr fahren. Ja, das ist schwierig gerade. Das ist wirklich schwierig. Wieso? Das, ähm... Ist gerade wirklich sehr schwierig. Ich kann mir gleich in die Hose, glaube ich. Oh Gott, wie du... Oh Gott, wie du... Oh Gott, wie du... Nein, so meine ich das nicht. Du musst doch nichts sagen. Oh Gott. Oh Scheiße, ja, du auch nicht übrigens. Äh, Entschuldigung. Hm. Doch, lass uns mal zu dem Ding fahren im Norden von der Stadt. Nee, ich muss ja... Nee, ich muss ja... Also ich... Äh, sie ist jetzt... Sie wartet da gerade, weißt du? Hey, Mensch. Eine, eine Sache. Weißt du noch, als wir letztes Jahr die Kürben... Die Kürbisse geschnitzt haben? Und da so eine Kerze reingestellt haben? Ja, ja. Ja, ähm... Was ist damit? Ja, das sollte ich mal wieder machen. Ich habe mein Schneidebrett noch zu Hause. Aber ich kann jetzt auch keinen mitnehmen, ne? Na, ist okay. Okay, Max, äh, warte, ich... Warte, ich schaue mal noch schnell da drüben. Okay. Und nicht zum, ähm... Wo, wo sind denn keine Menschen? Ähm... Wo sind keine Menschen? Ein so ein Ort für zwei einfach, aber wo niemand sonst ist. Ja, aber du darfst nicht hinkommen. Die ist so schüchtern. Ey, du... Ich will sie trotzdem ganz kurz... Nein, nein, bitte, Max, ich flehe dich an. Wirklich, ich schwöre, ich flehe dich an. Bitte. Ich werde sie dir noch vorstellen, aber... Da ist ja nichts. So, weißt du, wie ich meine? Oh Gott, ich muss mich melden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde gleich wieder... Ähm... Ich weiß jetzt schon, ich werde gleich wieder... Bei diesem gelben Ball, wenn du Richtung Observatorium fährst, gegenüber die, äh, die Straße lang. Das ist zu weit, das ist zu weit. Da finde ich ungereist nicht. Wieso? Ihr geht halt einfach ein bisschen spazieren. So weit ist es nicht. Da habe ich doch das Feuerwerk von Hauke gemacht. Ja, aber meine Schuhe. Dann wechsel die halt kurz. Okay, lass mich zum... Ich habe keine Ideen. Das ist auch so ein Ding. Ich habe gar keine Ideen. Okay, ich lasse mich zum, ähm... Roten Parkhaus fahren? Zum Roten... Okay, ich bin beim Roten Parkhaus. Kannst du mich da abholen? Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Egal. Dann kann ich ja da einsteigen, in ihr Auto. Kannst du dann schon mal in die Wohnung gehen? Dann fahr mich schon mal dahin. Genau, ich warte jetzt lange unten. Ganz bestimmt gehe ich in die Wohnung. Ich schwirr dir weg. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich flähe dich an. Von, wirklich... Von the bottom of my heart. Wirklich. Bitte, bitte, Max. Bitte. Wieso verschämst du dich denn so? Max, ich bin 50 Jahre alt. Ich kann da nicht hin. Ich merke das. Aber ich bin doch nicht dein Vater. Ich kann da... Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Okay? Egal, was du... Sie ist alt. Sie ist alt. Sie hat schon graue Haare. Ähm... Das... Nein, er hat sich... Er hat sich schon mal 10 pro Haare. Äh... Don't judge. Oh Gott. Okay. Schmeiß dich einfach da raus. Ich roll mich einfach. Alles in Ordnung. Max, hör zu. Bei Ivan würde ich das nie machen. Ich würde nie einfach bleiben, okay? Kannst du bitte mit einem gesunden Abstand einfach wenigstens stalken? Mit einem gesunden Abstand? Halt dich, das kann ich so weit weg von hier. Lass mich hier raus. Nein, ich dreh hier einfach. Dankeschön, ja. Adi, du musst mal ein bisschen durchatmen. Das ist jetzt nicht irgendwie... Ich kann nicht. Das ist jetzt nicht Obama, der dich abholt. Ja, für mich sowas ähnliches, weißt du? Okay. Okay. Geh jetzt raus. Geh wohin. Also, wie gesagt, das ist eine alte... Risotto. Das ist eine ältere Frau, okay? Nein, weißt du, Frau. Was meinst du? Wie alt ist die ja, Leanne? Kannst du jetzt bitte... Ich schwöre... Nein, guck mal, ganz kurz. Wirklich, bei Ivan würde ich... Ich würde jede... Wenn du sagst, geh, dann würde ich gehen. Okay, ich würde aus sicherer Entfernung wahrscheinlich... Okay, das auch nicht. Aus sicherer Entfernung würde ich wahrscheinlich das Ganze beobachten. Okay, geh mich jetzt... Ja, verstehe ich. Bist du mir sicher? Ja, ich weiß doch, als ich da was mit Smith hatte und du und Barbie und Jo seid mir hinterher gefahren. Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich schon. Max. Okay, hör zu. Was brauchst du? Wie viel Geld willst du haben? Ich geb dir alles. Mach einfach Bescheid. Ich geh, ich geh. Alles gut. Ja, ganz schnell. Ach ja, behitze ich mich. Willst du noch ein Bubi? Ich will kein Bubi. Wie hab ich heute generell nicht so viel gegessen? Oh mein Gott, kann sie gehen? Willst du noch ein Bubi? Warte, ich geb... Willst du ein Bubi? Nein, ich ess meine... Ich ess meine... Ich geb den Bubi. Ich geb den Bubi. Ja, hab's immer. Dankeschön, vielen Dank. Okay, gut. Also. Ja, warte kurz. Tschüss. Max, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Kannst du bitte nicht mehr auf den Kofferraum aufzumachen jetzt? Oh, scheiße. Oh Gott. Hey. Hey. Wann war... Da... Bin dir immer zu. Max singt, du bist ne alte Frau. Oh, fein war los. Oh. Schon ein bisschen weh. Tja, ich ähm... Wollte es nicht, ich ähm... Ja. Alles okay? Ja, es ist alles okay. Wie geht es dir? Ja... Ganz okay, denke ich. Und dir? Ja, auch ganz okay. Wie war denn dein Tag in Los Santos? Ähm... Der war in Ordnung. Ich, ähm... Hab... Ähm... Von einer Freundin erfahren, dass sie... Einen Taser hat. Und jemanden getasert hat. Und habe das dann hin Williams weitergeleitet. Das war gleichzeitig die Person, die mir immer Informationen zu Appenderson gegeben hat. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber... Ich will mich ja auch nicht mit ihr was strafbar machen. Hm. Alles okay? Du klingst ein bisschen... Heiser? Nein, es ist alles okay. Ich, äh... Kling nicht heißer. Ich, ähm... Hab gerade viel geredet. Ah, so. Okay. Ich, dass du krank bist oder so. Nein, ähm... Hm. Du willst so hin? Da hör ich mich heißer an. Ich bin mir nicht sicher. So. Okay. Äh, ja, ich, ähm... Ja, wohin... Ja, es... Ich, ich... Ich will jetzt auch nicht, dass wir irgendwie die ganze Zeit immer so sinnlos rumfahren. Du hast gesagt, dein Tag war bis jetzt so... Ähm, was hast du nochmal gesagt? Ähm... Ich weiß nicht mehr, was du geschrieben hast, aber irgendwie war dein Tag irgendwie? Und dann hab ich gesagt, ja, dann können wir uns ja treffen. Und jetzt will ich natürlich, dass der Tag besser wird, aber... Ähm... Ich glaube, ich werde wirklich ein bisschen heißer. Losfahren ist ja relativ. Wir... Verhalten uns ja... Verhalten uns ja... So. Aber wir können auch irgendwo hin, also... Wir können auf den Friedhof Gräber gucken. Nee, nee, warte mal, das ist nicht gut. Nee. Vergeiß nicht. Das ist ein bisschen kurios. Ja? Wäre schräg, wenn wir das tun. Ja. Ähm... Ich wollte dir eben was zu essen mitbringen, aber die hatten tatsächlich nur Süßigkeiten. Und du hast ja gesagt, Süßes ist nicht so gut. Nee, ist... Nee, ist... Okay, aber... Hm... Wirklich so ganz heiße Süßigkeiten, Mensch, stimmt schon. Hat ich erzählt. Gut, ich hätte sonst gefrorene Halloween-Nuggets geholt, aber... Die sind gefroren. Nee, nee, alles gut, du musst nix der Essen mitbringen. Also, wirklich nicht. Aber du... Ist okay. Du hast gesagt, du willst mir irgendwas geben, und ich bin nicht gewohnt, dass ich irgendwas krieg. Ich, äh... Ich bin mir irgendwie immer einigleiten verschenkt. Ist... Ist nichts Besonderes so an sich. Ja, aber ich hab ja gesagt, auch wenn es ein Bonbon ist, dann... Ja... Ja. Ja. Oh, nicht halte dich auch von nichts ab oder so? Nee, nein, 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 nein. Ich hab doch gesagt, so... Also, du hast doch gesagt, so, ich soll mich bei dir melden, wenn... Und so. Tja, und das hast du getan. Und jetzt sind wir hier wieder im Auto und... Überleg mir den ganzen Tag was, aber jetzt ist mein Kopf schon wieder leer. Warum ist denn dein Kopf leer? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich gerade noch nicht leer. Irgendwie... Weiß ich nicht, wenn du mir in der Nähe bist, ist mein Kopf immer leer. Ich... Wahrscheinlich der Druck einfach, weil ich, ähm... Wegen... Wegen doof und so, weil... Nee, was... Also mach ich dich doch nervös. Nein! Das ist aber nicht meine... Also, wenn ich dich doch... Tut mir leid. Weil wir duzen uns doch schon, also... Ich dachte eigentlich, dass ich da nicht so diese Ausstrahlung hab, die mir alle so... Ja, vorwerfen. Ähm, nee, das ist es auch irgendwie nicht. Ja, ähm... Ich hab mir einen neuen Pulli geholt. Ah. Okay. Und hab den Kopf geholt, weil ich war mit einer Freundin dann in meiner Wohnung und sie hat gesagt, ich bin eins mit meiner Couch geworden. Und dann mussten wir den ganzen Weg wieder zurückfahren, damit ich mich umziehen kann. Wie, du bist eins mit der Couch geworden. Ich, äh... Ich bin ein wirklich eins mit meiner Couch geworden. Der Pulli hatte wirklich genau den gleichen Farbton wie meine Couch. Oh. Also ein roter Pulli. Er war sehr rot. Okay. Also, rot. Rot, ja. Den hast du noch. Den hab ich noch. Okay. Bestimmt. Ein cooler Pulli. Nee, eigentlich nicht so. Eigentlich nicht so. Warum? Ich, äh... Ich, äh... Konnte irgendwie gar nicht sehen, als den anderen hatte. So rot war der. Ah. Ja, das mit dem... Ah. Alles okay? Ja, ja, alles... Alles okay. Ich hatte irgendwie gerade... Spür, als würde ich... So viel was auf der Straße sehen. Achso. Ich überleg gerade, wo wir hinfahren können. Ja, die Ölfelder vielleicht finden wir ja... Ari, wenn ich mit einem Jubeler auf die Ölfelder fahre, weißt du, was dann passiert? Nix Gutes. Okay, das war auch eigentlich nur ein, äh... Scherz. Achso, ja. Ah. Ah. Ölfelder. Super. Okay. Also Pulli nicht so cool. Okay. Nein, der ist eigentlich ganz schrecklich. Und der hat ein, äh... Herz von irgendwie... Was mir sehr unangenehm, ihn nicht zu tragen. Hm. Herz vom... Helm? Ja, so vorne aufs... Im Aussteck. Hm. Ja. Also war dein Shopping-Tag, sagt man ja, glaube so, nicht so erfolgreich? Nee, weil beim Prolabs habe ich gemerkt, dass ich beim Aphodonis geklaut habe. Und die kennen das aber schon von mir. Ich habe mal Anruf gemacht, dann konnte ich wieder zurückbringen. Also die kennen das schon von dir, dass du klaust? Äh, aus Versehen. Ich, ähm... Aus Versehen. Manchmal ziehe ich einfach meinen Pulli drüber und vergesse, dass ich irgendwas in der Kabine anhatte. Und dann passiert es einfach so. Ich bin wirklich keine Diebin. Wirklich. Ich klau nicht. Ich bin keine Diebin. Ich verstehe. Keine Diebin. Keine Diebin, nein. Ist vermerkt. Okay. Hm. Ja. Hast du irgendwas zu erzählen von heute? Irgendwas, was du mir sagen darfst? Hm. Wir haben ein paar Wohnungen heute durchsucht. So. Und geschaut, ob wir irgendwelche Hints finden. Anscheinend wollte sich jemand anderes von den goldenen Leuten auch stellen. Oh, ist das so? Hm, ja. Wir sind uns nicht sicher, ob das eine Finte ist oder so. Moment mal, da sind die noch aktiv? Nee, irgendwie nicht so, aber irgendwie ist dann doch jemand da gewesen. Ja. Hier nebenbei kann man sich gut mit Leuten treffen. Keiner Tipp von mir. Ah, okay. Ähm, ja. Das ist der Gegendverkehr. Hm, aber ansonsten. Ich kann doch, es gibt was Wichtiges angekündigt wurde am Samstag. Ja, Ray hat mir schon irgendwas gesagt. Also noch, sie hat gesagt, ich werde es wahrscheinlich am Montag, also morgen, erfahren. Es gibt mit kleinere Formen, kann man eigentlich sagen. Okay, tatsächlich, dachte ich, wenn ich dich nach deinem Tag fahre, dass ich jetzt irgendwas höre, was nicht beruflich ist, aber... Ich weiß nicht, vielleicht seid ja anders schön vorbeigefahren oder so, aber es ist ja wirklich immer beruflich bei dir. Gut, mir leid. Nein, alles gut. Hast du was Leckeres heute gegessen? Keine Suppe. Äh, ich meine die Suppe aus dem Kühlschrank. Oh. Cool, da freu ich mich. Ja. Ich hab heute versucht, die Kochschule anzurufen, aber es hat leider keiner abgenommen und keiner zurückgerufen. Okay. Was möchtest du da machen? Naja, ich wollte meinen Kopf hoch erweitern. Ich war ja erst einmal da. Hm. Okay. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was du magst und dann kann ich ein bisschen den Kühlschrank kriegen. Na, das wäre natürlich cool und ich denke, das, was du kochst, ist immer ganz gut. Ich geb mir Müll. Hm? Nicht wundern, ich such gerade einen Ort. So. Okay, Hauptsache du bringst mich nicht um die Ecke oder so? Damit ich dir das Gefühl, dass ich dich um die Ecke bringen will. Nein, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich kenne einen Ort, den ich dir noch zeigen kann. Wenn du möchtest. Ja, gerne. Okay. Ist nur ein bisschen... Ja. Grün. Da muss ich dir vielleicht helfen beim Unterlaufen oder so. Wenn das wirklich okay ist. Okay, ja. Ich bin gespannt. Äh, mein Telefon, Sekunde. Hm. Ah, ja, dann sag dir, was ich dir geschrieben habe. Äh, was hast du denn geschrieben? Ich habe es nicht gesehen. Guck auf dein SMS und lies es laut vor. Nein, das mache ich nicht. Doch, sag das. Nein, das mache ich nicht. Doch, sag das. Ich tank mal kurz. Ja. Ähm. Ich, äh, ich lese es mir durch. Ja, lies es laut vor, ich höre dir zu. Jetzt bist du wahnsinnig, das kann ich nicht machen. Ich hoffe, ich werde mit dir. Ariane, du weißt nicht. Ariane, du weißt nicht. Wie sag ich es gerade, bereu, dass ich nicht ganz laut noch geschrieben habe. Viel Spaß mit Johanna. Ich habe das Lachen verknallt, ne? Ich kann nicht mehr. Alles okay? Alles okay, ja. Vielleicht gefällt dir der Ort hier. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich, ähm, wollte mir irgendwie auch mal Sachen raussuchen. Keine Ahnung. Das ist eine meiner Lieblingsworte. Du hast viele Lieblingsworte. Ja, das ist eigentlich der. So. Nein, egal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm. Tut mir leid, dass ich, ähm, Max erzählt hat, dass du eine alte Frau bist. Ähm, Max denkt auch, du bist eine Richterin, die Johanna heißt. Warum? Ähm, aus Gründen, Max ist einfach so neugierig und ich wollte jetzt, ähm, ich hab... Ich hab's einfach erfunden, ich weiß nicht warum. Weil ich... Gehe ich so schlimm? Nein. Im Gegenteil. Okay. Sicher? Ja, sicher, ja. Okay. Einmal festhalten. Okay. Oh! Gut. Alles okay? Ja, das kann mir wartet. Okay, ich hab jetzt nicht das beste Schuhwerk dafür an. Ich wollte gerade sagen, deswegen meinte ich ja, kann dir, kannst dich bei mir abschlitzen oder so. Okay. Wir müssen da ein bisschen weiter runter. Wie weit runter? Weit runter. Muss ich tauchen? Nein. Okay. Also, ich wollte nicht ins Wasser gehen, alles gut. Gut. Im Winter sieht dort hier sehr nett aus. Ich hab sowieso schon wieder daran gedacht, bald nächstes Jahr wieder anfangen zu schneiden. Wenn wir Glück haben. Das ist ja schon sehr untypisch, eher. Sagt man mir zumindest immer. Ähm, ja. Was? Geht das? So. Das geht, ja. Okay. Dann. Mal festzuhalten. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Geht das? Ja. Ja, geht. Okay. Ich lebe. Notfalls. Fange ich dich oder so. Nicht, dass ich da noch extra falle. Was? Warum sollst du da extra fallen wollen? Weiß ich nicht. Ich war schon ewig nicht mehr hier tatsächlich. Oh, weißt du was? Ich zieh meine Schuhe einfach aus. Okay. Ist das nicht ein bisschen kühl oder geht das? Nee, Quatsch. Das geht. Okay. Es ist eisig. Aber es geht. Es geht. Ich bin eigentlich auch schon da. Oh wow. Oh, hier war ich noch nie. Dann habe ich ja mein Ziel erfüllt. Boah. Es ist so. Okay, ich gehe nicht zu mehr. Ja, es ist so ein bisschen mein Lieblingsort. Hier kann man in Ruhe sein und auch meditieren. Das war damals, wo wir gestreikt haben. Auch so ein Ort, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen hatte. Oh. Und erinnert mich ein bisschen an Japan auch irgendwie. Das ist wirklich schön hier. Es freut mich. Ach so. Ähm. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie aktuell das. Gefühl da bei dir ist. Aber. Hier. So. Ja. Bitte. Oh. Ähm. Also ich. Ich habe heute mit Ray geredet. Und eigentlich klappt es ja ganz gut mit dem. Einfach nicht alleine unterwegs sein. Aber. Wenn ich. Ähm. Abends in meiner Wohnung liege. Und da. Weil ich ja ganz alleine wohne. Und wenn da irgendwelche Geräusche kommen. Da habe ich. Sicherlich dann irgendwie noch Probleme. Mit dem Einschlafen. Mit der Angst. Ich habe jetzt extra den Schlüssel da machen lassen. Damit du. Aber. Nicht so abhängig bist. Die ganze Zeit. Von mir. Wenn ich jetzt einen, zwei Schlüssel habe. Ich meine. Ich muss jetzt. Das ist irgendwie komisch. Weil. Ähm. Du zahlst jetzt 50% mehr Miete. Das ist. Äh. Bei der Wohnung ziemlich viel. Das. Geht. Ist nicht so viel. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Du brauchst du nicht. Das ist ja mein Angebot. Was ich mache. Damit du. Dich sicher fühlen kannst. Ähm. Nicht okay. Doch schon. Aber ich. Weiß nicht. Erwartest du keine Gegenleistung oder sowas? Nein. Verwirrt sowas tatsächlich. Ich kenne das nicht. Warum. Warum sollte ich eine Gegenleistung erwarten? Das ist. Also. Verstehe ich nicht. Ich meine du. Ich habe mich sowieso gefragt. Ähm. Du hast mich ja. Achso. Damals bei der Mayhem-Sache hast du ja schon. Ähm. Sowas gesagt wie. Ähm. Ich weiß nicht. Irgendwas mit meine Schützlinge. Ich weiß es nicht mehr ist lange her. Ähm. Da habe ich mir gedacht. Okay. Er macht das ja öfters. Ähm. Das gehört wahrscheinlich alles einfach mit dazu. Und. Äh. Wahrscheinlich muss ich. Äh. Was soll ich dir auch deswegen dann schreiben. Wo ich gerade bin. Oder so. Es. Ging halt. Nur darum nicht. Dass irgendwas passiert. Dass du so ein bisschen weißt. Wo du zuletzt warst. Und so. Ähm. Ähm. Dass es okay ist. Wie gesagt. Ich habe dir auch gesagt. Du bist. Willkommen. Also. Darf ich wirklich noch ein bisschen bleiben? Ja. Solange wie du dich unsicher fühlst. Klar. Und. Ich habe ja gesagt. Wohnung ist groß genug. Halt. Und ich erwarte. Keinerlei Gegenleistung dafür. Weil. Warum sollte ich? Ja. Wie? Warum solltest du? Hast du ja gerade gesagt? Warum? Mir wurde. Manu Gisan und mein Mentor was anderes gelehrt. Und. Ich erwarte. Keine Gegenleistung. Im Prinzip hat jeder seine Gründe in seinem Tun, oder? Ja. So. Dann. Danke. Verschönen. Mach damit keinen Quatsch. Hatte. Hatte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du damit Quatsch machst. Ich werde auch schauen, dass du ein bisschen mehr Platz hast. Mit Schränken. Krank. Ich will deine Schränke auch nicht zu. Also ich habe mich auch heute zurückgehalten. Ich habe meine Tasche jetzt zu Hause gelassen. Also. Also. So sollst. Sich ja auch wohlfühlen. Naja. Sollst sich ja auch. Heimisch fühlen. Sagt man das so in Englisch näher, ne? Nee, aber fühle ich mich damit nicht etwas zu heimisch? Ist es nicht doof, wenn du dich nicht heimisch fühlst in deiner Wohnung, wo du dich länger aufhältst? Denkst du, dass dieser Gefahren lange wird so lange dauern? Kann ich momentan nicht so wirklich urteilen, um ehrlich zu sein, weil. Wir kommen ja nicht voran. So irgendwie. Ist die Strömung hier sehr stark? Ja. Ich sag mal. Drüberschwimmen kann sehr böse händen. Gut, dann werde ich es niemals versuchen. Das solltest du auch nicht. Weiß nicht, immer wenn ich so einen Wasserfall sehe, dann denke ich immer, da ist doch bestimmt irgendwie, wenn man da durchgeht, ist doch bestimmt so ein kleines Räumchen da drin. Mit irgendeinem Geheimnis. Ja, das sind meine Geheimnisse da drin. Tja, dann spring ich da gleich mal herein. Das war ein Witz. Also, bitte spring dich rein. Das war auch ein Witz. Das war nicht mit Jens. Denn sonst muss ich dich retten, wenn du jetzt da reinspringst. Ja, ich bin aber eine gute Schwimmerin tatsächlich. Aber ich will ja auch nicht, dass dir was passiert, weil es geht doch schon sehr weit runter. Ja, das stimmt. Es geht wirklich sehr weit runter. Und ich glaube, spätestens bei den zweiten Huppeln, da hat man bestimmt schon das Genick gebrochen. Tut mir leid, mein Humor ist ein bisschen speziell. Ich kenne diese Art von Humor auch von mir manchmal. Ach, niemals würde ich sarkastisch sein, Ari. Moment. Okay, ähm, was gibt's denn hier sonst noch? Ich meine, was ist das, dass die Prokörer von der wir gekommen sind? Die war vorher auch schon lautet. War das jetzt schlimm? Äh, nein. Du hast halt jetzt meinen Namen ganz normal ausgesprochen. Habe auch geübt. Und bespiegelt. Oh. Zu Hause? Also bei dir? Ja, bei... Keine Ahnung. Wollte halt jetzt nicht jedes Mal so doof stehen, weil ich den Namen nicht hinbekommen habe. Warum auch immer ich den Namen nicht hinbekommen habe, verstehe ich nicht. Naja, ich hatte gedacht, vielleicht machen wir es einfach so. Ich, ähm, bring dich dazu, äh, Arigato zu sagen. Und dann sagst du, Ari, ich sag stopp. Und dann hätten wir, äh, so auch gehilft. Das wäre eine Option gewesen. Ja. Aber wärst du schnell genug gewesen dafür? Ja. Arigato. Scheiße. Das war jetzt das... Nein, das sagst du eigentlich gar nicht so schnell, wie du es jetzt gesagt hast. Arigato. Ja. Close. Das hier ist... Ari... Stopp. Ja, ja. Bist du? Jetzt. Gut. Was war das Coolste, was du in Kataki erlebt hast? Jetzt, am Wochenende? Hm. Ähm, tatsächlich die Gesichter der ganzen Kinder. Wie sie sich gefreut haben. Also, äh, denen die Polarbären geschenkt haben. Das ist ja alles... Ohne Bezahlung. Und das ist immer irgendwie... Die größte Bezahlung von allen. Das hört sich doch gut an. Ist es auch. Ähm... Ich muss dir noch was erzählen. Ähm... Weil du ja es... Ja, nochmal so gesagt hast. Wegen den unsicher fühlen, alleine in der Wohnung. Ich fliege nächste Woche nach New York. Äh... Ich fliege nächste Woche auf Donnerstag nach Genaki. Doch, mein... Ich fliege nächste Woche Donnerstag nach New York. Oh, Gott. Hey, das passt doch super. Ja, gut. Ähm... Ja, dann hat sich das doch erledigt. Das ist... Ist... Ja, ich weiß nicht. Ich hab so viel Papierkram. Ja. Ich hab so viel Papierkram da noch zu tun. Und, ähm... Ich muss, äh... Familiensachen erledigen. Ich bin in New York. Okay. Ja, ich hab... Eine Freundin von mir. Die renovieren gerade ein Kino. Da hab ich versprochen, äh, da mitzuhelfen. Also Papierkram. Kino renovieren. Und dann, ähm... Bin ich irgendein... Weiß ich nicht. Sonntag oder so. Dann... Hm. Ich bin auch so... Sonntag bis Montag in New York. Ja, okay. Oh Gott, what? Okay, jetzt ist los, die Entschuldigung. Ähm... Ich, äh, hab heute mit, äh... Das war ja gerade wieder mein bester Freund... Ähm, mit Max geredet. Und ich, äh... Hätte gerne mal deine Einschätzung. Wenn es okay ist. So, okay. Okay. Ähm... Also. Ich hab dir das doch mit den 80% in der Santers gesagt. Mhm. Das ist ein Ding, das ist mir wirklich sehr wichtig. Und... Jetzt hab ich heute wieder die ganze Zeit versucht, äh... Miriam zu rufen. Und, ähm... Hab noch ein langer SMS gekriegt wegen der Vermisstenmeldung von Herrn Taylor. Ähm... Ich würd dieses Gespräch gerne hinter mich bringen, aber... Es scheint wohl so, als würd er irgendwie... Weiß ich nicht... Gar nicht wiederkommen, weil das so untypisch ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich da für mich mit abschließen soll, weil... Jetzt bist du der Typ, der einfach einen Brief hinschreibt oder so. Ich find das immer so unfair, aber... Würdest du mich für einen schlechten Menschen halten, wenn ich... Wenn man das irgendwie für sich entscheidet? Ich mein, du hast doch auch so ein Problem gehabt, oder? Äh... Es ist schwierig... Irgendwie... Und... Ich bin auch immer eher ein Fan davon, wenn man... Sehr klar und oft mit einer Person reden kann, um... Die Sachen halt... Ja... Zu klären... Im Prinzip... Nur... Irgendwie bist du ja in einer ähnlichen Situation... Gelandet, wie ich es halt war... Letzten Endes... Dass halt... Dein Gegenpart verschwunden ist, oder? Ja... Und... Die Frage, die man sich halt je immer stellen muss, ist... Wie wenig Wert hat man gefühlt gegenüber, dass man nicht mal schafft, eine Nachricht zu bekommen von jemanden? Wenn du verstehst... Und... Wie lange wartest du jetzt schon auf ihn oder auf die Nachricht? Halt... Zwei Monate, dazwischen hatte ich diesen Brief und die SMS bekommen und dann wieder gar nicht... Und das ist auch wieder so... Zwei Wochen her... Soll ich ehrlich zu dir sein? Ja? Schreib dir eine Nachricht, weil... Er hat es gar nicht verdient... Dass du da so nett bist, so hart es das von mir klingt... Irgendwie... Es ist halt immer... Schwierig, also... Ich verstehe dich da auch... Mal... Wenn ich daran denke, wie lange ich... Gewartet hab... Und man... Vier Monate... Vier Monate... Und... Ich hab mein Strich halt gezogen, ich hab die Wohnung umgeräumt, ich hab... Sachen weggepackt... Der letzte Schritt wird demnächst kommen... Oder wird zeitnah kommen... Dass halt... Die Sachen weggeräumt werden in irgendeinem Lager... Weil... Ist halt... Leute auf Abhauen ist halt immer so eine Sache, ne? Ja... Was ist, wenn diejenigen einfach einen Grund hatten dafür? Natürlich... Aber eine kurze Nachricht wäre nett gewesen... Ich... Ich... Wie gesagt... Ich... Habe absolutes Verständnis... Dass... Ich hab ne Ahnung woran es liegt... Und... Ich werde Kate... So in Erinnerung halten, wie ich sie kannte... Und... Ich versuch's auch jedem mitzuteilen... Ich muss aber auch andererseits sagen... Ich kann die Frage auch nicht mehr hören mittlerweile... Wo ist denn Kate? Wo ist Miss Sykes? Ich kann die Frage nicht beantworten... Weil... Ich es nicht weiß... Und ich sag den Leuten halt immer im Moment... Sie ist halt nach New York jetzt so... New York... Sie ist halt weg... Oder so... Aber... Es sollte halt nicht sein... Und... Irgendwo muss es ja auch weitergehen, ne? Denk ich mal... Oder wie siehst du das? Ja, natürlich... Ich... Ich hätte nur auch gern dieses... Ich hätte gern ein Gespräch noch gehabt... Das... Verstehe ich sehr gut... Ich... Bin einfach kein schlechter Mensch... Das... Würde man auch nicht da rein interpretieren... Zumindest... Würde ich das nicht da rein interpretieren... Aber ich kann die... Situation ja auch verstehen... Irgendwo... Meine Füße sind grad ein Eiszapfen... Ich kann meinen Mantel dorthin legen... Und schläss ich drauf... Nein... Der Mantel sieht zu teuer aus... Nein... Wirklich... Und du musst der Mantel nicht ausziehen... Ich bin ein größerer Dickkopf als du... Und das weißt du... Oh Gott... Ich bin nicht mit den... Dreckigen Füßen jetzt draußen... Ja, ist ja auch... Wir sind zusammen gefalten... Ist ja trotzdem die Außenseite... Und das kann man abklopfen... Danke... So so... Wäre nicht, dass du krank wirst... Oder nicht... Jetzt muss ich dir Rahmen besorgen... Und weiter? Dann steht der Rahmen... Und du kannst sie essen... Und weiter? Dann bist du... Gesund davon... Dann krieg ich auch ne Sache mit Decke zum... Einmummeln? Ja... Ja, ich glaub dann werde ich jetzt krank... Ne, ne... Ne, ne, ne... Das hat sich nicht so überzeugend angehört... Ja gut, an dem... An dem Husten muss ich noch arbeiten... Ich hab gehört... Man muss dramatisch wieder dabei klingen... Wie denn? Kannst du aber Thilo fragen... Der kann dir das beibringen... Der ist nämlich immer... Sehr dramatisch, wenn er krank ist... Sind... Äh... Männer nicht allgemein dramatisch... Wenn sie krank sind? Weiß ich nicht... Wenn es nach mir geht... Würde ich ja mit ner Fußbunden aus dem Krankenhaus einfach wieder rauslaufen... Ja, das hab ich mir genannt... Also ich kann dir sagen... Ich war auf dem... Vorletzten Weihnachtsmarkt... War ich sehr krank... Und ähm... Ich hatte... Das erste äh... Ich hatte beim Hotney Hans Teil gearbeitet... Und äh... Hatte meinen besten Freund angerufen... Und äh... Er hat am Ende vom geweint... Und ich hab nicht verstanden warum... Und dann ist er vorbei gekommen... Und hab gesagt... Dass ich ihm so leid tu... Ich hör mich wohl ziemlich erbärmlich an... Wenn ich krank bin... Und tatsächlich hab ich das von ganz vielen Leuten an dem Tag gehört... Die gefragt haben... Ob alles in Ordnung ist... Und was passiert sei... Aber ich war einfach nur krank... Okay... Hm... Also daran würdest du erkennen... Dass ich wirklich krank bin... Ich würde mich erbärmlich anhören... Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen... Wie du dich... Erbärmlich anhörst... Wie du dich... Erbärmlich anhörst... Kann Warten mal ab... Ich... Wür... Also... Ich würde... Rein hypothetisch dich auch gar nicht aus dem Haus rauslassen... Weil... Du sollst ja gesund werden... So... Also nicht so auf unangenehme Kidnapping Basis oder so... Bitte nicht... Versteh mich nicht falsch... Natürlich rein hypothetisch... Also, wirklich nur, dass du zu Hause sitzt und deine Suppe hast. Decke oder Wärmedecke oder was auch immer. So einen guten grünen Tee oder einen Matcha-Tee. Alles, was vital ist und dich gesund macht. Denke ich. Hast du das Essen angehört? Nein. Versuchst du das gerade zu... ...pregern? Nein, mich fällt nicht wirklich. Sicher? Äh, natürlich, total sicher. Mhm. Moment, sorry. Ja. Ich gehe nicht gerne in Gesprächen ans Telefon. Ach. Ich bin aber auch noch unterwegs, das ist ja interessant. Hattest du irgendwas erzählt, dass du in dieses Dorf da oben wolltest? Hm, ob ich das jemanden erzählen? Ja, hattest du nicht erwähnt, dass du da dieses Gruselding da dir anschauen wolltest? Warte mal. Der Gruseldorf dieses Jahr ist da oben in diesem... Ähm... Ach stimmt, da war es ja auch letztes Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass es da oben sein wird. Ich hab tatsächlich auch mein... ...kostüm schon. Ich hab morgen dafür, ähm... ...nen Termin beim Aphrodonis, äh... ...weil es ein besonderes Kleid ist. Okay. Und was wird das denn? Ich glaub, das kennst du nicht. Ich glaub, das darfst du bei euch bestimmt nicht, äh... Das musst du venturen. Kennst du Beetlejuice? Hm. Venture mal. Ja. Und da gibt es nämlich eine Dame, die heißt Lydia. Und die hat in einer Szene ein, äh... ...rotes Kleid an. Ah, ein rotes Kleid. Ja, dann... ...das musst du mitwänden schon, sonst sieht man nur normale Bilder von ihr. Julia war das? Äh, Lydia. Lydia, Entschuldige, komm ich jetzt auf Julia. Entschuldige. Alles gut? Ah. Ja. Verstehe. Genau, meine Freundinnen haben nämlich so... ...machen so Zombie-Beute und so. ...und ich wollte das irgendwie nicht machen. Ich, äh, tag nicht so gerne so, so... ...weiß ich nicht, volles Make-up im Gesicht. Äh, ja. Äh, da hab ich mir das rausgesucht. Das... ...sieht cool aus. Ja. Deswegen muss ich mir ein teures Brot, das auch selbst Kleid morgen kaufen. Oh. Okay. Ähm. Wann hattest du denn vor, da ins Dorf zu gehen? Ne, ich hab da noch keine festen... ...denen festen... ...denen festen... Also... ... wenn du Lust hast... wurde von elena und kilo gefragt ob ich damit gehen willst doch am 28 war das glaube ich willst du damit kommen außer du gehst schon mit leuten dann also mit freundinnen dann das weiß ich nicht habe ich noch nicht nach ich habe noch nicht auf die alles geantwortet weil tatsächlich ich vorher fragen wollte weil mir erzählt hat dass das oder geringen gehen wollten würdest du halt meintest du weißt noch nicht mit wem und ich dachte mir so vielleicht hast du ja los halt mitzukommen also jetzt also du bist da und und die beiden sind dann da und wir sind eine gruppe aber ist nun die beiden dabei sind ja ich muss doch mal nachfragen also wir werden eine gruppe so er sehe wenn die mich nicht für verrückt halten wenn ich da in den komischen kostümen auftaucht wie du bist deine kostümen da außen elenas letztes jahr wie kürbis rumgelaufen also von daher ich weiß noch nicht muss mich mal ein bisschen umschauen weil hätte gern ich glaube ich wäre gerne wie letztes jahr umgelaufen aber musste damals meine uni maske zurückgeben und irgendwie gibt es kein seriöses geschäft im moment was das verkauft alles zu ihr hat aufgeschrieben ich hab mir nichts aufgeschrieben ich hab nur geguckt was ich später noch einkaufe ich muss noch mal zum mittel vor dem stein das können wir später machen je nachdem wann du möchtest ich stehe immer noch auf deinem mantel ich habe dein zweit schlüssel und habe den schlüssel zu deinem auto ja ich bin ich muss irgendwie immer was zurückgeben musst du aber nicht da muss ich dich unterbrechen auch wenn ich das ungern tue ariane du musst mir nichts zurückgeben nimm es einfach an es fällt mir nicht so leicht nimm es einfach an ja ok das ist etwas was keine schande ist dass man auch etwas einfach annimmt ich glaube das muss man dir ein bisschen beibringen kann das sein weißt du ich bin die schenkerin ich mache das ich bin die schenkerin ich bin die versorgerin ich mache das lass auf dem mantel bleiben ja du bist nur nicht die schenkerin warte mal irgendwas dass ich mir trotzdem irgendwann einfallen musst du aber nicht ich weiß aber jetzt was dein lieblings essen ich denke nicht dass es grausam schmecken wird und ich würde mich bestimmt darüber freuen aber ich betone es manchmal musst du nicht musst du aber nicht um gottes fehlen warum hast du so ein dickkopf warum hast du so ein dickkopf ich hab den schon immer gehabt aber ich ja ich meine erstes mal aber weißt du kann ja mal kurz nachfragen wie viel über das ist ein samstag nebenbei dachte ich erwähne es einfach mal so ist sicher ich kann doch mal der sms nachschauen kann auch fragen ob die freitags lust haben zu gehen ja ja freitag ist also samstag ist immer ein bisschen schwierig bei mir es ist so deine hause chill tag macht man das so ne da habe ich ganz viel video telefoniert jeden samstag jeden samstag ja mensch kenn ich an anderen tagen ich frag mal haben die denn schon freitags offen weißt du das zufällig die haben immer mehrere tage offen ich schreib mal überhaupt auf freitags gehen würde ähm 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 dienstag nicht gut sonntag sonntag ähm 29.10. okay haben die freitags sich offen doch auf 27.10. geschlossene veranstaltung ich meine ich könnte versuchen uns daheim zu bringen ich kenne ja Daniel und bis jetzt bin ich überall reingekommen das ist aber die frage ob die beiden halt auch reinkommen könnten und musst du nicht machen soll ich dann den beiden sonntag also soll ich sonntags mal vorschlagen ob wir da Lust hätten ich meine zur not ähm falls es überhaupt bei dir geht können wir auch sonntag zu zweit gehen also falls jetzt alle Strecke reißen und die am sonntag nicht können ich schlag mal sonntag in der dritte also klar also wir können auch zu zweit gehen sonntags ist einfach nur ein Plan B genau dann hoffe ich mal dass irgendwo ein seriöser Laden äh ich was kaufen kann ist ja so ein Ding ja Kostüm oder so wie auch immer ich meine du könntest natürlich auch obwohl ich glaube das wird dir nicht so gefallen du könntest Beetlejuice machen dann also das fehlt mir also jetzt gerade ein weil ich da ja auch was drauf aber ich kenne das doch gar nicht ja wenn du es bencherst glaube ich auch dass du das gar nicht machen möchtest du müsstest deinen gestreiften Anzug anziehen und deine Haare ähm wie eine Perücke aussetzen ja gut Perücken ist dann das geringste Problem das kenne ich genug aus dem anderen Detektor verarbeitet von früher ja aber du weißt nicht was für eine Perücke ist wie heißt die Person denn da ist Beetlejuice achso ja Mensch vielleicht so ich werde das mal selber kurz venturen und mal gucken was man da äh für Ergebnisse bekommt ähm ja vielleicht hast du ja auch noch eine andere Idee ne du hast ja deine Vorstellung und dein Plan das ist doch super meine Güte der sieht aber ganz schön scheiße aus hab ich gar nicht so eine Hinderung also ich hab das immer mit meiner Oma geguckt die hat immer ganz alte Filme mit mir geguckt ja Mensch ja kann auch einfach als Poltergeister aus rumlaufen und wie würdest du denn dann aussehen einige sagen würden würden jetzt sagen wie jetzt ich bin's gewöhnt alles okay also es gibt genau so einen Anzug wie ähm wie das Schusschen trägt tatsächlich ich hab ihn mal bei Harald Ecker gesehen das ist ja in normale Kleidung ja ja Markel okay aber es ist natürlich auch ähm sehr ähm auffällig ähm ist ja nicht jedermanns Sache ich hab zuhause noch rote Hasenohren dann hab ich überlegt ob ich da irgendwas mach aber das wär alles zu Nacht hab ich dann verworfen warum hast du rote Hasenohren zuhause ja ich hab mir Hasenohren damals besorgt und ja rot bei Masquerade war das mhm rot ist wirklich dein Ding ne ich mein's okay rot ist eine super Farbe da hätte ich den Pullover heute sehen sollen der ähm dann hat man erstmal genug von rot naja ich naja also glaub ich nicht so ganz ja ok komm ich zeig ihn dir ok wenn ich deinen Mantel nur noch nehmen soll ich den vielleicht tragen ne alles gut ich klopf den ein bisschen ab oder ist dir kalt äh ja die ganze Zeit aber eigentlich auch nicht ok aber wenn dir auch kalt ist rum sagst du dir nichts weil ich niemanden zur Last fallen will und ich schon so fällt's mir nicht zur Last Ari das Thema hatten wir gerade ja ja warte noch abgekloppt kannst du dir ja über schulpen oder so Dankeschön nicht fallen ne nein nein ich falle nicht lass ich hinter dir laufen falls du nach hinten fällst ok ich hoffe ich falle nicht das wird sicherlich sehr fein nicht oh mein Telefon oh mein Telefon ok ok ich drück's erstmal weg ich muss da gleich jemanden anfangen kannst du in Ruhe machen oben war das hier lang ich weiß es nicht sind wir hier wirklich runter gesprungen ich kann mich nicht daran erinnern ja wir sind glaube ich hier hochgelaufen ich folg dir ich folg dir ne du sollst ja voll mir laufen nicht dass du fällst ich fall nicht ich fall ziemlich selten weißt du nochmal hier musst du hochlaufen so und jetzt läufst du vor mir vorsichtig links ist ein bisschen angenehmer du bist nicht gefallen ich bin nicht gefallen ja 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 nicht so dass ich heute schon zweimal auf ja auf den Hintern gefallen wäre aber das sind andere Geschichten warum das denn ich geb zu weil ich ein bisschen tollpatschig bin ist das so ja leider ja hm willst du erst telefonieren oder so ich kann auch kurz weg gehen ich beeil mich ja ja alles gut ich stell mich einfach hier ans schild ja o du machst du also am du du hast du es Okay, nehmt nicht ab. Okay. Dann. Zu dir, zu deiner Wohnung. Ja, und dann zeig ich dir, wie ich mit der Kausch verschmelzen kann. Okay. Bist du ja ein Ninja. Du wirst dich gleich wundern. Hm. Ich mein, obwohl sie auf dem Boden mag, riecht deine Jacke auch wieder so gut. Hm, ja, die ist ja auch frisch gewaschen. Ich meine jetzt tatsächlich nicht Waschpulver oder irgendwie sowas. Oh. Okay. Nachrichten sonst. Nach, wo? Dir? Oh. Okay. Ich meine, es sei denn, jemand anders hatte die zwischenzeitlich an und, äh, hatte den ganzen Lack getroffen von mir. Ich würde niemand anderes die Jacke geben. Da hast du sie mir gerade gegeben. Ja. Ähm. Bei dir ist das... Okay. Irgendwie. Okay. Okay. Das war jetzt aber keine unerfreulichen Begegnungen oder so in Kentucky, oder? Nee. Aber du sprichst irgendwie nicht so über den Ort. Ist mir aufgefallen. Ich meine, ich verstehe das. Ich verstehe, ich spreche auch nicht über New York so viel, aber... Aber versuch's. Schon okay. Ich, ähm... Ich, ich mache es ganz grob. Es gibt jemanden, der tatsächlich nach mir sucht und das weiß ich auch. Ähm, ich habe ganz viele Verbindungen gehabt. Ich, äh, bin, äh, bin im Ort, ähm, von Kentucky. Da muss man... Ich habe da leider auch kein Handy empfangen. Da muss man halt so ein bisschen weiter rausfahren. Und das ist auch ziemlich versteckt. Es ist halt... Alles ernennt mich. Und, ähm, dadurch, dass ich da kein Handy empfangen habe und die Leute mich da kennen und das auch Leute sind, denen ich vertraue, muss ich mir da nie Sorgen machen. Okay. Klingt aber nicht so gut, wenn du wieder Sorge wegen jemanden haben musst. Aber, solange du sicher bist, bin ich da ruhig. Denke ich. Also, ich frage da jetzt auch nicht weiter nach, ne? Also, machte keine Sorge. Aber, so wie du immer das zu mir sagst, ähm, ja, auch ich zu. So. Nebenbei. Verbind. Achso, es wird Puji BPD, macht wieder auf. Äh, wirklich? Ja, es wird restauriert. Äh, okay, und wer geht da rein? Komm, Führungsebene. Also, Commissioner-Ebene und Detectives und so. Sorry, ich wollte irgendwie jetzt nicht da so rumswitchen, aber irgendwie. Alles gut, äh. Bin ich gerade eingefallen. Gehst du dann auch da hin? Äh, ich bin, es ist ein Chief, also ich gehöre nicht zur obersten Führungsebene. Ich bin weiterhin ein Lameser. Okay, es ist ziemlich, wie passiert jetzt in den letzten Tagen. Ich dachte, ich erwähne es so. Ja. Ja, ich schaue mal, dass ich mich morgen da so ein bisschen öffne. Okay. Ich dachte, ich lenke ab. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es hier das Thema unangenehm ist. Weiß nicht. Also, ja. So, da wären wir. Ja, Mensch. Ja. Ich geh auch mal aus den Schuhen raus. Irgendwie tun mir ein bisschen die Füße weh. Das ist nicht gut. Warum ziehst du nicht bequemere Schuhe an? Was nicht gut aussieht. Kommt drauf an, denke ich. Also, ja. Also, ich stand heute bestimmt eine Stunde lang vor meinem Schrank hier. und habe versucht, mir was anzuziehen, was nicht irgendwie meinem bisherigen Stil entspricht, sage ich mal. Warum? Na, ist doch egal. Es ist offen. Frag einfach das, worin du dich wohlfühlst. Ja, man will ja auch gut aussehen. Ja, das ist ja nicht so. Ich muss auf Toilette. Okay. Ja. Nicht so schwer. Wo ist die Toilette? Geradeaus in der Richtung. Welches geradeaus? Das geradeaus? Ja, wo du gerade warst. Ah, wo? Dein Schlafzimmer. Ich mache die Augen zu. Nein, ich... Okay, kannst ruhig gucken. Ja. Was passiert hier? Was passiert hier? Hä? Was passiert hier die ganze Zeit? Was passiert hier? Ah. Kann ich noch irgendwas Schönes irgendwo hinstellen? Ah, ne. Sowas noch. Okay. Ich bin absolut nicht überfordert mit diesem RP. Aber ich bin voll drin, Ariane, genauso zu spielen, wie ich sie gerade spiele. Aber jetzt muss die halt... Das ist das Problem. Jetzt muss die halt wirklich so langsam mal so ein bisschen auftauchen. Oh, das muss man irgendwie hinlegen. Aber irgendwie will ich die Augen nicht komplett auftauchen lassen. Ich bin mir immer so unsicher. Ich bin mir immer so unsicher. Ich bin mir immer so unsicher. Oh, das ist doch... Oh. Oh, ich will nicht. Warte ich gleich nicht. Die Arme hoch. Warum... Oh, das ist komisch. Jetzt ist es. Warum ist... Die müsste doch eigentlich trotzdem voll müde sein. Und irgendwie ist die nicht müde. Na, es geht gleich weg. Ich hoffe, das geht gleich weg. Oh mein Gott, das wäre so... Ah, gut. Ich habe irgendwie wenig Hunger. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, facilité. Oh, was? Oh, was? Ähm, kann ich rauskommen? Natürlich! Ich weiß nicht, dass du... Ich dachte, ich frage vorsichtshalber. Ich zeige dir, ich werde dir jetzt den ultimativen roten Pulli präsentieren, okay? Okay, ich... Du solltest die Sonnenbrille auflassen. Okay. Ich zeige dir die anderen Röte so an. Okay, siehst du, was ich meine? Ja, aber... Und jetzt schau mal, wenn ich mich auf meine Couch setze. Ja. Ja gut, mit der Couch ist das natürlich ein bisschen lustig. Ja, ein bisschen, oder? Es sieht aus, als hätte ich einfach nur einen Kopf und Beine. Und Hände. Ja, so... Okay, ist doch nur ein Pulli, oder nicht? Was? Ja, verstehe. Okay. Ich bin tatsächlich wirklich relativ modebewusst. Das ist mir sehr wichtig. Das... Sieht man dir an. Oh, wirklich? Ja. Achte auf sowas ein bisschen. Ja, ja, klar, ja. Okay, ich ziehe ganz kurz dieses Ungetüme aus. Warum hast du es dir dann gekauft? Ich weiß es nicht. Ich wollte was... Oh, was auch. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Ich weiß nicht, ich wollte was hoch. Das ist ein Haufen. So. Schmariane Ahn. Jetzt ziehe ich einfach den schwarzen Pulli an. Da. Okay, schon viel besser. Ich habe dir deine Mantel da vorne übergehängt. Super. Okay. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt machen wir... Warte, ich denke nach. Mein Kopf ist absolut überhaupt gar nicht überfordert, oder der. Ähm, wir, 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 ähm, gehen jetzt, ähm, hier raus aus der Wohnung erstmal. Okay. What? Weißt du, ich, ich bin eigentlich nicht so, ich bin die mit Ideen, die Schenkerin, die mit Ideen. Keine Diebin, keine Mietnomadin und keine Bouillierin. Aber ich, ähm, ich bin in dem Moment, die irgendwie... Weiß nicht. Hm. Okay. Ist doch... Ist schlimm. Ja, ich wäre nur gern wieder so kreativ, wie ich sonst immer bin, ähm, weißt du, es gibt da ein, ein Ort, ähm, der eigentlich ganz schön ist, da war ich auch heute mit meinem besten Freund, da kannst du so viel von der Stadt ziehen. Und ich glaube, da verehren sich auch wenig Leute, ähm, drauf. Willst du das hin? Ja, aber erstens musst du natürlich die Young Tankstelle fahren, da wolltest du auch hin. Was wollte ich da? Weiß ich nicht, du hast ihm gesagt, du musst irgendwie ein Ei kaufen. Oh, ich erinnere mich, ja, äh, das ist mir eingefahren, das muss ich, äh, doch tatsächlich gar nicht, äh, fast genug, ähm, in deinem Kühlschrank. Ja. Okay. Dann. Hitz. Dann willst du deinem Ort. Ja, ja. Das ist nicht der Ort von meinem besten Freund, aber er ist doch sehr schön. Okay. Aber es ist okay, dass ich zu dem Ort mitgehe, nicht, dass es euer so ein besonderer Ort ist. Nein, nein, alles gut, wir sind da nicht so. Okay. Du, ähm, hörst mir wirklich zu. Wieso finde ich das so irritierend? Natürlich hör ich dir wirklich zu. Ich meine, klar, manchmal hat man einen Moment, wo man mal was vergisst. Das ist leider manchmal ein kleines Ding bei mir, aber nicht absichtlich. Ja, manchmal hat man da nicht so die Kontrolle drüber, weißt du. Aber, klar, hör ich dir zu. Ist doch wichtig, dir zuzuhören. Ja, okay, was habe ich denn heute schon Kluges gesagt? Ich habe gesagt, ich möchte in einem... Es ist alles, was... Es ist alles, was du sagst, hat Klug, Herr, du hast gesagt, du wirst in den Wasserfall springen, aber im gleichen Moment hast du auch gesagt, dass das so gefährlich ist. Angedeutet, zumindest. Wo muss ich denn überhaupt hinfahren? Zum roten Parkhaus. Okay. Rein, davor. Hm, rein, wir müssen die Treppen dann hochlaufen. Okay. Es ist wirklich nicht gewohnt, dass man dir zuhört, kann das sein? Nein, überhaupt nicht. Ich habe... ...wei Jahre lang gegen jemanden einfach nur... ...quasi... ...Wortkrieg geführt. Wenn ich angefangen habe zu reden, der wollte weiter reden, ist er lauter geworden und hat einfach weiter... ...also ich hatte... ...sebst wenn ich Stopp gesagt habe, hat er nicht aufgehört. Das tut mir leid zu hören. Weißt du, ich... ...ich hatte Larry mal, ähm... ...erzählt, wie das damals war in Kentucky. Von meinen Erfahrungen und wie das mit meiner Familie war und so. Und äh... ...er hat tatsächlich die ganze Zeit, ähm... ...aber ich meinte es auch nicht böse, er ist nun mal so... ...so Gegenfragen gestellt und mich nicht ausreden lassen. Und immer ganz viele... ...mhm's und... ...und aha, aha, ist das so und... ...das hat mich so aus dem Konzept gemacht, dass... ...das nehme ich ihn wirklich immer noch übel. Was'n Arsch. Ähm, wo soll ich denn hinfahren? Äh, hier einfach... ...hier unten irgendwo parken. Okay. Wie gesagt, ich glaube das... ...das ist halt einfach nur seine... ...seine Art. Ich... äh... ...ändere meine Anmerkungen dazu nicht. Ich gucke mir leid, dass ich da so direkt bin, aber es ist ein Scheißverhalten. Ja. Ja. Scheiße, heirate mich. Das hat sie nicht gedacht. Man sollte seinen Gegenpart immer mit Respekt verhalten. Ähm... ...ähm... ...behandeln... ...meine ich. Hm. Okay, ein paar Treppen müssen steigen. Das ist für mich okay. Ich kann dich tragen, wenn du irgendwann nicht mehr kannst. Ari, du weißt, dass ich im SWAT bin, oder? Ist das so? Ja. Das ist so. Also wenn... ...ist es eher andersrum. Wenn du nicht mehr kannst. Na, das sollte nicht vollkommen. Ich kann nicht mehr... Nein. Das war nur ein Scherz. Sicher? Ja. Okay. Also ich wäre einfach weitergelaufen dann, ne, aber... Was ist jetzt wirklich? Nein. War ein Scherz. Kann ich auch. Verdammt. So, ich glaube, eine müssen wir noch... Es sind ja nur ein paar Treppen. Ja. Alles okay? Ja, alles super. Ich hab das wirklich schon mal gemacht. Das war keine Sportmodule bei dir durchführen, oder? Nein. Oh Gott, bitte nicht nochmal. Das war für dich da, äh... Ich, äh, muss wirklich mehr Sport machen. Äh... Gut. Äh... Okay, gleich haben wir's. Wir müssen da vorne rauf, und du musst leider ne Rollbahnleiter bei mir machen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm... Warte. So. Okay, und... Hopp. Soll ich die ja hoch... Okay, alles klar. Gut. Das geht so. Okay. Keine höhere... ...Abgründe. Ähm... Kann. Wie auch immer. Okay. Also ich weiß, dein Ort ist schön voller Natur, und sowas, und äh... Weißt du, ich mag's immer, wenn ich die Stadt sehen kann. Oder... ...den Pier mit den bunten Lichtern, und den kann man von hier aus sehen. Und... So. Ja. Und? Nee, ich wollte nur sagen, und dann legen wir uns meistens einfach hier hin, und gucken in den Himmel. Also du und dein bester Freund. Ja, das, äh, musst du jetzt nicht machen. Also legt euch hier hin. Wir legen uns da hin, ja. Okay. Du, du musst das jetzt nicht aufmachen. Du hast, äh... Ich würde die Experience so einfach mal auf mich wirken lassen. Wenn du sagst, das macht ihr, und das ist cool, dann... ...probier's einfach mal aus. Oh, ähm... Gut. Kann's... ...wurich... Ich werd mich jetzt daneben legen. ...mich auf den Mantel legen, ja. Okay. Ja, ich leg mich sonst nicht auf den Mantel, also... ...so schlimm ist es nicht. Und? Dann hört man immer die ganzen... ...Fahrzeuge und denkt sich offen, ich fährt hier keiner hoch. Ja. Und weißt du was? Ich glaube, hier fährt gleich einer hoch. Und fährt viel zu schnell. Was ist denn ein Sportauto? Kann doch sein, dass er driften übt. Und darf man das in Parkhäusern? Tja. Das ist, äh, so ne Sache. Hm. Hm. Ich will natürlich nie sowas tun, aber... ...ja, es gibt so ein Parkhäusern, wo man das theoretisch dürfte. Hast du mir nicht schon gesehen? Ja? Hm? Ja? Nein, du? Nein, du? Nein, du? Nein, ich, äh, hab's vergessen. Ich hab dir grad reingeredet. Das ist ne Lüge. Das hast du nicht vergessen. Doch, ich hab's vergessen, wirklich. Weiß nicht mehr. Ich denk wieder an meine Einkaufsliste. Hm, natürlich. Denkst du an deine Einkaufsliste? Mhm. Du weißt, dass ich mal Detective war? Ja, äh, anscheinend kein Guter, wenn du jetzt denkst, ich bin... Oh Gott. Nein, äh, so meine ich das nicht. Ich, äh, wollte auch wieder ein Spaß machen. Ja. Vielleicht war ich auch kein Guter. Weiß ich nicht. Ich hab noch mal einen Job gemacht. Ob ich gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Das ist mir eigentlich auch egal. Nein, aber ist doch schön. So mit Sternenhimmel. Schön, oder? Auf dem Dach. So ein cooler Ort. Gerade weil man die Skyline noch sehen kann. Ich mag die Skylines von großen Städten. Ich mochte ich in meiner Kindheit immer in Tokio. So wie in meiner aktuellen Wohnung in New York. Ich habe auch einen sehr guten Blick über die Stadt. Und, äh, da wohnst du auch ganz alleine? Oder hast du da mitgewohnt? Ich wohne alleine im Loft. Einzige ist halt, dass... jemand halt die Wohnung in Schuss hält. Sauber macht. Ordentlich macht und so. Ist, ja... Ist aber nichts besonderes. Ist halt ein Loft, ne? So ein bisschen mit großen Fenstern. Soll ich sie... Oder soll ich sie mal beschreiben? Ein bisschen? Ja, gerne. Aber ich erkläre euch das. Wo das Fenster... Man hat... einen... sehr schönen Blick auf die Stadt. Extrainen Fernseher. So dahingestellt, dass man... auch bei den Fenstern so rausgucken kann. Von der Couch aus. Ein bisschen traditionell gehalten. Und minimalistisch. So. Ein bisschen so, ich sag mal, den japanischen Flair mit reingenommen. Und... Da gibt es so eine Treppe hoch. Die so eine Art Etage ist. Aber keine Etage ist. Und dort ist halt... Ja... Und Schlafbereich. Wo man auch so... Auf die Stadt blicken kann. Ich mag einfach diese... diese Stadtblick auf Manhattan. Und halt... schon... Ja... Ganz nett, würde ich sagen. Ganz okay. Ganz okay. Ja... Weiß nicht. Sagst du das eigentlich auch so? Dass etwas ganz... okay ist? Oder ganz... gut? Kommt immer auf die Situation an. Hm. Bin da ein bisschen... eigen, würde ich sagen. Was schlimm? Nein. Gar nicht. Ich... Mach dich gerade nur ein bisschen aus. Ist das so? Das ist so. Du hattest erwähnt, dass äh... Der Typ immer ist das so, sagt, ne? Äh... Der... Der Typ? Ja, hier. Das genau... Nein, das bin ich tatsächlich. Achso. 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 Entschuldige. Da habe ich das gerade falsch verstanden. Oh mein Gott. Ja. Ja. Alles okay. Alles Gute. Ich wollte mich nur auf die Seite legen und dich angucken. Alles in Ordnung. Hm. Entschuldige, dass ich das gerade vertauscht habe. Ich äh... Nein, nein. Okay. Du wolltest jetzt irgendwas Negatives darüber sagen. Aber das ist okay. Nee, das... Nein, nein. Ich dachte... Es ist halt immer ein Gesprachgebrauch halt so drin. Und ich... Ich dachte halt, dass... Wenn das so irgendwie negativ verhaftet ist, dann versuche ich... Ist egal. Warum willst du mich angucken? Moment. Moment, du sagst das auch. Also das ist ne Marotte von dir? Hm. Nie darauf geachtet, um ehrlich zu sein. Also ich wollte mir das mal abgewöhnen, aber ich geh jetzt irgendwie nicht hin und äh... Hab eigentlich noch nie jemanden, äh... Gehört, der das auch so sagt. Naja. Jeder hat ja so seine... Sätze, die er oft mal... Raus hat. Stimmt. Ich sag sehr oft nun. Ist mir aufgefallen. Ja, es... Die Sache ist... Als ich damals hier angefangen hab, im PD... Da wurde ich damit konfrontiert von... Fischloff war das damals. Da hieß es so, ja nicht, dass du Nepiers Sohn bist. In Gottes willen. Hab ich irgendwie nicht verstanden am Anfang. Und dann irgendwann doch. Dem ist das immer so ein kleiner Witz. Und du? Ja. Warum? Hat das einen speziellen Grund? Es ist durch ne Witz entstanden damals. Nico, hast du mir so lange? Ich glaub das war, wo wir ne Gangparty äh... geplant hatten. Da hatte ich dann irgendwie äh... Wie war das nochmal? Irgendjemand meinte so aus Spaß. Färb dir die Haare doch weiß, dann siehst du aus wie... Wie war das? Wie der Witcher. Oder so. Und dann hab ich damals noch so ne Totenkopf-Pfalzkette dafür gekauft. So am besten. Da hieß so, das wird ganz gut passen. Gibt es davon Fotos? Äh, nee. Leider nicht. Wir haben uns dagegen entschieden generell Fotos zu machen, weil... Ja. Gangparty war schon... War spannend. Ich glaub das witzigste war, wir sind Alkohol kaufen gegangen. Wir haben uns alle schon so verkleidet. Und die Leute in den Laden sind ins Lager verschwunden und haben sich eingeschlossen, weil sie Angst haben, dass wir sie überfallen. Oh wow. Äh, wir haben das ein bisschen überzeugend gemacht dann. Nun, dann... Bania Harald weiß und... Und... Haben sich halt Leute, außer die Tio, darüber aufgeregt, dass ich halt weiße Haare hab. So, weil ich natürlich ja besser sehen... äh, gesehen werden kann. Und da hab ich mir gedacht... Ich hab darüber nicht zu entscheiden, wie ich aussehe und hab's irgendwie behalten. Und seitdem mag ich's auch irgendwie. Ja, das... steht dir auch wirklich. Ganz... ganz gut. Das ist... nett von dir, Arigato. Das ist halt... Außerdem... Das ist so eine Marotte bei uns Japanern manchmal, äh... Exzentrische auszusehen. Ist das so? Ja. Ja. Musst ihr mal... Also, nur wenn du... Möchtest nachher mal in Sako zeigen, was ich habe. Dann lachst du. Okay, dann bin ich gespannt. Ja. Ist äh... rot. Okay. Besonders rot. Also... Noch... äh... Mehr rot als mein Oberteil gerade? Äh... Ich glaub nicht, aber... Lass dich überraschen. Das hat so ein bisschen... Einen gewissen... Gewissen... Flair hat dieses Sako. Damals... Das sag ich dir aber jetzt noch nicht. Sag ich erst, äh... Wenn du's gesehen hast. Also sag Bescheid, wenn du los möchtest. Alles gut. Ich richte mich nach dir. Warum sollte ich das dir nicht lassen? Nein, ich weiß nicht. Ich, ähm... Wenn ich entscheiden könnte, würde ich hier noch eine ganze Weile liegen bleiben. Gehen wir noch eine ganze Weile hier. Bin ich da? Ja. Nein. Jetzt hast du ja. Nein. Nein. Nein, nein, wirklich. Nein. Also, meins war belanglos. Natürlich war es belanglos. Immer ist es belanglos. Wenn ich dich versehentlich unterbreche. Also... Ich erkenne da langsam mein Muster. Schädel. Was? Was? Ich hab dir wirklich nicht den nächsten Schädel. Nein, du hast einen... Meinen Schädel. Ähm... Da ich jetzt so wunderbar über mich Sachen erzählt hab, bist du wieder dran. Und seit wann hast du die Regeln aufgestellt? Gerade jetzt. Ich erzähl dir was, du erzählst mir was. Ich hab so Probleme damit immer noch. Ich hab heute mit meinem besten Freund hier geredet und ich hab gesagt, dass ich, äh... Naja, mit dieser Richterin, Freundin Johanna, die eine alte Frau ist, frage einfach nicht. Ähm... Weißt du, ich sollte eigentlich gar nicht weiter reden. Für mich ärzt es nicht sowieso eine Johanna, um ehrlich zu sein. Bitte? Ich fühl mich jetzt eher nicht so wie eine Johanna, um ehrlich zu sein. Gut, ich wusste jetzt nicht, welchen Namen ich da sonst verwende. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Nun... Aber hatte nicht dein bester Freund mich schon gesehen? Ich versteh wohl noch nicht, was das Problem dahinter ist. Ich, ähm... Die sind... Schäbst du dich für meine Anwesenheit? Nein, überhaupt gar nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Aber ich, ähm... Will mich einfach nicht ausfragen lassen. Ich meine, ich kann ihm ja eh nicht sagen, hey, da ist dies und das passiert und, äh... Dann wurde ich da entführt und jetzt wohne ich bei ihm. Ich wollte das so komplett raushalten. Okay. Hm? Warum, äh... Soll ich sagen, dass du das warst? Es ist doch okay. Ich... Ich versteh nicht, dass das jetzt... Was das Problem daran ist. Ja, ähm... Ich hab... Wie gesagt, meine Freunde sind sehr neugierig. Und, äh... Wenn die dich dann irgendwo sehen würden, würden sie dich wahrscheinlich irgendwie... sich Sachen fragen. Und sie werden keine Antworten bekommen. Okay, das werden sie bestimmt akzeptieren und dann auch gar nicht weiter nachfragen. Dann geh ich einfach. Das macht bestimmt einen richtigen Eindruck. Außer du bist dabei, aber... Dann würde ich nicht gehen. Achso, ich hab das... Ich sag das, als wäre es so random auf der Straße, wenn ich da lang laufen würde. Ja, glaub mir, da wird das auch passieren. Ja, das ist so. Dann lauf ich einfach weiter. Ich kenn die Leute ja nicht. Also, nur so von deinen Erzählungen halt her. Und... Deinen besten Freund hab ich ja schon gesehen. Ja, der... Fing dich auch zu melken. Weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass er... sich mit meinen... mit den Statuten meines Volkes auseinandergesetzt hat. Das ist doch schon... sehr nett von mir. Das erste Mal, dass sich ein Los Santos jemand verbeugt hat von mir. Aber du kannst ihm einen Tipp geben von mir. Ja, weiß nicht. Am nächsten Mal muss er sich nicht so tief verbeugen. Dass so tiefer man sich verbeugt, desto... ...schwächer wirkt man. Okay, das will ich weiterführen. Also nicht, dass er schwach ist, bitte. Versteh mich nicht falsch, aber... Nein, nein. Ich weiß schon, wie du das meinst. Ich meine, im Prinzip sind wir auf der gleichen Respekts-Ebene. Also... Von daher... Nur... Motiv würde ich mich nicht verbeugen. Okay, meinen besten Freund hast du jetzt kennengelernt. Ähm... Von meiner besten Freundin weißt du, dass sie eine Leiche geschlagen hat. Ja, die Leichenschänderin, genau. Sie ist als Leichenschänderin bei uns, äh... im Kopf geblieben. Ja? Oh Gott! Oh Scheiße! Das war damals unser Highlight irgendwo. Wir hätten nie vergessen, wie sie darauf rumgeprügelt hat auf dieser Leiche. Und dann... Ja. Haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Na gut, ähm... Sie ist auch mal mit einer Axt auf McGarrett los. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ist alles verjährt, alles verjährt. Ist ja schade. Also... Mit meinem Glück ist McGarrett nichts passiert. Das habe ich jetzt mal großzügig überhört. Weiß nicht. McGarrett war einmal bei uns auf Etage 5 im WPD. Hat uns irgendwas erzählt und dann ist eine Ohnmacht gefallen. Also... Weiß ich nicht. Es ist einfach so in Ohnmacht gefallen. Ja, das ist ja zusammengeklappt, plötzlich. Güte. Furchtbar, wenn das jemandem passiert. Unprofessionell nicht. Es ist... Wenn das passiert, das abt auf die Person an halt. Bei dir wäre es okay. Danke. Ich glaube, es ist immer nicht so okay, wenn ich jetzt in Ohnmacht fallen würde. Obwohl die Jedi kann hier gut landen eigentlich. Bitte fall nicht in Ohnmacht. Ja, ich versuche mich die ganze Zeit zusammenzureißen. Warum solltest du jetzt in Ohnmacht fallen? Das war eigentlich nur ein Spaß. Achso. Oh. Ja. Ich kenn mich gut aus mit Späßen. Habe ich auch Bücher drüber gelesen? Späße für... Du liest? Nein. Was? Späße machen für fortgeschritten. Für fortgeschritten, ja. Achso. Ja, das merkt man. Echt? Du warst noch nicht auf einer Party mit mir. Ich habe manchmal meine Momente, aber es liegt meist daran, dass ich überarbeitet bin. Oh. Also... Also bist du nur besonders witzig, wenn du auf Partys bist? Weiß ich nicht. Also... Hm. Also... Keine Ahnung. Manchmal habe ich so das Gefühl auf Partys, dass die Leute sonst immer sehr still sind. Verstehst du? Und... Da versuche ich mir die Leute irgendwie zu besprechen zu animieren. Das finde ich gut. Und äh... Fängst du eigentlich viel auf Partys? Kommt drauf an, wer bei der Party dabei ist, muss ich ehrlich sein. Bei mir ist das immer so... Die Konstellation, wer dabei ist... Zum Beispiel Officer-Technisch. Mh... Seitdem ich halt System Chief bin, wenn ich jetzt so mit meinen engsten Freunden da so bin, dann schon trinke ich mehr. Aber wenn jetzt so Leute dabei sind, die eher so... Ja... Neuer sind... Dann... Achte ich immer ein bisschen darauf, nicht so viel zu trinken. Hm. Hm. Auf den, äh... Alimonia habe ich ein bisschen was getrunken, tatsächlich. Ja, ich glaube, das hattest du schon erzählt. Ja. Ich hab dir aber... Hab ich dir auch was über mein Outfit... Ja doch, über mein Outfit habe ich dir was erzählt. Ja, das hast du auch. Ja. Da war damals, äh... Eine gewisse Person nicht so amused darüber. Kannst du mich raten, Herr Weiß? Nein, eine gew... Nein, nein, das war ja Privatbereich. Eine andere Person war da eher nicht so amused darüber, weil man... meine Oberkörper gesehen hat und meine Tätowierungen und sowas. Wer denn? Kate halt. Ist die mir nicht so verstanden. Ich verstehe nicht, wie man das dann nicht gut finden kann. Sie war ja nicht dabei. Achso, war sie eifersüchtig? Weiß ich nicht. Kenn mich mit sowas nicht aus. Ich, äh... Bin nicht so... Der eifersuchtstyp, würd ich sagen, weil... Man vertraut auch seinen Gegenpart, eigentlich. So seh ich das zumindest. Ja? Vertrauen ist halt schwierig. Manche Menschen haben halt ihre Erfahrungen gemacht und dann muss sowas erst aufgebaut werden. Ich, das versteh ich absolut. Ich, äh... Vertrauen ist... Nichts, was man bei mir einfach bekommt. Aber... Wenn ich... Manche Schritte gehe, dann... Vertraue ich der Person halt auch dementsprechend. Weil... Wenn man doch der Person nicht vertraut, warum sollte man mit der Person dann... Eine enge Freundschaft haben? Oder mehr? Gibt doch keinen Sinn, oder? Ja, eigentlich schon. Da bin ich dann zu blauäulig. Hm. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Ja, ja, ich... Nur hab ich eine Antwort bekommen, ist, äh... Ja. Wurdest du eigentlich schon mal... ...betrogen? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Geschissenes Gefühl. Ja, das ist... Würde ich niemals jemanden antun. Ja. Ja. Wurdest du schon betrogen? Ähm... Ich bin Kentucky sehr aus. Da ist aber nochmal was ganz anderes. Und... Naja. Das ist aber nochmal ne 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 ganz andere... Ganz andere Geschichten aber auch. Hm. Ich hab halt meine Erfahrung gemacht. Ich hab halt meine Erfahrung gemacht. Ja. Ja. Da müssen wir wohl den Kentucky mal aufräumen. Ja. Ich, äh... Glaub das hilft nicht. Hm. Kommt doch mal auf die Mittel an. Sophie wollte dort, glaub ich, alle Männer verbrennen, äh, die mir das Herz gebrochen haben. Kann ich nachvollziehen. Und du hast Angst, dass wir die Frauen wegkriegen? Hast du die Angst wirklich? Ich erkenne ein Muster. Ein bisschen. Und... Nein, also... Man fragt sich natürlich schon so ein bisschen, ob man irgendwas falsch macht, so. Ja, ich meine, ich kenne mich nicht wirklich gut mit Beziehungen aus und... Ich sag das auch sehr offen, weil... Sowas Zwischenmenschliches wurde mir nicht beigebracht. Du musst, du musst das ein bisschen so vorstellen... Mein Leben... Hat irgendwie erst mit 14 angefangen gefühlt und wirklich angefangen mit 18. Und... Die ersten 14 Jahre meines Lebens gab's kein Zwischenmenschliches. Außer zwischendurch... Manojis an mir gegenüber. Aber ansonsten... Wenn man... Wenn man sowas nicht hat, dann kann man auch nicht das lernen. Denk ich. Und... Ich bin da... Eher... Ich glaube... Man würde sagen, ich bin ein sehr kaputter Mensch, was das angeht. Verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe, wie du das meinst. Ich bin in anderen Sachen auch ein kaputter Mensch. Aber wieso gehst du davon aus, dass das an dir liegt? Du bist da sicherlich nicht der Grund für... Irgendwo muss der Fehler ja sein. Ja, aber der liegt garantiert nicht bei dir. Ah... Das kann... Na... Weiß ich nicht. Also bei der... Ersten... Oder vor Kate... Da muss ich sagen, schon, dass es ein bisschen... An mir lag, würde ich sagen, weil... Der Zeitfaktor... Also schwierig... Also... Oft nicht so viel Zeit gehabt. Damals... Woran ich da... Also woraus ich halt auch natürlich gelernt habe, aber... Ja... War halt irgendwie ein bisschen doof. Ja, das war, ähm... Die erste Trennung von Demi und mir, weil der so wenig Zeit für mich hatte. Danach lief es eigentlich wunderbar und äh... Ich hab's halt einfacher gespielt. Wunderbar und Zeitmanagement her meine ich. Zeit ist halt... Also... Ich hab zum Beispiel daraus gelernt, weil... Wenn jemand... Wichtigen... Sollte man... Man sich Zeit nehmen. Ja... Obwohl manchmal ist es halt schwierig, außer Dienst zu kommen. Du kennst es ja selber nur. Ja... Bei dir ist es dann, äh... Halt nochmal... Hundertmal so schlimm. Es geht. Weißt du, was der Vorteil ist, wenn mein Assistant schief ist? Was denn? Jetzt nicht, ich geh jetzt außer Dienst. Das ist mein Satz und halt, äh... Das war's dann auch. Okay, das ist wirklich ein Vorteil. Also... Das ist so etwas, was viele immer lernen müssen, finde ich. Ähm... Wenn die Leute außer Dienst müssen, müssten sie außer Dienst. Und... Das versuche ich halt zumindest, dass mein Officer noch... Weil es bringt... Und wir reden über Arbeit und wir cutten. Das ist auch direkt hier wieder. Aber es sollte hier keine Relevanz spielen. Okay, äh... Ich bin eher Team Hund und nicht Team Katze. Aber ich mag beide. Katzen sind cooler. Die haben innere Ruhe in sich. Tut mir leid. Alles gut. Eine Katze versteht sich bestimmt auch wunderbar mit einem Hund. Hunde sind leider so ein Ding. Weiß ich nicht. Bisschen vielleicht ein Problem mit Hunden. Hunde sind treu. Deswegen mag ich Hunde. Was ist das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast? Bei... Aus Dienstlicher Sicht. Das würde mich einmal interessieren. Äh... Das fragst du mich wirklich. Okay, vielleicht war das... Okay, ich versuche... Ich formuliere es ein bisschen um. Das Schlimmste, was du erlebt hast, was aber nicht... Dich als Person betrifft. Also... So... Wenn du verstehst. Und... Herr Weiß und ich sind... Ähm... Jemanden hinterhergerannt. Ähm... Wir standen... In der Nähe vom Unicorn. Wir standen zwei Männer in Anzügen. Und ähm... Wir sollten die einfach nur kontrollieren. Und... Herr Weiß hat irgendwie einen Narren an einen davon gefressen. Und... Irgendwann ist plötzlich der eine Typ... Halb das jünger aus. Ist einfach weggerannt. Und äh... Wir sind sofort hinterher. Und... Ich weiß noch, dass ich einfach nicht so schnell hinterher kam. Und äh... Herr Weiß dann aus den Augen verloren hat. Und wir sind dann... In einer Baustelle gewesen. Und... Als ich angekommen bin, lag der Mann... Auf dem Boden. Blutend. Und... Herr Weiß meinte dann, der ist von der Baustelle gefallen. Und ist dann aber noch... Irgendwie voller Adrenalin auf dem Geist zu. Und der musste halt komplett... Ja... Schießen. Und ich war dabei, als er gestorben ist. Das ist äh... Hart. Und verändert einen auch ein bisschen. Naja, es war nicht der erste Tod, den ich gesehen hab. Aber die Art ist wahrscheinlich das Ding, ne? Die Art. Und äh... Ich hab mich ja ein bisschen zum Nachdenken gemacht. Dass ich eigentlich selber mit einer Waffe rumlaufe. Und... Ich bekomm manchmal Ärger, wenn ich den Taser raushole. Und da wird immer gesagt, Frau Barnes, nein, äh, bitte dann aussteigen. Und ich mach das dann auch immer. Aber... Ich hab sogar schon immer ein bisschen... Leben ist Leben, ne? Und... Im Prinzip ist es wichtig zu versuchen, das Leben nicht zu beenden. Hm... Soll ich dir erzählen, was für mich das Schlimmste war? Ja... Hast du wirklich gerade Fragen, ja? Ist ja so ein äquivalenter Tausch in einer gewissen Hinsicht. Ich muss dich aber vorwarnen... Die Geschichte ist vielleicht etwas schlimmer. Äh... Und... Die Geschichte, die ich erzähle... Also... Die handelt von der ersten toten Person, die ich gesehen hab im Dienst. Und das hat ein bisschen... Also... Ich hab eh schon sehr andere Gründe, warum ich Cop bin. Aber das hat nochmal... Etwas... Ändert. In meinen Ansichten. Die man so bei mir auch nicht rausbekommt. Das ist mir egal, wer mir das sagt, weil... Das ist mir sehr wichtig. Mein... Mentor. Captain Grimes, hast du der? Der... Wir waren auf Streife. Das war... So mal zu meiner Rookie-Zeit kann man sagen, als ich aus der... äh... Police Academy raus war. Die zweite oder dritte Woche, ich weiß nicht mehr. So genau, das ist schon sehr lange her. Wir wurden... zu einem Einsatz gerufen. So... So ein... Ja, so ein Trap-Haus halt. Also so ein... Drogenhaus. Und... Wir sind da rein. Und sollten da was überprüfen, ob da jemand ist... die vermisst wurde. Und... Sicher, dass du dafür bereit bist? Ja. Ja, die zu. Okay. Wir sind da rein. Und... Weiß nicht, ob du schon mal in den Trap-Haus warst. Die sind wirklich vermüllt und man sieht überall... Drogen, Reste. So ein Scheiß. Dann sind wir oben... in die erste Etage. Da war eine junge Frau. die wir gesucht haben, tatsächlich. Das ganze Leben noch vor sich. 18, 19. Mein Alter damals, tatsächlich. Er war tot. Alleine über diese Überdosis gestorben. Und... Das Problem ist... Der Körper war noch warm. Oh nein. Und... Wären wir vielleicht ein bisschen früher da gewesen. Ich hätte mich gerettet können. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Ähm... Gib mir mal so Momente, wo ich darüber nachdenke. Ähm... Das war schon sehr hart. Muss ich zugeben. Weil... Ich war tot und... Und... lag da. Jung. Der hübsche Frau, tatsächlich. Und... Ja. Da wurden Lektionen auch natürlich irgendwo raus gemacht. Und... Dann... haben wir uns erst darum gekümmert, dass sie halt dort wegkommt. Aus dieser Scheißhöhle. Einfach damit ich... die Eltern irgendwie da vor Ort das sehen. Weil das ist halt schon... wirklich schlimm. Wie es da war. Und hat natürlich dann die Gerichtsmedizin überführt. Und... Ich muss den Eltern dann noch sagen... dass ihre Tochter, die sie halt gesucht haben... einiger Zeit... halt gestorben ist. In einer Überdosis. Das hat natürlich in den beiden... was zerbrochen. Das hat man denen sehr angemerkt. Und... Da habe ich das erste Mal auch gesehen, was... ja so elterliche Liebe ist. Um ehrlich zu sein. Also die Eltern... die waren schon wirklich dasselbe. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Weil... ich habe halt schon davon gelernt... so... Empathie halt... zu zeigen. Irgendwie also... Ich denke nicht von mir... dass ich jetzt irgendwie unmenschlich vielleicht bin. Aber... halt... nur zu zeigen, wenn du verstehst. Nicht so... zu empfinden. Es... ist halt so ein Ding, was einfach nicht geht. Ja, war krass. Und... Damals... mein Mentor... hatte ich mir schon gemerkt... dass mir das schon... auch trotzdem irgendwie nahe ging. Mein Mentor... hat dann etwas getan, was ich ihm bis heute sehr hoch ansehe. Er hat sich... er hat sich damals so mit meiner Kultur ein bisschen auseinandergesetzt. Besonders meines spezielleren Hintergrundes in meiner Kultur. Und... damals sind wir dann... zur Beerdigung gegangen, tatsächlich. Wir wurden eingeladen von den Eltern... so ein bisschen. Also er hat das ein bisschen organisiert... und... angeboten, dass man vorbeigeht. Eher so... ich weiß nicht genau, wie das dahinter... abgelaufen ist. Er hat ein bisschen dafür gesorgt, dass... auch... ich mich auf einer gewissen Art und Weise... verabschieden konnte. Einfach, weil... man braucht den Abschluss. Der Abschluss ist halt wichtig. Dann habe ich so ein bisschen halt... ja... auf meine Art mich verabschieden können. Und... ja... hat ein bisschen was verändert. das glaube ich... was tut mir leid. Also... es ist... es ist halt wie es ist irgendwo, ne... aber... aber... das ist jetzt nicht so... für die dann irgendwie... die Schuld gegeben hast... oder... heute noch die Schuld gibst, oder? will ich nicht so sagen... will ich nicht so sagen... es gibt halt nur die Momente... wo ich mich dann immer frage... was wäre wenn... wir früher dort den Ort entdeckt hätten... was wäre wenn... wenn wir früher die Informationen... durch den CI bekommen hätten... was wäre wenn... ist halt immer das Ding in der Hinsicht und... ja... aber das wäre wenn das... wenn man anfängt so zu denken... dann... äh... damals... so von meinen... von unseren Familien Doktor... Dr. Fujibara... habe ich halt ein bisschen was beigebracht bekommen... so... so Erste-Hilfe-Zeug und so... weil es mir sehr wichtig war und... deswegen ist es oft die Situation... dass er... bei Schießereien wo wir sind... und Leute angeschossen werden... ähm... egal ob es Cops sind... Zivilisten... Kriminelle... oder wer auch immer... dass ich mein Bestes gebe... dass ich die Person durchbekomme... dass sie nicht stirbt... das ist mir sehr wichtig... weil... generell ist so... für uns das Leben sehr... kostbar... und das hat nochmal gezeigt... wie wichtig es ist... das Leben zu erhalten... Und du sagst... dass du... dass du gelernt hast... Empathie einfach nur zu spielst? Ja... Ist du sicher... dass das nur gespielt ist? Habe ich mir nie so Gedanken dazu gemacht... so... weil ich habe es einfach... mit abgefunden... was viele zeigen ist... halt... äh... ein No-Go... das wird mir so eingeblüht... das ist auch etwas... was ich nicht rausbekomme... so... Weg vielleicht ein bisschen paradox auf dich... gerade... aber... ja... ist halt... also... ich... weiß... dass... wir uns jetzt nicht so lange kennen... aber... diese Sache... da letztens mit dem Motorrad... als ich das... da kurz gefahren bin... wäre das schief gelaufen... hättest du dann auch Empathie nur gespielt... oder hättest du da irgendwie gedacht... oh verdammt... Nein... dann hätte ich... äh... nicht... ne... also... kommt immer auf die... Menschen... auch an... also... mh... wenn ich... ein Mensch... habe... wo ich merke, dass... Sam... ich weiß es... ganz okay ist... ähm... dann... zeige ich da schon... mehr meine... Gefühle... so... schmitzt der Eisberg... ein bisschen... um erstmal so zu sagen... und... wäre da... was passiert... wäre ich da relativ schnell hingefahren... und hätte... geschaut... was mit dir ist... so... und... ja... danach hätte ich mich suspendieren lassen... dann wäre ich... dann wäre ich aber böse geworden... ist das so... aber sie hätte dich ja angefahren... ja... weil ich wirklich... ähm... blöd gebrimst habe... mh... okay... also wäre es deine Schuld gewesen... es wäre meine Schuld gewesen... ja... hättest du mich dann verschwinden lassen... nö... hättest du... hättest du... ähm... wenn Situationen für mich... ein bisschen... zu... schlimm sind... oder... mir Leute... neid tun... dann... wechsle ich immer gerne das Thema... wechsle ich immer gerne das Thema... und du tatst mir gerade wirklich sehr leid... du... ähm... weißt du... das ist sehr lieb von dir... aber... mitteiltest du das... was ich definitiv nicht brauche... also... ich... seh's dir hoch an... musst du aber nicht... das... ich denke mir immer so... klar auf mir das Leben willst du nicht gehabt haben... aber ich... versuch's mir zu verkneifen... so... geil... Entschuldigung... du wolltest glaube ich gerade was sagen... und ich hab dir wieder reingeredet irgendwie... ne... alles gut... oder ich war zu langsam... nein... weißt du... ich ähm... als ich damals noch als Santos kam... ich tatsächlich noch ähm... sagen wir mal du hättest mich nicht wieder erkannt... ähm... und ich bin tatsächlich so aufgewachsen... dass es... wichtig ist... ähm... halt ein... äh... ich hab tatsächlich ein bisschen Angst das zu sagen... ich will nicht dass du was falsches denkst... aber... was man als Frau nicht besonders viel wert ist... und äh... man sich ein... naja... wohlhabenden Mann angeln soll... und... dass es auch in einer Ehe nicht wirklich so was wie Liebe gibt... sondern es ist halt eher so eine Übereinkunft... und ähm... so kam ich halt nach der Santos... um mir einen wohlhabenden Mann zu suchen... naja... ich äh... bin bei Larry dann gelandet... aber... ein kleiner Spaß am Rand... ähm... aber... nicht bei dem wirklich... großen Problem... und du denkst jetzt... ich hätt jetzt so über dich schlecht gedacht... gerade... ja... schon ein bisschen... also... ich weiß nicht... das hört sich doch... komisch an... du weißt... dass wir uns irgendwie da gerade ein bisschen ähneln... in der Hinsicht, ne... dass wir so... immer denken... dass jemand anderes so weit schlecht denkt... wenn man etwas erzählt über sich... ja... kann sein... okay... ich sag dir jetzt auch eine Sache... aber interpretier da nichts rein... versprochen? ja... ja... also... ich fühl mich im Moment... gerade sehr sicher... und sehr wohl... okay... und... das liegt wirklich nicht an der Wohnung... weil... von mir aus... ich glaube ich würde mich auch wohlfühlen... wenn wir jetzt in irgendeinem... Erdloch hausen würden... oder sowas... achso... es ist nicht das Dach... weil du hier mit deinem besten Freund immer redest? nein... es ist gerade nicht das Dach... weil der Jogeler in der Nähe ist... nein... das ist auch nicht wegen dem Auto... okay... es ist wegen deinem Schnurrbart... der flattert gerade so im Wind... oh... tut er das? da muss ich mal wieder stutzen... aber es ist auch irgendwie ein bisschen meine Aufgabe... dass du dich sicher fühlst... also... nun... es ist nicht wirklich deine Aufgabe... hm... aber ich finde es schön... dass du... deine Ansicht... also hier ändern konntest... so... in dem was du erzählt hast... also das ist nicht... das Ziel ist... einen reichen Mann zu bekommen... und so... nein... das sowieso nicht... einen netten... lieben... treuen Mann... der einem zu hat... egal wie viel Geld er hat... hm... nee... egal wie viel Geld er hat... weiß nicht... davon gibt's da ne Menge... oder? nee... gar nicht... hm... ja... hörst du in den Wind... die ganze Zeit hier rumzischen? bisschen... ja... schon cool... ne... wenn man sollte über Nacht denken... was meinst du? einfach so zwischen den... Gebäuden... was zwischen... bitte mal... es hat sich etwas beruhigen lassen... was ist denn ein Nasen für... naja... wenn... wenn man... äh... den Mund so macht... und die... Luft einfach aus der Nase kommt... dann hat man ein Nasen... ja... also irgendwie hast du grad meine Erklärung kaputt gemacht... ja... tut mir leid... ich wollte eigentlich gerade dir sagen... was... was Wind auf Japanisch heißt... ok... ja dann sag mir... was Wind auf Japanisch heißt... und ich hab dir ja auch erklärt... ne... irgendwie... irgendwie ist das... es ist okay... ich hab dir auch erklärt... was der Nasen für... siehst du... das bin ich... deswegen rede ich auch nicht gerne so viel... ach... genau... nun... für Evi kann ich das grad nicht... ok... soll ich noch mal weiter den Nasen für ihn machen... ne... Gott... tut mir leid... ja... nur... ist im Winter ist Kase... in dem Fall... so... ich dachte ich bring dir... erklärt... ja... egal... ja... ist okay... erklär ruhig... ne... hab ich doch grad... Kase... gibt's da noch irgendwie... noch was dazu... oder wolltest du mir nur das... ich wollte das einfach nur das Wort sagen... ich... irgendwie... ja... war's einfach so... im Moment... weil ich kann's auch den Wind gehört... aber also den Wind von... ne... Wind... so... ich hab den Moment kaputt gemacht... mit meinen Nasenfüllen... alles gut... ist schon okay... oh mein Gott... nun... weißt du... da hab ich Talent für... hm... nun... nun... äh... sollen wir vielleicht... äh... zu dir fallen... du bist langsam müde... ne... gar nicht... warum willst du dann zu mir fallen... ach... du willst hier... Ewigkeiten liegen bleiben... find ich auch... aber... vielleicht willst du das ja gar nicht... ich fühlst du ganz okay gerade... so hier... ganz okay... ja... du... andere Aussicht ist ganz okay... du bist ganz okay... gerade... also... nicht falsch verstehen... so... irgendwie... ja... so... Kase und so... ne... also... weißt du... du bist ja auch ganz... ähm... okay... du weißt wenn ich ganz okay sage... dass das meist... mh... ganz gut... cool heißt und so... ich sag's dir einfach... ich find auch... du bist ganz... gut und cool... ja... hm... ah... ich bin nur... Joske... ey... alles... alles gut... hm... also... nun... nun... kreikst du dir das jetzt... das nun an? nun... 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 ist das so... hm... hm... ich... muss mich eigentlich... bei dir ein bisschen bedanken... für ehrlich zu sein... okay... jetzt... äh... frage ich mich wirklich... wofür... wofür... dass ich einfach mal... wieder... außerhalb des Dienstes existiere... gerade... irgendwie... das kannst du doch auch ohne mich... hm... ja... von... von... aber... ... die Spräche sind... halt... die gleichen... sie sind wahrscheinlich besser... ja... ich finde unsere... also... die Gespräche hier... okay... ich habe gerade von deinen Nasenfüllen geredet... und du hast einen Moment deswegen kaputt gemacht... aber das bist halt du... oder nicht... ja... das bin ich eigentlich... okay... aber es ist doch nicht schlimm... wenn du... du so bist... das hier ist... smiley-Thema... leider einfach du... wo ist das Problem... Ari... bei mir musst du dich nicht verstellen... oder so... anderen Scheiß... hast du mich heute irgendwann... belauscht? nur... nur so... sind hier vielleicht irgendwie... auf dem Dach so... Abführungsgeräte... genau an dieser Stelle hier gerade... wo wir liegen... nein... warum? nur so... das Thema hatten wir doch... vor ein paar Tagen schon... dass du du selbst ansatzt... hab da irgendwie... Probleme mit... wusst du aber nicht... also... sagt man so einfach... aber... ich meine ich bin eigentlich der Falsche... der das dir gerade sagt... um ehrlich zu sein... aber... man kann ja Ratschläge... anderen Leuten geben... ja... darin sind wir beide... ja... da sind wir... super drin... würdest du meine befolgen? wahrscheinlich nicht... ja... mache Gebrauch von meinem Anwalt... ich... versuche Ratschläge anzunehmen... aber... schwierig... jeder hat so seinen kleinen Dickkopf... Dickkopf... zwei... also die Betonung fand ich ja jetzt... überhaupt gar nicht gut... okay... also ich war schon immer so... und äh... in meiner Welt... war ich immer die einzige... mit einem Dickkopf... in deiner Welt... meiner Welt... ja... also denkst du... du hast deine eigene Welt... ja... ich lebe manchmal in meiner eigenen Welt... doch... hast du ein bisschen Größenwahn? nein... ich hab kein... oh mein Gott... ich bin nicht Größenwahnsinnig... wirklich... bist du nicht Größenwahnsinnig? nein... ja... doch... ja... ich bin sicher... ich bin nicht Größenwahnsinnig... also du bist sicher... achso... ja... ja... also Größenwahnsinn... äh... nicht Größenwahnsinnig... nein... also nicht nicht... ich bin keine... nein... ich bin keine Diebin... ich bin nicht Größenwahnsinnig... ich bin keine Voyeurin... und ich bin keine Mietnomadin... ich glaub das war's alles... ja... du hast... da was vergessen... oh Gott... ich hab was vergessen... aber was auch immer es ist... das bin ich nicht... hm... okay... was... was war's denn? das mit dem Fernglas? das ist... nee... das hab ich gesagt... das ist... äh... die Voyeurin... achso... ah... hm... okay... nun... ich hab's immer hier... meine Hose... äh... ja... an dem Gürtel festgemacht... ich hab's immer dabei... mhm... das hat jetzt meins... das hast du mir geschenkt... das hab ich dir geschenkt... das hab ich dir geschenkt... richtig... und das wird benutzt... außerhalb der Wohnung natürlich... ne... natürlich... oder zumindest nur Fenster raus... bei der Wohnung... mhm... natürlich... mhm... mhm... ich hab grad fragen... welches Mutter mal... ja... deswegen hab ich's ja... ich dachte... auf gut Glück... vielleicht kann ich dir Angst machen... achso... ich dachte... du hast das riesige... getätowierte Herz... auf meiner Brust gesehen... ja... das ist ein riesiges... ja... okay... verdammt... Mann... kennst du meine Tätowierungen... nein... kenn ich immer noch nicht... aber ich bin diejenige... die solche Witze machen... doch... wir haben uns darüber unterhalten... äh... nein... ich... ja... aber ich hab sie nicht gesehen... das meine... das ist äh... richtig... außer du hast äh... auf deine Moni richtig hingeguckt... ich hab dich da nicht gesehen... oder vielleicht doch... aber du warst so betrunken... oder so... ich war so betrunken... ich hatte... bunte Haare... zwei große Zöpfe... und habe auf einer Box getanzt... ah... okay... die warst du also... das hast du sicherlich nicht gesehen... die hab ich auch nicht... ach puh... ich hab nur Skeda gesehen... der... die... zehnte... Tequila Flasche enttosserte... der war lustig... dieser Mensch... ist... war Dauer besoffen... oder? ach... ich... überleg grad noch... ach so... klar... und hast du alles im Kühlschrank schon aufgegessen? nein... natürlich nicht... äh... so ein... ich weiß nicht... so ein Vielfraß... seh ich aus wie ein Vielfraß... vielleicht ein... Vielfraß mit einer... unverschämt guten... Figur... kann ja sein... ich hab ne gute Figur... hab ne gute Figur... hab ich nicht gesagt... ich äh... hab das auf den Vielfraß jetzt bezogen... ach so... schon verwirrt... irgendwie... war gut verwirrt... ach... einfach... so... also müssen wir nochmal zu deiner Wohnung fahren... wenn du das nochmal möchtest... können wir machen... soll ich jetzt Video holen... oder... was... nein... das war ein Scherz... ja... bist du sicher? doch das wusste ich jetzt... ich wollte ähm... nur... ich wollte nur mal kurz nachtesten... ob du das äh... gen... ja... das wusste ich... okay... soll ich dir hochhelfen? ne... alles gut... geht's ja... blendend... also... geht's gut... vergisst dein Mantel nicht... ne... ich wollt... jetzt hier... essen... so... dann... okay... ich werde nicht fallen... ich äh... werde nicht fallen... soll ich dir runterhelfen? ja... bitte... das äh... kriegen wir hin... oh... obwohl... vielleicht versuche ich's doch lieber selbst... ich helfe dir runter... ist schon okay... komm... bist du dir sicher? ja... bin mir sicher... oh... siehst du? okay... perfekt... gut... danke für's... auffangen... ja... gerne... sag mal... ja... haben wir irgendwie... wie... also... welche Farbe... also... hab ich jetzt nicht drauf geachtet... kann ja mal so sein... ich auch nicht... okay... ach... was anderes... gedacht... ja... ich... äh... allgemein... äh... warum sind wir eigentlich nicht mit dem Auto hier ganz hoch gefahren? weiß ich nicht... weiß ich nicht... weil Maxi mit mir hier hoch läuft... achso... okay... hinterfrage ist einfach nicht... natürlich... würde ich nicht hinterfragen... achso... hab ich schon... 1... 2... frisch... es gibt tatsächlich noch einen... coolen Ort hier... ist in der Nähe... aber einmal... wenn du möchtest noch kurz vorbeifahren... okay... hatte damals Ray überlegt sich... äh... einen... Souvenirladen aufzubauen... oder so... einen Souvenirladen? jaja... das ist so... ihr Ding... meinte sie... sie hätte da Lust drauf... aber irgendwie hat sie nie so... den... den... äh... also so den Weg dafür eingeschlagen... weil es eigentlich eine ganz nette Idee ist... denke ich... hm... also... ich kann mir das bei ihr irgendwie gar nicht vorstellen... ich würde ihr... ja... ja... erzähl weiter... nein... nein... jetzt habe ich dich unterbrochen... jetzt erzähl weiter... du kannst es dir... du kannst es dir nicht bei ihr vorstellen... und weiter... nein... ich schaue... ich schaue... ich schaue... ich habe nämlich wirklich zu früh angefangen... nein... ich hatte schon angesetzt... während du gerade angefangen hast zu reden... also was wolltest du sagen... habe ich wieder vergessen... genau... ja... dann ist das Gespräch beendet... cool... ich habe wieder mein Auto vergessen... abzuschließen... und frage mich warum... hä... wie... manchmal habe ich das Gefühl... ich bin irgendwie abgelenkt... was soll... soll ich... äh... mit drauf achten... dass du es abschließt... wo steht dir ein Taxi... warte einfach nicht... ich kann es aufmachen... und mal reingucken... ob da alles in Ordnung ist... der Warnblinker ist an... dann kann ich den ausmachen... ich steig kurz aus... okay... so... 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 Interessant Was ist denn los? Hier ist ein großer Rucksack drin Es ist ungewöhnlich, dass hier ein Taxi steht Okay, warum? Weil die müssen an der Zentrale stehen Sonst gibt es auch Ärger mit der Versicherung Anerkundige dich doch mal Wir können das auch rüberüberführen, wenn du möchtest So viel Zeit haben wir Ja, das können wir machen Ich wollte kurz vorkündigen Ja, was kann ich machen? Fährst du mir kurz hinterher dann? Nee, ich dachte, ich warte hier und du läufst zurück Sarkasmus Natürlich Du hast gesagt, du kennst dich mit Sarkasmus aus Ist sehr witzig, Hannes Oh, Jego Moment Moment Woops Verdammt, jetzt bin ich deswegen nervös Okay, wie komme ich nochmal zu Alice Taxi? Ich habe es vergessen Okay, ich fahre jetzt einfach hier gerade aus Bitte blau ist Gebäude, sei auf der Seite Bitte blau ist Gebäude, sei auf der Okay, alles klar, dann fahre ich hier lang Oh, da vorne bist du Ein Glück Oh, schon mal vorher hier drauf Oh Gott, wie viel Stoppstehe habe ich bis jetzt übersehen Oh mein Gott Warum muss das unfassbar süß sein? Oh nee Ich wundere mich jetzt bei jemandem, der nicht toll findet Das ist irgendwie auch nicht wirklich gut Oder ist das gut? Geht das auch so rum? Oh nee Oh nee Hey, Hallöchen. Ich habe den Taxi zurückgebracht, der stand einfach im roten Parkhaus. Ich lasse das mal hier stehen und gehe jetzt wieder. Im Parkhaus? Ja, das stand im roten Parkhaus. Wer wohnt da denn, außer ich? Max? Ach, Barbara. Barbara, ja. Ja, gut, dann... Hey, danke dir. Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ich nehme das mal mit. Gut, ich hätte jetzt hier keinen erwartet. Ist doch nicht schlimm, oder? Habt mich nur, wer das ist. Heute, ähm... Sind, äh, eine Freundin und ich hier vorbeigefahren und, äh... Da standen einige Leute vor dem Zaun. Und Lamy wurde ja vor kurzem, ähm... Ich weiß nicht, was die mit ihm gemacht haben. Der war auf jeden Fall im Rollstuhl. Und das sah schon ziemlich bedrohlich aus. Aber ihm wurde versichert, dass alles in Ordnung ist. Die reden halt nicht mehr wirklich mit mir, seitdem ich beim PD bin. Hm. Schade. Naja. Sieht auch ein bisschen den Ärger manchmal an, ne? Hm. Ja. Also, irgendwas ist gerade auch wieder los. Hm. Bekommst halt nicht mehr gesagt. Weil im Prinzip meinst du es ja auch nicht böse, wird es ihnen eigentlich ja helfen, ne? Ja, aber, ähm... Keine Ahnung. Nein, dass... Eine Dame mir heute gesagt hat, und dann hab ich ihn getasert. Und ich denk, oh mein Gott, weißt du gar nicht, mit wem du hier redest? Natürlich leide ich das weiter. Ich will ja nicht irgendwie Mitwisser sein. Und es sollte auch kein... Die Dame sollte definitiv keinen Taser haben. Worüber sie ihn her hat. Das frage ich mich auch so ein bisschen, aber... Oder jetzt nicht nach. Ne. Und du weißt es ja auch selber nicht. Ne, keine Ahnung. Ich war neugierig, aber ich hab's erst mal gelassen. Hm. Ich wundere nicht. Ich suche gerade den Ort, den ich meine. Mhm. Geht's denn jetzt, ähm... Besser nach, ähm... Der Verletzung letztens? Also, ist da alles wieder gut verheilt? Ja, da ist alles soweit wieder gut verheilt. So schnell, ähm... Legt man mich nicht kaputt. Würde ich sagen. Haffe ich nicht. Ich bin stets bemüht. Klar, meine schlimmste Verletzung... Wie die seitlich zumindest schlimmste Verletzung... Die hatte ich ja schon. Hinter mir. Räuchte ich nochmal. Irgendwie finde ich den Ort gerade nicht. Das ärgert mich etwas. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja. Mach dir keinen Druck, ähm... Ich will jetzt auch nicht dich hier langweilen mit rumfahren. Gut, nein, weiß ich nicht, äh... Überhaupt gar nicht. Hm. Wieso mach ich den 1? Nee, weiß ich nicht. Also... Eigentlich nicht, aber... Ich dachte... Nicht, dass das der Fall ist, dann doch plötzlich... Und ich das halt falsch wäre. Und deute, weil... Ich glaube, du wirst relativ schnell verstehen, warum ich den Ort hier mag. Ja, ich... Ich seh's schon. Hast du vielleicht was zu essen für mich? Aber natürlich. Bitte sehr. Oh, danke schön. Mir hat gerade schon die ganze Zeit der Magen geknurrt, aber... Ich wollte nicht nochmal den Hasenfilm machen, um uns irgendwas bestellen. Ach, das ist leise Knurren, das ist... Ja. Nein, das hast du nicht gehört. Natürlich nicht. Hast du das gehört? Nein. Warte mal, das Nein ist jetzt aber wieder so ein sarkastisches Nein. Also der Baum ist schon schön hier, ne? Du musst dich vom Thema abdenken. Nur ein schöner Kirschbaum. Ich bin glaube ich. Hier saß sie mir damals, nahm uns da so drüber unterhalten. Wer? Den Ort eigentlich ganz cool. Hm? Wer saß sie? Kata. Unter anderem. Ja. Und hier sollte der Souvenirladen aufgemacht werden. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, sie meinte, hier wird das ganz gut passen. Oder es ging um die Bar, die Thilo und ich können mal aufmachen. Der Club, den Thilo und ich mal aufmachen wollten, weil wir ja keine Bar mehr. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Thema Souvenirlshop dann noch aufgekommen ist. Okay. Eine Frage habe ich. Ja. Warum ist hier, ich bin hier nie, aber es ist ein riesengroßer Platz mit so vielen Sitzmöglichkeiten und es ist wirklich schön hier. Warum passiert hier nicht? Meinst du, warum ist es hier nicht? Ich meine, ein Event gibt oder so? Ja, ein Event oder ein kleines Café oder so. Das wäre schon sehr cool. Das ist richtig. Ich meine, hier gibt es Cafés, aber die sind nicht so gut bewertet und würden wir halt eher nicht hingehen. Ja. Schon cool. Ich kann auch weiter da gehen, wenn du willst. Okay, was ist das für eine Statue? Sie ist gerade richtig hell. Ich kann es nicht erkennen. Das ist ein Adler. Würde ich sagen. Moment, es ist immer noch sehr hell. Oh, jetzt sehe ich es auch. Adler mit einer Weltkugel. Ich glaube, das ist so ein Amerika-Ding, würde ich sagen. War es nicht so, dass Adler so ein Symbol-Tier ist für die Amerikaner? Da weißt du ja doch ziemlich viel. Dann weißt du mehr als ich. Ich bin tatsächlich, weißt du, manchmal denke ich, ich bin vielleicht nicht gebildet genug oder sowas. Deswegen hatte ich mir vielleicht sowas auch immer eher raus. Ich glaube nicht, dass das, du machst dich wieder schlechter als du bist. Ich mache das nicht extra. Das ist einfach die Wahrheit, die ich ausspricht. Oder was ich denke. Drehen wir das mal andersrum. Ich komme auch kurz mal ein bisschen so. Wenn du jetzt so den Adler siehst, also ich glaube, der Adler ist wirklich das Symbol-Bild. Wenn du jetzt diese Statue komplett anschaust, was würde dir, wenn du jetzt gerade an Amerika denkst, was sagt das gerade aus für dich, wenn du das dir so anschaust? Also deine Interpretation. Du fragst mich gerade, warst du um 1.17 Uhr? Okay. Gut, mit drei Stunden Schlaf. Kann man das Thema ein bisschen verschieben? Ich bin gerade so unfassbar müde. Alles gut. Dann lassen wir das. Ich glaube, ich könnte zu jeder anderen Tageszeit jetzt irgendwas super Kluges sagen. Aber gerade kann ich das echte Tag heute immer ein bisschen zu viel für mich. Harry, alles gut. Wenn du sagst, du bist zu müde, dann respektiere ich das. Außerdem ist es ja eine Interpretation. Also jeder würde da wahrscheinlich was anderes reininterpretieren. Würde ich sagen. Aber wenn du so wenig geschlafen hast, warum sagst du das denn nicht? Weil ich mich jetzt wachhalte. Gut, wir fahren zu deiner Wohnung, du holst dir Sachen und dann fahren wir zu der anderen Wohnung. Dann halte ich mich aber weiterhin wach. Null. Doch. Also, ich meine, wie willst du das verhindern? Ich schiebe dich oben ins Zimmer. Geh runter und schlaf aber schnell ein. Ich schlaf heute auf der Couch. Nein. Dann brauchst du gar nicht, du brauchst gar nicht, nein. Ich hab die ganze Zeit während du weg warst auch auf der Couch geschlafen und da ist alles noch bezogen für dich, deswegen wirst du oben schlafen. Ist mir egal, ich lege mich nicht. Ja, dann lege ich mich auf den Boden. Ich schlaf. Ja, dann lege ich mich auf den Boden. Dann leg dich auf den Boden. Ja, mach ich auch. Dann werde ich Wäsche da verteilen. Ja, dann ist es halt eben so. Dann lege ich mich halt auf die Küchenzeile. Du wirst dich nicht auf die Küchenzeile legen. Doch. Nein, das machst du nicht. Du schläfst oben. Ich will aber nicht oben schlafen. Ich hab Halbträume oben. Ich versuch's heute mal unten. Vielleicht ist es besser. Ja, dann hänge ich halt von der Decke. Unten. Bitte was? Oh mein Gott, das muss ich mir gerade vorstellen. Bitte mach mir das nicht. Das ist ja großartig. Ja, ich muss doch den Vampirnachraben, falls du dich erinnerst. Was sagt meine beste Freundin immer zu mir, dass ich mich von der Decke hänge? Mit der würdest du dich nebenbei glaube ich verstehen. Habe ich ein bisschen das Gefühl. Also einfach nur so jetzt der Herr gesagt. Natürlich. Dann kannst du mich ja irgendwann mal vorstellen. Ja, weißt du? Ironisch ist, meine beste Freundin verschwindet auch immer. Und ist dann mal wieder da. So. Ich erkenne da so ein Muster, weißt du? Aber aktuell macht sie Urlaub hier in Los Santos. Wieder. Wie kennst du sogar? Ich denke, doch. Tatsächlich. Als wir damals so unseren Kontakt hatten. Bei dort, wo ich euch da schütze, Thema und so. Da waren wir doch bei der Staatsanwältin drin. Luca Luciano. Wie ist das so lange her? Alles gut. Alles zu mir. Ich glaube aber, ach, alles. Wirklich. Kein Stress. Aber ich meine, dass ihr euch da schon begegnet seid. Aber ihr würdet euch verstehen. Ihr geht auch gerne nach der Foto, oder? Und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, die kriegen bald im Endeffekt. Okay, ist egal. Ab heute nur, äh, ist egal. Ja, okay, nein, ich muss jetzt sagen. Die kriegen jetzt bald die Winterkollektion rein. Ach, ich dachte, ich sollte. Das ist ganz schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm bei mir. Äh, ich hatte mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Deswegen sind doch die Sommersachen so günstig. Dann habe ich den roten Pullover geholt. Und ich brauche hier sehr. Kannst du dich nicht wieder umtauschen? Nee. Okay. Hier ist jetzt einfach ein Mahnmal im Schrank. Dafür, dass ich mich das erste Mal überhaupt in drei Jahren hier vergriffen habe. Aber dann hast du ja einen Platz weniger. So, dann ist doch weg. Platz weg im Becker. Ich weiß nicht. Schenke jemanden, den du weniger magst. Noch eine Sache, die du nicht von mir weißt. Oh nein. Ich habe eine Ahnung. Ja. Erzähl. Warte mal. Jetzt bin ich gespannt, was du für eine Ahnung hast. Das kannst du gar nicht wissen. Du kannst dich kaum von Sachen trennen, weil du unter anderem auch den Kuchen von Mr. Weiß Geburtstag immer noch im Kühlschrank hast. Den du eingefroren hast. Wenn ich jetzt den roten Pullover sehe, wenn ich jetzt für immer behalten werde, dann kann ich mich immer daran erinnern, dass ich mich hingesetzt habe und auf meiner Couch verschmolzen bin. Deswegen kann ich ihn nicht mehr wegwerben. Er ist eine Erinnerung geworden. Achso. Ah, klar. Erinnerung. Ja. So wie der Kuchen, ne? So wie der Kuchen. Jeder Geburtstag von weiter weiß. Genau. Und, äh... Soll ich draußen warten? Warum? Nur so. Wagt nur. Beziehungsweise ich warte draußen und rauche ich kurz eine. Okay, alles klar. Ich beeinne. Ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Das heißt nichts Gutes. Und ich kann das Spiel gerade nicht schließen. Moment. Ich wollte eigentlich auch die Musik... Irgendwie passt die die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Warte. Oh Gott, das wird ja jetzt, glaube ich, ein bisschen lustig werden. Oh Gott. Ja, Ariane ist zwischenwild. Oh, wie mache ich das denn jetzt gleich? Ähm... 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 Meine Güte, jetzt sind die... Jetzt sind die ja doch schon ein bisschen lockerer miteinander geworden, ne? Nachdem Ariane so... Ähm... Schon sehr, sehr süß. Meine Güte, ist das niedlich. Oh, ist das furchtbar. Das ist so furchtbar süß einfach, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Was passiert hier? Das ist halt die große Frage. Ist Ariane jetzt gerade... Es passiert ja nichts, aber ist sie untreu? Oder nicht? Sie kann halt nicht Schluss machen, weil er nicht da ist, ne? So. Keine Ahnung. Jetzt habe ich auch dieses so gesagt. Das habe ich mir abgeguckt. Ich war eigentlich sogar sicher. Der Todlos hat mir irgendwann ja geschrieben, so was los ist, ne? Ähm... Ist das tatsächlich... Ah, Moment. Ist das tatsächlich heute? Dass der heute wieder rein kann? Ich dachte, wir haben heute das Gespräch. Ja. Was ich mir jetzt anrufen kann, Ariane, da auch nicht machen, ne? Ja, ja, die Zeit in Los Santos vergeht. Also es ist gefühlt wie so ein halbes Jahr einfach, ne? Ist sehr viel passiert. Warte, Moment. Hallo? So. Kiesbeek. Ach. Ich bin gespannt. Ja, schön. Wir sind in einer anderen Dimension, glaube ich, ne? Oh, ich hasse das. Ich glaube, ich muss nochmal neu starten. Also ich kann hier gerade nichts machen. Okay. Moment. Alles gut. Wie war das denn nochmal? Was musste man dann nochmal machen? Ähm. Es hat irgendwie so viel passiert. Das kann man niemand so schnell erzählen. Ja, so. Harry. Was gibt es Neues? Well. Es ist nicht so viel passiert. Alles gut. Oh, Black. Oh, Entschuldigung. Ja, ich will. Ey, das ist so ein Ding, ne? Ich will den Support einfach nie auf den Sack gehen. Das ist auch immer bei, außer bei Rose. Wenn ich einlogge, ist die ja immer verletzt, ne? Da, äh, ja, sorry. Oh, mir leid. Oh. Ja, ich bin, ich bin immer. Ich gucke immer, dass sie das alles irgendwie selber macht. So, ja, kein irgendwie. Also leider bin ich auch tatsächlich OOC. So, keinem auf den Sack gehen. Immer was selber und alleine machen. Und ich kam da schon ein paar Mal raus. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. So, 31 habe ich nicht mehr kurz zu tun. Ja, trotzdem. Ja, ich wusste ja auch nicht, dass du im Chat bist, ne? Wusste ich ja nicht. Aber ich bin sehr lieb, danke schön. Ari ist nicht untreu. Wenn Skinner wieder da ist, dann begrüße ich ihn. Ari wie gewohnt. Skinner sagt dann auch Hallo zu Aris Tochter. Dass dann ein fröhliches Ohio erwidert. Ein Tor, was ist denn mit dir los? Black, kannst du uns in unserer Foto porten, bitte? Kannst du natürlich auch gerne mit Matthew kommen und, oh nein, Hilfe. Ah. Was war jetzt? Du bist einfach kurz alles dunkel. Einfach in dem Bildschirm hierbleiben. Boah, ich bin gerade quasi immer noch gerade aus Hamburg gekommen. Entschuldigung, mein Kopf will heute überhaupt gar nicht funktionieren, ne? Sorry. Warte ganz kurz, sorry. Ich, äh, durch den Vortrag rein und raus. Ah. Dankeschön. Ich brauche noch mal ganz kurz ein bisschen. Alles gut, ich warte hier auf dich. Okay. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wo ist der Knopf da? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, wann ist denn übrigens wieder Lucky Five Party? Ich brauche das in Ländisch von immer. Wann ist wieder Lucky Five Party? Kein Geld, Mann. Ich habe sogar was rausgesucht. Ich habe ja tatsächlich, bin ich selber schon so ein bisschen aktiv geworden und habe was rausgesucht. Aber es ist ja einmal Black Lob, generell sowieso Lob, ne? Für, äh, was sie, was sie jetzt alle gespielt haben wollen. Entschuldigung. Boah, komm, jetzt kommt der Rote aber rein. Jetzt kommt der Rote sowas von rein. Ja, das ist wieder das Problem, ne? Ich will es ja nicht mehr so nackig anziehen. Club Top mit Schneifen, nehmen wir mal. Das Short Top nehmen wir auch mal. Äh, das, 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 das. Auch nehmen wir auch. Das soll die passenden Schuhe jetzt gleich noch mitnehmen. Dann haben wir die rosanen Schuhe. Die sind doch, ja, ja. Die rosanen Schuhe. Dann nehmen wir dazu dann auch noch, äh, die Hose. So, wo ist, das ist unfassbar, dass die meisten Sachen hier wirklich rostendig kennen, ey. Hm? Wirst du was? Ob ich mich daran erinnere, das war so unangenehm auf der Party. Was, was war da? War ich auch da? Was war da? War ich, wie besoffen war ich? Und dann weiß ich es nicht mehr. Ich war irgendwann so hackendicht, ne? Ich hab gar keine Ahnung mehr. Was war denn da? Ich muss immer bei irgendwelchen Partys sagen, im Moment, in welcher Verfassung war ich da? Hm. Black. Dann war ich ein Fanboy im Moment unangenehm. Alter, ich weiß überhaupt gar nicht, wie du aussiehst, ne? Ist mir gerade eingefallen. Was war denn? Nico, kannst du dich daran erinnern? Kannst du mir das gleich alles erzählen, bitte? Dankeschön. Wo sind diese kurzen Hohens? Ach, hier. Da. Oh, die liebe ich. Komm, weiter. Ja, ich kann halt so viel auch gar nicht mitnehmen, ne? Die rote Kette nimmt man mit, aber die haben auch da... Oh mein Gott, jetzt fange ich hier schon wieder an, ne? Es dauert jetzt auch wieder eine Stunde. Tut mir leid. Oh, die nimmst du auch noch mit. Und vielleicht nimmt sie einfach noch die schwarze. Das hat mich auf jeden Fall absolut gekillt. Ich wollte ein Foto, aber war zu drunk, um zu fragen, weil... Hä, wieso Panik? Hä? Ich, äh, was auch immer es war, ich war offensichtlich auch betrunken. Eigentlich weiß ich immer. Also offensichtlich war ich auch sehr betrunken. Wir brauchen wieder eine Lucky Five Party, aber übrigens, ne? Ich hab voll Bock. Oh, Entschuldigung. Dann hat jemand anderes für mich gefragt... Nein, wirklich? Was? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Soll ich mal hier. Ich will wieder eine Lucky Five Party. Wir müssen das doch hinkriegen. Ey, ich hätte wirklich eine Bar, wo das funktionieren würde, mit dem wir Kontakte haben. Also müssen wir wirklich nochmal, damit wir den Dennis auch zusammensetzen. Es muss eine Möglichkeit geben. Wirklich. So, da bin ich. Ein bisschen was habe ich eingepackt. Nur ein bisschen was. Ja. Okay. Okay. Ein bisschen was. Es hat halt nicht mehr reingepasst. Ein bisschen. Ich bin ja jetzt nicht bei dir ein oder so. Natürlich. Es ist wirklich nicht viel. Hier passt nicht so viel in die Tasche. Ja. Ich habe ja jetzt noch nicht gedacht, dass du bei mir eins siehst. Ja. Ich bin nämlich keine Mietnomadin. Mhm. Ist das so? Das ist so, ja. Oh mein Gott, du sagst es ja wirklich auch. Wir sind ungewohnt. Ich lege sie einmal hier in den Fußraum. Achso, du kannst sie doch hier in den Kofferraum packen. Ich wollte eh kurz hier bei den Kontautomaten halten eben. Ja, ich meine, ich habe sie jetzt hier im Kofferraum. Das geht auch. Äh, im Kofferraum. Im Fußraum. Im Fußraum, im Fußraum. Ja, genau. Okay. Musst du mal kurz was nachschauen? Aha. Hm? Wurde jetzt schon in die 50% mehr Miete abgezogen? Ist ein Rätsel. Du kannst mir das doch sagen. Ich kann es doch einfach sein lassen. Warum sagst du mir das nicht? Warum sollte ich? Ja, warum sollte ich das nicht? Ist doch egal. Ist doch keine Relevanz. Ja, ich habe es doch gar nicht. Hast du hierzu geschockt? Hm? Du sahst geschockt aus, glaube ich, oder? Wo sah ich geschockt aus? Also ich hätte nichts dagegen, was dazu zu legen in der Zeit, wo ich hier im Zahn bin. Alles gut. Du hast ja noch deine Wohnung geduldet. Also du hast deine Wohnung, die du bezahlst. Ja. Ja. Außerdem passt das, weil ich darauf warte, dass ich die Wohnung, die ich jetzt habe, kaufen können. Hm. Hast du dich da nicht? Das ist die Anfrage. Hm? Achso, hast du dich mal erkundigt? Deswegen? Ja. Als ich das Schloss austauschen lassen hatte, habe ich mich erkundigt. Äh, der andere Schlüssel verschwunden ist. Und? Das heißt, ich kann jetzt immer aufs Dach gehen, aber auch wieder zurück. Ich dachte. Tatsächlich wollte ich das eine oder andere mal machen. Aber ich dachte, dann fährt die Tür ins Schloss und ich kann nicht zurück und bin auf dem Dach gefangen. Jetzt kannst du dich also beiaus leben auf dem Dach. Ja. Ich werde auch nicht dekorieren oder sowas. Also sowas macht wirklich nichts mehr und hilft. Obwohl das Dach, ich meine beim Dach hätte man, aber das ist ja ein Gemeinschaftsdach. Aber mich wundert tatsächlich, dass irgendjemanden dekoriert hat. Ja, ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Ist es da auch schief? Nein, da wurden nur Cops. Gefühlt. Und die dekorieren nicht gerne oder machen Dinge nicht gerne schön? Naja, was sagt man über Cops meistens? Was sagst du mir die ganze Zeit, was ich nicht habe? Privatlebens. Ja. Aua, ja, aber ja. Oder was meintest du jetzt? Zeit. Ja, genau, nötig ist richtig. Nein, Privatleben. Privatleben, ja. Schon richtig. Aber wir haben schon gesagt, eigentlich müsste da mal öfters was stattfinden im Hinterhof. Es ist so schade, wenn das nicht genutzt wird. Das ist richtig. Ich meine, du kannst immer noch eine Einweihungskamia machen. Ja, könnte ich. Wir könnten deinen Geburtstag davor feiern. Ach, nö, müssen wir nicht. Wir könnten einen Anti-Geburtstag davor feiern. Man kann doch einfach so ohne Grund da was machen. Aber ich finde es so schade, dass du am 24. Halbgeburtstag hast. Ja, das Schicksal hat es übrigens nicht so gut gemeint mit mir. Ja. 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 Man kann trotzdem vorfeiern. Bringt sich klug ein Glück, glaube ich. Und dann feiert man nach. Haben die meisten keine Zeit für. Ich hätte Zeit dafür. Nein, musst du nicht. Also wirklich nicht. Geburtstage sind halt, ja. Existieren halt für mich. Obst du dich erinnerst. Und ich kann dich da auch nie zu überreden? Ich weiß nicht. Also. Ich meine, wenn ich eine Überraschungsfeier irgendwann organisier, würdest du einfach gehen? Also so sagen, nein, das ist nicht gut und alle verstehen das. Das wäre unhöflich. Also eher nicht. Das wäre wirklich unhöflich? Ja, das wäre massiv unhöflich. Hm. Hm? Was hast du gedanklich notiert? Gar nichts. Gar nichts? Okay. Gar nichts, nein. Und grinst du dabei so? Weil ich gerade tausend Ideen im Kumpf habe. Worüber denn? Das kannst du dir bestimmt denken, aber aus mir kriegst du nichts aus. Hm. Also es gibt etwas, wo ich definitiv einen äquivalenten Tausch einwerfen könnte, wo ich was rausbekommen würde. Wahrscheinlich. Bitte was? 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 Der Satz war komisch. Wenn ich das reinigebaut hätte ich sagen würde, ich schlafe oben, würdest du es mir verraten, bestimmt. Aber es wird nicht passieren. Meine Güte. Ja. Meine Güte. Du bist furchtbar. Warum bin ich furchtbar? Kannst du nebenbei das Auto benutzen, wie du möchtest, ne? Nein, das ist fast. Das ist trotzdem okay. Ari, ich fahre das Auto fast kaum. Warum lässt du mich denn so viel benutzen? Ich verstehe es nicht. Weil du hier kein Auto stehen hast und dich auch fortbewegen musst. Ja, ich kann mein Auto ihr holen, meinen wunderschönen Tulip. Kannst natürlich auch deinen Tulip fahren anstand den Dominator GTX. Du hast gesagt, du würdest dir am liebsten einen kaufen. Warum sollst du ihn da nicht fahren? Ich benutze ihn ja eh nicht so viel. Ja, weil ich mir jetzt einen kaufen werde. Kannst du ja auch Zeit lassen damit. Du willst nie so ein cooles Kennzeichen haben. Ja, das Kennzeichen ist mir aufgefallen. Siehst du? Du fährst durch die Gegend mit dem Kennzeichen Real-G. Und dann bist du angehalten. Und dann werde ich angerufen und sage, du hast mir das Auto geklaut. Ah, toll. Ich glaube, ich sitze wie im Gefängnis. Nun. Denk dran, du hast einen Schlüssel jetzt, ne? Ja. Ja. Und weißt du, warum ich dich das noch fahren lasse? Der Dominator ist etwas schneller als der Tulip. Und dann, wenn was passieren sollte, kommst du schneller weg. Du hast das Sofa gar nicht so anguckt. Das mache ich überhaupt gar nicht. Ich bin sofort wieder da. Nein, Nico, bleib. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt haben wir eine Schlüssel. Warte mal, das ist ganz komisch. Was ist passiert? Was ist in den letzten Tagen... Was ist in den letzten Tagen passiert? Warum ist das ja so unordentlich? Ähm, ja. Was ist in den letzten Tagen passiert? Warum gibt der Ariane so viel? Ey, selbst ich verstehe das nicht. Und denke mir so, boah, das ist ja voll krass. Der muss ihr vertrauen. Aber jeder vertraut ja Ariane. Jeder vertraut Ariane. Das ist so krass. Ich meine, du kannst der vertrauen. Die macht halt keine Scheiße. Hält Geheimnisse für sich. Außer jetzt das mit dem Taser und so. Das sind aber rechtliche Gründe. Äh, Moment. So, was sehen wir der Dame denn jetzt? Hm. Ich hab doch ganz schön Sachen mitgenommen. Warte mal. Ich hab ein paar Sachen mitgenommen, wo ich mir dachte... Ah. Ja, vielleicht... Ach ja, das hier war das. Hm. Ah, Mist, das ist nicht das, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Oh nein, das ist das Falsche. Also ich mag die Hose voll. Ich hab das falsche Oberteil mitgenommen. Ähm... Ja, das ist das Falsche Oberteil. Das ist schon eben wie süß, ne? Aber... Ne, ich mach mal lieber die hier. Ich bin richtig wach gerade. Oh mein Gott, Ariane kann sogar Schrank auf und zu machen. Das ist unfassbar. Ja, die ist gut, die Hose. Ähm, okay. Das ist irgendwie komisch. Was denn? Dass ich, äh, jetzt hier alles machen kann. Das ist irgendwie komisch. Okay. Ach so, du meinst wegen... Weil du einen Zweitschlüssel hast. Ein Zweitschlüssel, ne? Ein Autoschlüssel? Ein Fernglas? Ähm... 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 Äh... Ja. Ich... Weiß nicht, ich... Das werde ich auch erstmal nicht los, dieses... Äh, unbedingt revanchieren wollen. Ja. Das Thema hatten wir schon. Ich dachte, das ist abgehakt. Nicht wirklich. Ich geh mal kurz nach oben. Okay. Denk gar nicht erst dran. Ich mach nichts. Hm. 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 Ich muss gleich später mal aufs Handy gucken. Hm. Hm. Ich muss halt immer auf diesen Arsch von der Frau gucken. Weil das so unfassbar toll ist. Es ist unfassbar. Ich will einfach nur... Richtig. Ich weiß nicht. Weil ich will da einfach nur reinbeißen, ne? Ganz schlimm. Ja. Und das, was die Mods sagen, ist mit der Bot unterwegs. Das ist nebenbei das besagte Sakko. Aber das sieht doch gut aus. Aber das sieht doch gut aus. Ja. Und? Ich mag das auch. Aber ich wurde damals von jemandem besagte als der Zuhälter der DTU. Ja. Ja. Ich mein, achso, du hattest das ganz normal im Alltag an. Ja. Oh. Das sieht trotzdem gut aus. Ja. Das mag ich auch tatsächlich. Ich, ähm... Ich mag den Rotton. Werd mal ganz kurz... Ich wollte eigentlich nur hier liegen, ähm... Aber ich bin nicht so groß wie die ganze Couch, äh... Ja. Ja. Ärgerlich, ne? Das ist ja ärgerlich, ja. Ja. Okay. Ich geh mich da mal richtig umziehen. Du kannst mir gern alle deine Sakko zeigen. Ich, ähm... Bin Mode-Expertin. Ich werd wahrscheinlich irgendeines total blöd finden. Hm. Da gibt's sicherlich Sachen drin, die du nicht so gut finden wirst. Ähm... Aber ich glaub, das machen wir eher. Ja, wann anders. Okay. Kann dir theoretisch das Hemd von Alamonia zeigen. Okay. Ich bin gespannt. Mann. Boah. Mit der Stimme jetzt, mit der Polaris und sowas alles. Jetzt merke ich doch. Jetzt merke ich die Stimme. Boah. Ich kann's nicht sagen. Ich kann's aber nicht sagen. Ich kann's aber nicht sagen. Ich konnte bis jetzt auch Fashion ist mein Passion nicht sagen, ohne mich danach direkt zu muten, weil ich lachen musste, ey. Meine Güte, was ist in der letzten Zeit hier passiert, ey. Ja, ja, ich mag den Poppelsauch, der ist so hübsch. Okay. Ich muss ja noch... Äh... Ich muss ja noch Flipflops dazu, äh... Schauen, aber ich bin halt so rumgelaufen. Äh... 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 Achso, ja, na... Ja, äh, äh, äh... Das... Nein, hab ich nicht... Oh mein Gott, das hab ich nicht gesagt, ich... Doch, das hab ich gesagt. Das sieht furchtbar aus. Okay. Es ist halt... Okay, es ist furchtbar. Es ist halt ein Geschenk gewesen. Oh, tut mir neid. Ich dachte, ich soll einfach ehrlich sein. Nö, du kannst ehrlich sein, alles gut. Aber... Ich mein, im Prinzip ist es ja so, man muss sich immer selbst wohlfühlen in den Sachen, ne? Ja, das sowieso. Und denk dran, exzentrisch. Das ist wirklich sehr exzentrisch. Ja. Nun. Dann... Geh ich mal nach oben und, äh, zieh was anderes an. Ja. Ich muss Ariane so spielen. Wann hat diese Ariane mit dieser beschissenen, ehrlichen Art, ey? Die uns schon so viel Prügel eingebracht hat, ey? Ich weiß eigentlich, mit den 800 war raus. Ich vermisse die irgendwie so ein bisschen. Bonico, Ariane hat ja tatsächlich mit Sica zusammen nochmal im Stadtpark einen auf die Fresse gekriegt, weil die wieder so frech war, Alter. Oh, das war auch, das war so gold. Da dachte ich auch, da war es noch die Nancy mehr dabei, aber die war ja nicht bei. Oh, das war ja nicht bei mir, das war ja nicht bei mir, das war ja nicht bei mir. Nein, wenn du dich wohlfühlst, also... Ich, äh, weißt du, ich hab Klamotten, da würdest du auch sagen, ähm, arbeitest du im Unicorn und dann würdest du auch nie denken, dass ich die einmal so draußen getragen habe. Das würde ich tatsächlich nicht zu dir sagen. Es, äh, steht mir gar nicht zu, das dir zu sagen. Mein Gott, ich... Ich bin halt ein ehrlicher Mensch, das ist immer ein Problem von... Und davon ist... Deswegen schon ganz oft aufs Maul bekommen hier. Ja, ist doch okay, dass du ehrlich bist. Lieber ehrlich, als zu lügen. Ja. Ja. Ehrlichkeit kann halt auch Leute verletzen. Ja, dann ist das halt so. Um es den Leuten halt durch, so hart es klingt. Auch ehrlich zu den Leuten. Also du bist immer ehrlich, du lügst, äh, nie. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Also manchmal gibt's natürlich Situationen, wo man was verschleiern muss, aber... Grundsätzlich bin ich sehr straight zu meinen Freunden, ja. Okay, ähm... Standen die Blumen eigentlich schon immer da hinten, ja, oder? Ich habe die wohl noch nie so genau angeguckt. Ja, die Blumen stehen, ähm, schon etwas länger dort hinten. Neben der Schatulle, dort vorne. Auf den roten Würfeln. Ja, die hattest du mir ja gezeigt. Ich hab die Blumen nicht wahrgenommen. Doch, die hattest du mir gezeigt. Ich? Ich meine, hättest du mir gezeigt, ja. Ich... Nein. Du hattest mir was darüber erzählt und mir die gezeigt. Erzählt. Nur erzählt, meine ich, aber nicht gezeigt. Ja, ist ja auch... Nur eine Auszeichnung, ist halt nicht so wichtig eigentlich. Ja, ich probate auch ein bisschen ab. Ähm... Ich würde mir noch was zu essen nehmen. Okay. Da hab ich dich hin. Du mit den Blumen da hinten, was nicht? Nein. Ich, äh, guck mich nur gerade tatsächlich, äh, richtig um. Das erste Mal. Selbst das habe ich mich nicht getraut. Warum nicht? Weil ich einfach nicht unhilftig sein möchte. Ich weiß es nicht. Es ist vollkommen okay. Also, hier waren aber zwei Leute tatsächlich. Vor kurzem. Aber nicht schlaftechnisch, sondern ich hab zwei Kollegen die Wohnung gezeigt. Ja, du... Oh Gott, du kannst mal aus dem Bild. Also, ich denke es nicht, das meine ich damit nicht. Ich hab wirklich nur gefragt, ob du schon immer da warst. Ich, äh, oh Gott, ich... Ich wollte es nur nur erwähnt haben, einmal das sind Leute. Also, ich weiß gar nicht, warum ich das erwähne, um ehrlich zu sein. Und, um ehrlich zu sein, ich weiß auch gar nicht, wieso ich das jetzt gerade gesagt hab. Weil, äh, ich glaub, das ist, weil ich direkt, äh, von meinen negativen Eigenschaften erzählt hab. Und jetzt, ich, oh Gott, nein, das hat ja... Das, weißt du was? Vergiss einfach, was ich gesagt hab. Ich trete mich hier gerade um den Kopf und den Kragen. Natürlich. Also, ich... Also, nein, ich... Oh Gott, das stimmt nicht. Ich wirklich nicht. Oh, mein Gott, was machst du? Ich, ähm... Nix. Ich guck nur was nach. Oh Gott, ich, ich, ich bin, ähm... Jetzt fällt mir tatsächlich gar nicht ein, was ich jetzt nicht bin, ähm... Okay, jetzt bin ich komplett überfordert. Du bist keine Woli... Ich kann das Wort nicht aussprechen. Was sagst du noch die ganze Zeit? Du bist keine... Ähm, Woliurin? Genau, Woliurin. 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 Ja, genau das Wort da. Ähm... Ziehst du dir nicht ein, sagst du die ganze Zeit? Und noch so andere Dinge. Genau, keine Miet-Normalin, keine Woliurin, keine Diebin. Und, äh, kein Creep. Das wählt er noch. Eigentlich die Figur hier, die ich hingestellt hab. Was? Ari, wo ist denn die Figur hier? Nein, da ist... Da war nichts. Oh mein Gott. Kels, da hättest du mich gerade... Ich hab wirklich überlegt, so, hab ich ihm was aus Versehen eingesteckt oder sowas? Ich wollte dich nur... Okay, ja, wie gesagt... ...ärgern ein bisschen. Ja, gut, ich bin keine Diebin. Ja, man kann mich sehr leicht verunsichern. Das, äh, merke ich mittlerweile. Mich kann man auch super leicht verunsichern. Ach ja? Wie denn? Wie denn? Hast du nicht gesagt, du bist sarkastisch? Ach, Mann. Ich... Du... Nee. Okay. Du brauchst übrigens gar nicht hier... Das, äh, das, äh, das, äh, hier, da, die Seite, die, äh, genau hier. Ja, genau, genau da. Da, wo du gerade sitzt, da wollte ich schlafen. Ist das so? Das, so. Ist, das ist ja... Ärgerlich. Warum bist du nicht so breit? Ja, weil ich, dass mein Schlafplatz hier ist. Es ist deine Wohnung. Du zahlst so viel dafür. Schlaf doch in deinem Bett. Ja, schlafe ich doch. Damit hast du nicht gerechnet. Doch, tatsächlich irgendwie schon. Ich meine, grundsätzlich schlafe ich ja nur hier drauf. Also ist das ja eigentlich mein Bett. Okay, ich bin dort, äh, mit meinen nackten Füßen auf deinem Bett rumgetrampelt. Willst du da immer noch schlafen? Was ist daran jetzt so schlimm? Es sind nackte Füße. Von... Meine Füße sind halt nicht super, also wirklich eklig, äh. Aber... Nur weil du hier rüberläufst, ist da jetzt kein Wettuntergang. Hast du gerade gesagt, meine Füße sind eklig? Nein, ich habe gesagt, Füße sind eklig, nicht deine. Sondern generell. Hast du die mal genauer angeschaut? Also so, Füße. Nein, generell Füße. Es ist halt so, äh. Generell Füße. Ja, so, keine Ahnung. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht. Das sind so ekel Füße mit so ekel Nägeln. Aber wir hatten... Bei uns in der Uni hatten wir so jemanden, der... Oh nee, ey, das war so... Äh. Der ist immer in Schlappen rumgelaufen. Und wer hat da nicht gepflegte Füße? Also Fußnägel und so. Boah. Das war schon wirklich... Das hat einen bleibenden Eindruck bei dir in der Nasse. Absolut. Ich meine, natürlich, das ist mir immer aufgefallen. Nicht auf irgendeiner Party, wo ich vielleicht ultra betrunken war und, äh... An aller am Boden lag, gefühlt. Naja. Hast du eigentlich studiert? Nein. Ah. Sag mal, ich will dich was fragen. Weil ich... Ich habe die Chance, selten jemanden zu fragen, der völlig unvoreingenommen ist. Meine Freunde und ein paar andere Menschen machen sich immer bei meiner Nase lustig. Habe ich eine lange Nase? Nö. Gut, du bist der Erste tatsächlich, der was sagt. Was? Eine normale Nase? Also... Finde ich eigentlich auch. Ich habe doch gar keine lange Nase, oder? Nee. Ein Mensch sieht halt so aus, wie er halt ist. Und deine Nase ist in meinen Augen normal. Ja, du bist mir sehr sympathisch. Ich kann auch genau hinschauen. Warte. Guck mal. Und? Nö. Finde ich nicht. Oh, okay. Gute Dank. Danke dafür. Ja. Dann weiß ich das ja jetzt. Lange Nase. Hey. Also... Wer kommt denn auf sowas? Herr Weiß, Max, Barbara, Nami. Sehr viele Leute. Und Fremde. Meistens aus der Mottenläden. Wo dann immer gesagt wird, gucken Sie sich die Dame an. Die hat doch wirklich eine ganz lange Nase, oder? Ah. Ich sag, sieh ich halt nicht so. Aber schön, dass ich dir jetzt sympathisch bin. Ja, das war eigentlich dann auch jetzt wieder... Ich, äh... Weißt du was? Nimm gar nichts ernst, was ich sag. Gar nichts? Okay. Ich, ähm... Nein, doch, nimm... Oh, ich, ähm... Ich, ähm... Das... Hoffe ich. Ich gehe jeden Tag duschen. Ja. Jeden Morgen. Sag dir Bescheid, falls du mal nicht gut riechst. Das darfst du gerne tun. Aber nicht hier so auf unangenehm einfach eine Duschpackung hinlegen, oder so. Nein, nein, das, äh... Will ich nicht machen. Ich bin ja immer ziemlich ehrlich. Riechtest du gerade von mir? Äh... Nein, eigentlich nicht. Okay. Weißt du nicht, warum ich weggegangen bin? Alles gut. Hm. Und du sitzt jetzt hier noch und, äh... Stehst jetzt genauso ein? Nee. Ich, äh... Werde mich hier richtig entlegen, soweit du akzeptiert hast, dass du oben im Bett schläfst. Ja gut, das kann ein bisschen dauern. Natürlich. Ja. Ja, den Fernseher ganz laut anmachen. Mich wird das nicht stören. Wahnsinn, mich stört's auch nicht. Bist du sicher? Hundertprozentig sicher. Was läuft denn gerade? Hm... Nachrichten. Nachrichten sind doch super. Die sind ja bekanntlich immer positiv. Natürlich sind die Nachrichten positiv. Besonders bunts in, äh... Los Santos sind die Nachrichten positiv. Ein paar Verfolgungsjaggen... Drogendelikte... Danach kann man richtig gut schlafen. Ja. Ich bleib hier sitzen. Ja. Ja. Alles okay. Dann... Niesse ich die Aussicht halt. Auf dem Fernseher. Weil ich natürlich nicht... Oh, ach so. Natürlich, natürlich. Ja. Ja. Und... Sonst so? Sonst so gar nichts. Ich, äh... Kann jetzt, äh... Weißt du, ich genieße jetzt einfach die Stimme. Hey, sollen wir vielleicht irgendwann mal da vorne mit dieser Spielekonsole irgendwas spielen? Wolltest du nicht, äh, die Stille genießen? Ich hasse Stille. Also nein, eigentlich mag ich Stille. Aber so langanhaltende Stille mag ich nicht. Aber ja, klar. Wir können... Darauf was spielen. Gut. Dann sollten wir das mal machen. Du spielst? Mein Bruder hat immer gespielt. Ich hab ihn dabei über die Schulter geguckt, aber... Ist lange her. Ah. Okay. Hast du ihm dann immer gesagt, was er machen soll, oder wie? Nein. Ich hab nur zugeguckt. Okay. Irgendwie komisch tatsächlich. Aber... Ja, Aktivspiel macht bestimmt viel mehr Spaß. Absolut. Wusstest du, dass viele dieser Konsolen oder auch Spiele oftmals auch aus Japan kommen? Oh, nee. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Und was sind das für Spiele, die da herkommen? Ach so. Ganz witzige Spiele. Die musst du dir mal einfach mal anschauen. Wenn du in Japan zum Beispiel bist, in Tokio. Ja gut, das ist einfach zu weit weg. Aber weißt du? Ich glaub, das eine Spiel, was mein Bruder gespielt hat, davon hab ich dir schon mal erzählt. Ich glaub tatsächlich, das könnte ein japanisches gewesen sein. Das war nämlich... Da hatte so ein Mädchen, die kannst du halt eine Kamera in der Hand. Das war total gruselig. Und die ist dann halt durch so ein ganz altes Haus... Ja doch, das war. Das war japanisch, das Haus. Mit ihrem Bruder Mafuyu besucht. Und dann hat die währenddessen immer so Geister fotografiert. Und die hast du aber nur durch die Kamera gesehen. Und ich hab die ganze Zeit geweint, wenn er das gespielt hat. Aber gleichzeitig wollte ich auch zugucken. Es war extrem gruselig. Oh, okay. Kennst du das? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab so Konsolen und Spiele, alles auch... Ja, du weißt schon. Ich hab' ich da kennengelernt. Oh. Ja, vielleicht ist das ja jetzt so... So ein altes, äh, wertvoll... Ach, ist doch egal. Hm. Warum denkst du eigentlich, dass du nie in Japan sein wirst? Naja, das ist toll, da hinzukommen. Und das ist doch ewig weit weg. Hm. Ich glaub, du wirst dich da wohl für... Da kann man gut shoppen gehen. Ist wirklich so jemand wie ich, würde da hinpassen? Hm. Kann mir dich da schon ganz gut vorstellen, ja. Gleich ergibt sich das ja mal. Hm. Naja, mal schauen. Ich sag gerne Leuten mein Land. Also, wo ich herkomme. Mein Land. Es hört sich komisch an, wenn ich sag mein Land. Ach so, bist du jetzt auch noch hier... Der Präsident von Japan, oder sowas? Der Kaiser? Nee, bin ich nicht. Kaiser? Oh, wow. Nein, bin ich nicht. Was für Geheimnisse hast du noch? Joske? Ja. Eine Frage, auf die du keine Antwort bekommst. Eine Frage, auf die ich niemals eine Antwort bekomme. Wer weiß. Ist ein Rätsel. Ich mag Rätsel tatsächlich. Ah. Ich hab heute jemanden ein Rätsel gestellt und, ähm... Er kam relativ spät auf die Antwort, weil er sehr philosophiert hat. Ich stell dir das Rätsel mal. Okay, warte. Moment. Es ist 2.07 Uhr. Ich hatte einen sehr, sehr langen Flug. Bist du dir sicher, dass du mir heute das Rätsel stellen willst? Ist nicht so schwer. Du kannst ja darüber nachdenken im Schlaf oder so, wenn du oben im Bett bist. Mache, wenn ich ja unten hiccup bin. Ja, wenn du oben im Bett bist, kannst du darüber nachdenken, was das bedeuten kann. Was ist ein... schwarzer Bereich, der sehr eng ist, man durchlaufen kann? An ein Ende hat und an Anfang. Gut, ich werde mir darüber den Kopf zerbrechen, aber nicht jetzt. Oben im Bett. Will ich loswerden? Nein. Das nicht. Ich wollte nur mal klarstellen, dass oben er schlägt. Okay, was würdest du machen, wenn ich jetzt einfach hier hingehe? Hier auf der Seite. Ich mache deine Couch, ich setze ihm nicht groß. Und mich einfach hier hinweg. Würde ich... theoretisch als Gastgeber nicht so cool empfinden. Oh, verdammt. Okay, ja, ich gehe nach oben im Bett. Du musst doch jetzt noch nicht hochgehen. Ich will nicht dich loswerden, falls du das jetzt gerade denkst. Also... Ich will... Ich will einfach nur meinen Willen kriegen. Wieso zur Hölle kriege ich nicht meinen Willen? Ich habe eigentlich immer meinen Willen gekriegt. Ja. Nun. 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 Dann, ähm... Dann setze ich mich hier weiter hin. Was wäre der Ort, wo du am liebsten mal hingehen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest? Was wäre der Ort, wo du am liebsten mal hingehen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest? Hm. Ähm... Was ist denn? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. So weit denke ich doch gar nicht. Warum nicht? Weil ich einfach nie irgendwelche Möglichkeiten oder sowas hatte. Ich verstehe nicht, äh... Wieso ich mir darüber dann Gedanken machen soll. Okay. Ist das nicht so... Okay. Und bei dir? Hm. Also die Sache ist... Ich hatte schon die Möglichkeit, in vielen Orten zu sein. Ist immer schwierig. Aber ich glaube, ein Ort... Dach jetzt bitte. Nicht Dach nicht. Wie ich das sag. Die Arktis interessant finde. Die ist so kalt wie du. Ja. Das ist korrekt. Da würdest du kurz hinpassen. Richtig. War natürlich nur ein Spaß. Natürlich. Und was hätte ich davon ab? Es gibt nicht so viele Leute, die mich dazu begeistern können. Ja, aber so ist es halt schon interessant. Aber wenn man mal mit einem normalen Ort kommt... Da hätte ich auch keine Antwort drauf. Wäre für mich auch schwierig. Also würde ich mir jetzt ein Eigentor damit schießen. Hm. Gar nicht so einfach. Thomas, es ist dir gerade wirklich sehr gemütlich, kann das? Warum? Weiß nicht. Du äh... Liegst da wirklich ähm... Ja. Sehr entspannt. Ja, ich glaube, du fühlst dich gerade sehr wohl, kann das sein? Ist das... Angenehm. Such's doch auch mal. Lehn dich mal so nach hinten, wie ich das mach. Und verschenk die Arme dabei. Nee, lass mal. Warum? Dann guckst du mir auf meine hässlichen Füße. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall der Ort, wo ich hinschauen würde. Also wenn es etwas ist, wo ich nicht hingucken würde, ist auf Füße. Also du hast es wirklich mit Füßen, oder? Ich hab doch nur gesagt, dass es eklig ist. Das ist wirklich so. Warum hältst du mir das jetzt so vor? Ich weiß nicht, weil das so unerwartet kam. Okay. Ähm... Sekunde. Ja. Okay. Ähm... Meinst du so ungefähr? Na, guck mal. Du musst mir entspannen. Ich bring dir jetzt entspannen bei. Okay, okay. Ich bring mir entspannung bei dir. Einfach entspannen. Entspannst dich richtig schön so. Ja. Dann kannst du euch die Arme verschränken. Und genieße die Decke. Super, ist fantastisch. Wow, das sind aber viele Deckenspots da oben. Ja, das ist, äh, Architektur-Wunder. Deswegen hab ich die Hälfte auch raus. Mag sehr dunkel. Ja, ja. Und so sitzt du hier also immer alleine und schaust Fernsehen. Warum klingt das gerade so traurig, so wie du das ausdrückst? Weil ich mir das einfach traurig vorstelle. Ja, also normalerweise ist es jetzt ganz normal. Es ist einfach so gerade mal eine andere Art, hier zu entspannen. Ist doch okay. Was ist daran so verwerflich? Nein, ich hatte gerade nur so ein Szenario im Kopf. Ich hab mir gedacht, du bleibst seit langem auf der Arbeit, du bist hundemüde, bist alleine nach Hause, kommst hier hoch. Nimmst du irgendwas aus dem Kühlschrank und stellst halt vorne hin, irgendwas Abgepacktes. Oder, naja, was immer da im Kühlschrank war. Und dann machst du dir hier was an und schläfst vor lauter Erschöpfung ein, während dein Essen da nicht mehr angerührt wurde. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich dieses Szenario jetzt gerade im Kopf. Ja, das ist, äh, nicht selten das Szenario. Gut, vorübergehend hast du jemanden, äh, mit dabei, der dich abends ein bisschen nerven wird. Und was ist, wenn ich jetzt einfach einschlafen würde? Dann, äh, würde ich hier einen schwarzen Stift suchen. Und dann? Dann würde ich dich garantiert nicht anmalen, weil, äh, das wirklich, ähm, nicht gut wäre, wenn du morgen zur Arbeit gehst und du einen Permanentmarker im Gesicht hast. Also würdest du mich einfach reißkalt anmalen? Ja, ich hab überlegt, ich könnte halt wirklich böse Augenbrauen, könnte ich dir malen. Und dann würdest du den ganzen Tag mit bösen Augenbrauen rumlaufen. Also alles wie gehabt, meinst du? Ja, wenn man's so sagt, ja schon. Dann würdest du ja dafür sorgen, wenn ich Leute in mein Büro rufe, dass sie noch mehr Angst haben, mit mir zu reden. Würdest du das so schlimm finden? Es wär bedauerlich. So schlimm bin ich jetzt auch nicht. Also wirklich nicht. Hab ich nie gesagt. Ich hab nur gesagt, ich hatte furchtbare Angst vor dir. Das heißt nicht, dass du schlimm bist. Ich bin halt nur streng. Halt. Das liegt aber eher daran, dass ich nicht möchte, dass den Leuten was passiert. Grafrechtlich sowie körperlich. Aber das ist nicht das Thema. Was ist eigentlich in den letzten Tagen passiert? Warum? Weiß nicht. Mit dem einen Mal war ich in der Bank und dachte, das war's jetzt. Die mich weggefahren haben und jetzt sitz ich hier grad neben dir und hab einen Wohnungsschlüssel bekommen. Und darf in Dominator GTX fahren. Und lieg in einer ganz komischen, sehr entspannten Pose auf deiner Couch und verhindere, dass du schlafen kannst. Nun, ich, äh, weiß ich nicht. Manchmal sind... Ereignisse, Ereignisse. Manchmal weiß man einfach nicht, was... Passiert. Irgendwie. Ich mein... Ich hätt auch nie gedacht, dass du hier neben mir sitzen würdest. Ja, ich... Und... So... Weiter. Was meinst du mit uns so weiter, Asya? Ja, äh... Die Mietnomaden spielen. Bist du nicht die erste Mietnomaden, wenn ich sage, du sollst was bezahlen, aber tust du es nicht und hast jedes Mal ausreden? Äh, ja, willst du das mal sagen und ich bezahle es dann nicht und dann bin ich wirklich eine? Ne, ich hab das Gefühl, wenn ich das sage, dass du dann sagst, die mit dir hier die Kontonummer. Wahrscheinlich würde ich das sogar machen. Irgendwie bin ich mir grad nicht mehr so sicher. Ja. Du willst meine Kontonummer aber nicht bekommen. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn nicht deine Kontonummer? Ja, die ist ein Rätsel. Ich meine, ich kann mir ja gucken, vielleicht hast du ja irgendwo Papiere, wo sie hier draufsteht. Aber dann wäre ich ja wirklich ein Creep, weil ich würde einfach total eine Papiere geben. Das kann ich natürlich auch nicht machen. Hm, aber könnte schwierig werden, wenn ich das meiste digital mache. Und dazu müsstest du mein Passwort kennen. Oder ist es nicht das Passwort meines Computers? Ja, okay, Japan, eins, zwei, drei. Nice try, Ari. Ich gehe auch nicht einfach an deinen Laptop oder sowas, das mache ich nicht. Natürlich nicht. Ja, du kannst schlafen, ich bleib hier stehen. Also tu dir keinen Zwang an, Marjorie. Warum hast du so einen Unterton dabei? Habe ich gar nicht. Natürlich nicht. Nun? Ja, nun. Fühlst du dich da nicht beobachtet? Ich... Also... Ich kann mich auch oben auf die Treppe stellen und von da aus gucken. Warum? Weiß ich nicht, weil es dir offensichtlich gerade unangenehm ist. Nee, eigentlich nicht. Ich kriege dich schon noch dazu. Bestimmt. Das ist jetzt auch kein großes Ding. Ich weiß nicht, wieso... Du bist mein Gast und mein Gast bekommt den Komfort, den er verdient. Ja, okay, ähm, dann möchte ich bitte Miete zahlen, dann bin ich nämlich kein Gast mehr. Ja, das wird nun mal nicht passieren, deswegen bist du ein Gast. Das ist ganz schön gemein alles. Ich weiß. Ich kann dir überhaupt gar nichts machen. Ja, wie? Überhaupt nichts machen? Ach, du kannst... Schlafen. Zum Beispiel oben. Genießen. Du hast den dicksten Dickschädel in ganz Los Santos. Das habe ich noch nie erlebt. Wirklich noch nie. Ich bin einfach nur Gast, Freund. Warum legst du mir das so negativ aus? Ich leg dir das nicht negativ aus, aber ich habe einfach... Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mal jemand im Bett schlafe und derjenige auf der Couch schlafen muss. Aber ich finde die Couch doch bequem. Ja gut, dann lasse ich das ab jetzt auch. Bin ich mir nicht so sicher. Nein, wirklich, ich lasse das. Ist das so? Das ist so. Nee, wirklich. Das ist... Gastfreundschaft, Freundlichkeit, einfach... Das kann ich nicht anders. Das ist leider so. Okay. Dann gehe ich noch um und... Ich schlafe den Bett. Gehst du jetzt wirklich umschlafen? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich wollte den dramatischen Abgang jetzt machen. Ah, natürlich warte. Wir können auch mal zurückspulen und... ...noch mal von vorne. Okay, dann gehe ich jetzt oben ins Bett. Okay. Ja. Ich habe immer noch nicht drüber nachgedacht, was ich als nächstes mache. Warte, ich überlege noch, während ich hier gerade die Treppen hochgehe. Oh, ich habe das Aquarium vergessen. Oh, cool. Ich wohne hier wirklich in einer Wohnung mit... Ah, nein, oh mein Gott, ich wohne hier gar nicht in einer Wohnung. Entschuldigung. Ich meine, vorübergehend wohne ich in einer Wohnung mit einem coolen Aquarium, wo keine echten Fische drin sind. Ich gehe jetzt wirklich ins Bett. Ist das so? Ja, das ist so. Mhm. Also, bist du sehr müde? Warum sitzt du auf deinem Tisch? Weil ich wusste, dass du wieder runterkommst. Ja, dann gehe ich jetzt wieder nach oben. Dann musst du halt wieder runter schreien. Also, du wirst jetzt hier die Tür hören. So. Okay, man hat die Tür nicht gehört. Also, regulär hört man die immer, wenn man die auf und zu macht. Schwierig, wenn hier so eine Scheibe dazwischen ist und alles. Ja, das stimmt. Lass mich doch in Ruhe. Hast du gerade gesagt, lass mich doch in Ruhe? Oh, wow. Ich werde ein bisschen zu locker, glaube ich. Oh. Das ist eine Sache, die ich eigentlich eher zu Max oder Barbara sagen würde. Okay. Also, ich gehe jetzt aber mit Schlafen. Ich werde mich tatsächlich jetzt auch hinlegen. Gut. Dann schlaf. Gut. Oya Sumi Nasai. Oya Sumi Nasai. Lass dich nicht mit irgendwelchen Leuten ärgern hier. Okay. Ich bin so unfassbar wütend. Ich kann nicht mehr. Oh, ich bin so unfassbar wütend. Oh, ich bin so unfassbar wütend. Ich wollte mal RP spielen, weil ich habe schon vergessen, was da ist. Aber ich schreibe mir das dann mittlerweile alles auf. Oh, das wird lustig werden. Ah, ja. Der Afrodonistermin war morgen. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Oh, ja. Oh, ja. Das ist so wie du. Weiß. Das ist so ein Mensch. So, ich mach dir einfach das an, von der Arme zeigt schon länger her. Ich rufe den Nahrung doch mal an. Ich rufe den Nahrung doch mal an. Äh. Ähm. Äh. Warte mal. Warte mal. Oh, scheiße. Ich hab die SMS ja alle voll ignoriert. Wann war das denn? Um 0.22 Uhr. Holy shit, das ist ja schon voll lange her. Oh, scheiße. What? Hä? Ich hab die SMS ja voll ignoriert. Oh, scheiße. Ich hab's gar nicht gesehen. Oh, Senpai. Vielen, vielen Dank für den Rate. Dankeschön. Oh, ja. Das ist ja wunderbar. Ja, gut. Pan freut sich, aber Ariane natürlich nicht. Hä? What? Okay, das ist der Plot-Twist des Abends. Also heute waren viele Plot-Twist-Twist, ne? Ja. Oh, ich bin so müde. Oh, mein Gehirn hat echt funktioniert damit. Es tut mir leid. Überhaupt gar nicht, ey. Ich bin eigentlich noch in Hamburg gerade, ne? Ich weiß nicht. Ich bin... Ich fühl mich... Also wirklich das Wochenende jetzt, ne? Furchtbar. Wirklich furchtbar. Ähm... Ja, natürlich kann ich jetzt nicht mit Ariane sofort drauf antworten, aber das wird ja morgen dann sehr interessant werden, ne? Unsere Gebete wurden erhört. Heißt, der ist doch noch auf der Insel? Okay. Das ist meine Chance. Ich hab das Fernengas. Was ja... Die Sache ist, wir können ja wirklich... Ich glaub... Ne, war das hier, wo Ariane es vermutet hat? Wenn da das Observatorium ist? Entschuldigung. Ich hab keine Ahnung mehr, wo das war. Ich find's so... Endlos müde. Ich wünschte wirklich, dass wir keine andere Dimension sind, sondern da könnten wir wirklich live rausgucken. Ach so, der Server, glaub ich, so zusammenbruch. Äh, ja, jetzt... Vor allem, ich bin so richtig hart müde. Ich check jetzt überhaupt gar nichts mehr. Ja, nice. Sechzehnter. Ja, klar, sechzehnter. Oh Gott. Ja, super. Oh, nice. Oh, wie cool. Oh, ich freu mich auf alles gerade. Ich hab so viel Spaß an meinem PV schon ewig lange nicht mehr. Wenn ich jetzt noch diese PD-Sachen... Können... Ne, weißt du, dann wär's auch nicht Ariane. Also, alles eigentlich gut. Oh. Ich bin so müde. Ich bin so müde. So. Ist hier extra Zukunft, was? Oh, jetzt muss auch noch das Kinder zurückkommen, ne? Ich wollt die nie so spielen. Das ist so furchtbar, ne? Das ist echt so. Aber man nimmt Zeit jetzt, wie es kommt, ne? Und wir können Schränke auf und zu machen. Das ist wunderbar. Maria... Oh, der ist sogar offen. Guck mal. Zack. Ah. Fantastisch. Ich kann irgendwie nicht in einer RP-Wohnung sein, wenn die Schränke auf sind. Das geht überhaupt gar nicht, ey. Boah, ja. Gut. Das war jetzt wirklich sehr überraschend. Krass. Mit Kaya, das war heute richtig nice. Boah, ich freu mich gerade, ey. Mit Kaya, das war richtig nice. Weißt du, was wir gehört haben? Dass die erstmal unter der Brücke gewohnt hat, dass es gar nicht gut geht. Und sie ist ja jetzt im gleichen Haus auch noch. Ich habe Hoffnung für die Zukunft, weil Kaya und Ariane, ne? Aber so wie ich das jetzt gehört habe, ist der Charakter halt komplett abgestürzt, ne? Weil ich denke, es ist einfach, oh, Kaya, Kaya und Ariane wieder und Evan und Alice Logan und wir das ja auch machen und dann alles zu dritt und so. So, oh nein, wie nice wäre das alles. Und dann manchmal einfach einloggen und wieder Offstream machen und so. Aber ich hätte so Bock gehabt einfach, ne? Ich bin ja mit der Kaya, also Ariane und Kaya sind ja auch Offstream rumgefahren. Und das war so cool, weil wir haben dann wirklich so, ja, wir suchen jetzt das Auto von Evan. Da macht jemand die Notizen, schreibt immer das auf. Das hat so Spaß gemacht einfach, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, das ist schön. Schön auf YouTube. Ja.